Terry Pratchett, das Erbe des Zauberers, gelesen von Katharina Thalbach. In der folgenden Geschichte geht es um Magie, wohin sie verschwindet und, was vielleicht noch wichtiger ist, woher sie kommt. Es sollen die Gründe dafür dargelegt werden, ohne dass Anspruch auf vollständige Beantwortung der aufgeworfenen Fragen erhoben wird. Nun, vielleicht könnte dieses Buch zu erklären helfen, warum Gandalf nie heiratete und Merlin ein Mann war. Denn es ist auch eine Geschichte über Sex, wobei der Autor allerdings nicht die athletisch-gymnastische Variante »Zähl die Beine und teile die Summe durch zwei« im Sinn hat, es sei denn, die Protagonisten geraten außer Kontrolle, was durchaus passieren könnte. Hauptsächlich aber geht es um die Welt. Achtung, jetzt kommt der große Augenblick. Passen Sie gut auf. Die Spezialeffekte sind ziemlich teuer. Die musikalische Untermalung besteht aus einem bedeutungsvollen Summen, einer dumpfen Vibration, die den Zuhörer auf einen kosmischen Fanfarenstoß vorbereitet. Ungeachtet aller physikalischen Gesetze durchhalt das Brummen den leeren Raum und das Bild zeigt einige glitzernde Sterne wie Schuppen auf der Schulter Gottes. Und dann gerät sie in Sicht. Größer als der größte für den nächsten intergalaktischen Krieg ausgerüstete Schlachtkreuzer, den sich ein erfolgreicher C-Film-Regisseur vorstellen kann. Eine zehntausend Meilen lange Schildkröte. Es ist Groß-A-Tuin aus der seltenen Gattung der Astrochelonia. Sie oder er, in diesem Punkt sind die Gelehrten nicht ganz sicher, stammt aus einem Universum, in dem die Dinge weniger fantastisch sind, als es der Fall zu sein scheint, und gleichzeitig weitaus bedeutungsvoller, als sich ein mit normaler Fantasie ausgestatteter Mensch vorstellen mag. Auf ihrem oder seinem Meteoriten zernarbten Panzer stehen vier riesige Elefanten, die die runde Scheibenwelt auf den gewaltigen Schultern tragen. Die Perspektive verändert sich, und kurz darauf sieht der Zuschauer die ganze Welt im Licht der kleinen Sonne, die sie umkreist. Er beobachtet Kontinente, Archipele, Seen, Meere, Wüsten, Gebirge und sogar eine kleine Eiskappe in der Mitte. Mit Theorien über planetare Kugeln oder ähnlich haarsträubenden Unsinn können die Bewohner jenes Ortes natürlich nichts anfangen. Ihre Welt wird von einem runden Meer begrenzt, das in einem ewigen Wasserfall über den Rand der Scheibe ins All strömt, und sie ist so flach und platt wie eine geologische Pizza, der allerdings die Artischocken fehlen, von den Zwiebeln und der Salami ganz zu schweigen. Auf einer derartigen Welt, die nur existiert, weil sich die Götter einen Scherz erlaubten, gibt es genug Platz für Magier und Zauberei und natürlich auch für Sex. Der alte Mann stapfte durchs Gewitter. Er trug einen langen, gemusterten Mantel und hielt einen Holzstab mit eigentümlichen Schnitzmustern in der Hand. Doch was ihn in erster Linie als Zauberer verriet, war die Tatsache, dass die Regentropfen einen halben Meter über seinem Kopf verdampften. Die Spitzhornberge stellten eine für ordentliche Gewitter bestens qualifizierte Region dar. Die Landschaft bestand größtenteils aus schroffen Graten, zerklüfteten Hängen, dichten Wäldern und so tiefen Flusstälern, dass das Tageslicht den Rückzug antreten musste, kaum hatte es den Boden erreicht. Faserige Wolkenfetzen klebten an den nicht ganz hohen Berggipfeln unterhalb des Pfades, über den der Zauberer rutschte und schlitterte. Ein paar schlitzäugige Ziegen beobachteten ihn mit vagem Interesse. Nun, es erfordert nicht viel, um die Aufmerksamkeit solcher Tiere zu wecken. Gelegentlich blieb der alte Mann stehen und warf seinen Stab hoch in die Luft. Als er in den Matsch fiel, zeigte er immer in die gleiche Richtung, und dann seufzte der Zauberer, hob ihn auf und stagte weiter durch den Schlamm. Auf Beinen aus flackernden Blitzen marschierte das Unwetter durchs Gebirge, donnerte und knurrte grollend. Der Magier verschwand hinter einem Felsvorsprung, die Ziegen zuckten mit den Achseln und fraßen nasses Gras. Kurz darauf aber blickten sie wieder auf. Sie erstarrten förmlich, zwinkerten überrascht und meckerten erschrocken. Was eigentlich seltsam war, denn es befand sich niemand auf dem Pfad. Was die Ziegen jedoch nicht weiter kümmerte, sie sahen dem Nichts nach, bis es sich im grauen Wogen verlor. Die Hütten des Dorfes standen in einem schmalen Tal zwischen hoch aufragenden, bewaldeten Hängen. Es handelte sich um keine besonders große Siedlung, und es muss bezweifelt werden, ob sich jemand die Mühe machte, sie in einer Bergkarte zu verzeichnen. Sie hatte sogar Mühe, sich auf einer Karte der Ortschaft zu zeigen. Es war eins jener Dörfer, die nur existieren, damit jemand Angaben über seine Herkunft machen kann. Im Universum wimmelt es davon. In Schluchten verborgene Orte, halbvergessene Provinznester in weiten Savannen, einsame Schuppen in dunklen Wäldern. Sie gehen nur deshalb in die Geschichte ein, zumindest in die regionale, weil in einer so gewöhnlichen und langweiligen Umgebung höchst bedeutsame Ereignisse ihren Anfang nahm. Manchmal erinnert nur eine kleine Gedenktafel daran, dass entgegen aller gynäkologischen Möglichkeiten irgendeine Berühmtheit in halber Höhe einer Mauer geboren wurde. Nebel wallte zwischen den Häusern, als der Zauberer eine kleine Brücke überquerte, unter der ein angeschwollener Wildbach gurgelte. Er verharrte kurz, um sich zu orientieren, und hielt dann auf die Dorfschmiede zu. Nun, der Nebel wird hier nur erwähnt, um die richtige Stimmung entstehen zu lassen. Sein Wallen hat mit den folgenden Geschehnissen nichts zu tun. Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass es ein recht erfahrener Nebel war, der die Kunst des Wallens außerordentlich gut beherrschte. Was das Gurgeln des Wildbachs angeht, er litt nicht etwa an Mundgeruch, sondern wetteiferte aus purer Lebensfreude mit dem Prasseln des Regens. In der Werkstatt des Dorfschmieds herrschte natürlich ziemliches Gedränge. Immerhin kann man guten Gewissens darauf vertrauen, dort nicht nur ein gut geschürtes Feuer vorzufinden, sondern auch einen Gesprächspartner. Mehrere Dorfbewohner hatten es sich im warmen Schatten gemütlich gemacht, und als der Zauberer eintrat, setzten sie sich erwartungsvoll auf und versuchten mit mäßigem Erfolg intelligent zu wirken. Der Schmied hielt derart unterwürfige Gesten für nicht notwendig. Er nickte dem Magier zu und begrüßte ihn damit als Gleichrangigen. Wenigstens sah er sich in einer solchen Rolle. Er vertrat die Ansicht, jeder halbwegs kompetente Schmied müsse mit der Magie auf einigermaßen gutem Fuße stehen. Manchmal erschien es ihm wie ein Wunder, dass seine Hammerschläge rotglühendem Eisen genau die richtige Form gaben, und er zweifelte nicht daran, dass als Erklärung nur Taumaturgie in Frage kam. Der Zauberer verneigte sich. Eine weiße Katze, die hinter dem Ofen lag, erwachte aus ihrem Schlummer und musterte ihn wachsam. »Wie heißt der Ort, Herr?«, fragte der alte Mann. Der Schmied hob die Schultern. »Blödes Kaff«, sagte er. »Blödes Kaff«, wiederholte der Schmied herausfordernd und hob die Brauen. Offenbar befürchtete er eine Verletzung seines Heimatstolzes. Der Zauberer dachte kurz nach. »Gewiss ein Name, hinter dem sich eine interessante Geschichte verbirgt«, erwiderte er schließlich und fügte hinzu, »die ich unter anderen Umständen gern hören würde. »Leider bleibt mir nicht genügend Zeit.« »Ich bin gekommen, um mit dir über deinen Sohn zu sprechen.« »Welchen meinst du?«, fragte der Schmied und die Zuhörer kicherten leise. Der Zauberer lächelte. »Du hast sieben Söhne, nicht wahr? Und du selbst bist ein Achtersohn, stimmt's?« Die Miene des Schmieds verhärtete sich. Er überlegte einige Sekunden lang und wandte sich den Dorfbewohnern zu. »Na schön«, brummte er. »Ich glaube, es hört auf zu regnen. Haut ab! Ich und...« Er sah den Zauberer an und hob die Brauen. »Rum Billet«, sagte der alte Mann. »Ähm, also ich und Drum Billet haben einiges zu besprechen.« Er winkte mit dem Hammer und die anderen Männer wanderten im Gänsemarsch zur Tür. Mehrmals blickten sie über die Schulter zurück, so als hofften sie auf eine Zugabe, obwohl die Vorstellung noch gar nicht begonnen hatte. Der Schmied zog zwei Stühle unter der Werkbank hervor, nahm eine Flasche aus dem Schrank neben dem Wasserbehälter und schenkte die beiden kleinsten Gläser voll, die er finden konnte. Dann nahm er zusammen mit dem Zauberer Platz. Eine Zeit lang beobachteten sie den Regen und den Nebel, der kunstvoll und elegant über die Brücke walte. Schließlich sagte der Schmied, »Ich weiß, welchen Sohn du meinst. Die alte Granny ist gerade oben bei meiner Frau. Der achte Sohn eines achten Sohns.« »Hm, na, ich verstehe. Nun, ich habe schon daran gedacht, der ganzen Sache jedoch keine große Beachtung geschenkt, um ganz ehrlich zu sein. Tja, ein Zauberer, eine Familie, wie?« »Wäre durchaus möglich«, entgegnete Billet. Die weiße Katze verließ ihren Schlafplatz, stolzierte würdevoll über dem Boden, sprang auf den Schoß des Zauberers und rollte sich dort zusammen. Die dünnen Finger des alten Mannes streichelten sie geistesabwesend. »Tja, tja, 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 tja«, wiederholte der Schmied. »Ein Zauberer, ein blödes Kopf.« »Hm, ist nicht auszuschließen«, antwortete Billet. »Natürlich muss er zuerst die Universität besuchen, aber er könnte es weit bringen.« Der Schmied betrachtete diese Idee von allen Seiten und entschied, dass sie ihm gut gefiel. Dann erinnerte er sich an etwas. »Ein Augenblick«, brummte er, »in diesem Zusammenhang hat mir mein Vater einmal etwas gesagt. Ich glaube, es ging dabei um Folgendes. Ein Zauberer, der weiß, dass er nicht mehr lange lebt, kann seine, äh, 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 Zauberei auf einen, äh, äh, Nachfolger übertragen. Äh, 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 ist das, äh, äh, richtig?« »Du hast es bemerkenswert klar ausgedrückt.« »Ja«, bestätigte der Magier. »Mit, äh, 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 anderen, äh, Worten, äh, du wirst also, äh, sterben?« »In der Tat«, die Katze schnurrte, als der Mann sie hinter den Ohren kraulte. Der Schmied wirkte verlegen. »Wann?« Der Zauberer überlegte. »Äh, äh, in etwa sechs Minuten.« »Oh!« »Sei unbesorgt«, fügte der Taumaturge hinzu. »Ich freue mich sogar darauf, wenn ich ganz offen sein darf. Wie ich hörte, ist das Sterben völlig schmerzlos.« Der Schmied runzelte die Stirn. »Woher willst du das wissen?« erkundigte er sich. Der Zauberer überhörte diese Frage. Er sah aus dem Fenster zur Brücke und hielt im wogenden Dunst nach verräterischen Hinweisen Ausschau. »Nun«, seufzte der Schmied, »du solltest mir besser erklären, wie man einen Zauberer erzieht. Weißt du, in dieser Gegend gibt es nicht besonders viele. Das wird sich von allein regeln. Erwiderte Billet munter. Die Magie hat mich zu dir geführt und bestimmt kümmert sie sich auch um den Rest, wie üblich. »Habe ich da einen Schrei gehört?« Der Schmied starrte zu der Gehen auf. Im Zimmer über der Werkstatt füllten sich zwei kleine Lungenflügel mit Luft und ließen sie voller Begeisterung entweichen. Das dabei erklingende Geräusch übertönte sogar das laute Prasseln des Regens. Der Zauberer lächelte. »Lass ihn herbringen«, schlug er vor. Die Katze richtete sich auf und blickte interessiert in Richtung Tür. Als der Schmied an die Treppe herantrat und etwas rief, sprang sie herunter, näherte sich den Stufen und schnurrte wie eine Bandsäge. Kurze Zeit später kam eine hochgewachsene, weißhaarige Frau herein und zeigte dem Schmied ein deckenumhülltes Bündel. Er nickte knapp und führte sie hastig zum Zauberer. »Aber«, begann sie. »Dies ist eine sehr wichtige Angelegenheit«, sagte der Schmied ernst. »Was tun wir jetzt, Herr?« Der Magier hob seinen fast zwei Meter langen, armdicken Stab. Die Schnitzmuster schienen sich zu verändern, während der Schmied sie betrachtete, so als wollten sie ihm nicht zeigen, was sie darstellten. »Das Kind muss ihn halten«, sagte Drumbillet. Der Schmied nickte und tastete im Deckenbündel umher, bis er eine winzige, rosafarbene Hand entdeckte. Behutsam führte er sie zum Stab, und die kleinen Finger schlossen sich fest um das Holz. »Aber«, wandte die Hebamme ein. »Es ist alles in Ordnung, Granny«, sagte der Schmied, »mach dir keine Sorgen« und an den Zauberer gerichtet. »Nein, sie ist eine Hexe, Herr. Lass dich von ihr nicht stören. Was nun?« Der Taumaturge schwieg. »Was sollen wir jetzt?« Der Schmied brach ab, beugte sich vor und musterte das Gesicht des alten Mannes. Billet lächelte, doch es blieb ein Rätsel, was ihn so erheiterte. Der Schmied erreichte den Säugling der Hebamme zurück, die inzwischen der Verzweiflung nahe zu sein schien. Dann löste er die dürren, blassen Finger des Magiers so behutsam wie möglich vom Zauberstab. Er fühlte sich sonderbar schmierig an, und irgendetwas knisterte wie statische Elektrizität. Das Holz war fast schwarz, aber die geschnitzten Verzierungen wirkten ein wenig heller, und als er versuchte, sich darauf zu konzentrieren, entwickelten sie ein beunruhigendes Eigenleben. »Bist du jetzt zufrieden?« fragte die Hebamme. »Wie? Oh ja, eigentlich schon. Warum?« Die weißhaarige Frau zog einen Deckenzipfel beiseite. Der Schmied starrte auf eine bestimmte Stelle des winzigen Körpers und schluckte. »Nein«, hauchte er. Er sagte. »Und Leute wie er sind natürlich Experten auf diesem Gebiet, nicht wahr?« erwiderte Granny spöttisch. »Aber er war sicher, es sei ein Sohn.« »Sieht mir ganz und gar nicht nach einem Söhnchen aus, du Dummkopf!« Der Schmied ließ sich ächzend auf den Stuhl sinken und schlug die Hände vors Gesicht. »Was habe ich getan?« stöhnte er. »He, he, du hast der Welt die erste Zauberin gegeben,« stellte die Hebamme fest. »Puppidi, Puppidi, 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 Puppi, 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 Puh!« »Wie?« »Hä, ich meinte das Kind!« Die weiße Katze schnurrte und krümmte den Rücken, so als striche sie um die Beine eines alten Freundes, was man nur als seltsam bezeichnen konnte, denn es war niemand da. »Hä, hä, ich glaube, mir ist ein schwerer Fehler unterlaufen,« sagte eine Stimme, die kein Sterblicher zu hören vermag. »Ich habe mich darauf verlassen. Die Magie wisse schon, was richtig sei.« »Vielleicht stimmt das auch.« »Wenn ich doch nur eingreifen könnte.« »Es gibt kein Zurück.« »Kein Zurück«, lautete die dunkle, hohlklingende Antwort. Es hörte sich an, als schließe sich langsam die Pforte einer Gruft. Der aus reinem Nichts bestehende Dunsthauch namens Drumbillet dachte nach. »Aber sie wird eine Menge Probleme bekommen.« »Probleme sind das Gewürz des Lebens, behauptet man jedenfalls. Ich spreche natürlich nicht aus eigener Erfahrung.« »Wie wär's mit einer Reinkarnation?« Der Tod zögerte. »Das gefiel dir bestimmt nicht. Glaub mir,« erwiderte die Grabesstimme. »Und doch scheint so etwas seit einiger Zeit in Mode gekommen zu sein.« »Mann muss die entsprechende Technik beherrschen. Die meisten fangen ganz unten an und arbeiten sich langsam hoch. Ach, du hast ja keine Ahnung, wie schrecklich es ist, eine Ameise zu sein.« »Hüble Sache, was?« »Noch weitaus schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Und mit deinem Karma wäre die Wiedergeburt als Ameise noch sehr großzügig.« Inzwischen weilte das Baby wieder bei der Mutter. Der Schmied saß betrübt in seiner Werkstatt und starrte in den Regen hinaus. Drumbillet kraulte die Katze hinter den Ohren und erinnerte sich an sein Leben. Es war recht lang gewesen, einer der Vorteile, ein Zauberer zu sein, und er hatte viele Dinge angestellt, die er nun zu bedauern begann. Er hielt den Zeitpunkt für gekommen, seine guten Vorsätze endlich ernst zu nehmen. »Weißt du, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit,« sagte der Tod ein wenig vorwurfsvoll. Der Magier blickte auf die Katze herab und bemerkte erst jetzt, wie komisch sie aussah. Die Lebenden begreifen nur in den seltensten Fällen, wie merkwürdig die Welt anmutet, wenn man sie aus der Perspektive eines Toten betrachtet. Der Tod befreit den Geist zwar aus der Zwangsjacke dreier Dimensionen, aber er trennt ihn auch von der Zeit, bei der es sich um eine weitere Dimension handelt. Die Katze, die nun an Billets unsichtbaren Beinen entlangstrich, war zweifellos jenes Tier, das er vor einigen Minuten gestreichelt hatte. Gleichzeitig aber sah er noch ein blindes Junges, eine greise Katzendame und alle Stadien dazwischen, was Gelinde gesagt, verwirrend wirkte. Das hypertemporale Geschöpf begann klein und endete dick. Er weckte somit den Eindruck einer Karotte vom Typ Felis Domestica, eine Beschreibung, die genügen muss, bis irgendjemand vierdimensionaler Adjektive entwickelt. Knöcherne Hand des Todes klopfte Billet sanft auf die Schulter. Komm jetzt, mein Lieber! Kann ich ihr überhaupt nicht helfen? Das Leben ist für die Lebenden, wie dem auch sei. Du hast dir deinen Zauberstab gegeben. Ja, das stimmt. Die Hebamme hieß Granny, Oma, Wetterwachs und war eine Hexe. Daran hatten die Bewohner der Spitzhornberge nichts auszusetzen. Sie begegneten Hexen mit freundlichem Respekt, denn sie wollten morgens in der gleichen Gestalt erwachen, in der sie abends zu Bett gingen. Der Schmied starrte noch immer finster in den Regen, als Granny in die Werkstatt zurückkehrte und ihn mit warziger Hand am Arm berührte. Er blickte zu ihr auf. Was soll ich nur tun, Oma? fragte er und versuchte erst gar nicht, das Flehen aus seinem Tonfall zu verbannen. Wo befindet sich die Leiche des Zauberers? Ich habe sie in den Schuppen gebracht. Ist das in Ordnung? Ich denke schon, entgegnete Granny Wetterwachs energisch. Wir kümmern uns später darum. Sie holte Tiefluft. Du musst jetzt den Zauberstab verbrennen. Sie drehten sich beide um und beobachteten den dicken Stab, den der Schmied in die dunkelste Ecke des Zimmers gestellt hatte. Er schien, ihre Blicke zu erwidern. Aber er ist magisch, flüsterte der achtfache Vater. Na und? Ich meine, kann ihm Feuer überhaupt etwas anhaben? Er besteht aus Holz, oder? Und Holz brennt, nicht wahr? Aber ist das richtig? Ich meine, Oma Wetterwachs schloss die breite Tür, stemmte die Arme in die Hüften und schnaufte. Jetzt hör mir mal gut zu, Gordon Schmied, sagte sie. Zauberinnen sind ebenfalls nicht richtig. Derartige Magie eignet sich nicht für Frauen, nur für männliche Taumaturgen. Es geht dabei um Bücher und Sterne und andere geheimnisvolle Dinge wie zum Beispiel Gemetrie. Das ist zu hoch für deine Tochter. Und außerdem, wer hat jemals von einer Zauberin gehört? Hä? Und was ist mit Hexen? fragte der Schmied unsicher. Und Beschwörerinnen? Hexen stehen auf einem ganz anderen Blatt, behauptete Granny Wetterwachs kühn. Ihre Magie kommt aus dem Boden, nicht vom Himmel. Und Männer könnten damit nicht umgehen. Sie kriegen einfach nicht den richtigen Dreh raus, was Beschwörerinnen angeht, die Hebamme schnitt eine Grimasse. Sie sind nicht besser als Ihr Ruf, vertrau mir. Verbrenn den Stab, begrab die Leiche und vergiss die ganze Sache. Gorduschmied nickte zögernd, trat an die Esser heran und betätigte den Blasebalk bis Funkenstoben. Dann wandte er sich dem Zauberstab zu. Er rührte sich nicht von der Stelle. Er rührt sich nicht von der Stelle. Schweiß perrte auf der Stirn des Mannes, als er an dem Holz zerrte. Es verharrte trotzig in der Ecke. Lass es mich mal versuchen, schlug Granny vor und schob sich an ihm vorbei. Es knallte dumpf, und der Schmied nahm einen Geruch wahr, der an verbranntes Zinn erinnerte. Mit einem leisen Wimmern eilte Gordo durch die Kammer und beugte sich über Oma Wetterwachs, die an der gegenüberliegenden Wand zu Boden rutschte. Wie geht es dir? Hast du dir was gebrochen? Granny öffnete zwei Augen, die wie zornige Diamanten funkelten. Ich verstehe. So ist das also. So ist was? fragte der Schmied verdutzt. Hilf mir auf, du Narr, und besorg mir eine Axt. Angesichts ihrer Stimme hielt es Gordo für angeraten, sofort zu gehorchen. Rasch lief er zu einem unförmigen Haufen in einer anderen Ecke des Zimmers, suchte mit zunehmender Nervosität und zog schließlich ein besonders großes Beil aus dem Gerümpel. Gut, und jetzt nimm die Schürze ab. Warum denn? Was hast du vor? Der Schmied hatte das unangenehme Gefühl, dass er allmählich die Übersicht verlor. Granny seufzte verzweifelt. Du, sie besteht aus Leder, du Idiot. Ich möchte sie um den Griff wickeln. Der Zauberstab soll mich nicht noch einmal auf diese Weise erwischen. Der Schmied nahm die große Schürze ab und reichte sie der Hexe sehr langsam und vorsichtig. Oma Wetterwachs nahm sie entgegen, prüfte das Leder, umhüllte damit den Stiel der Axt und holte mehrmals versuchsweise aus. Dann schlich sie durch den Raum, eine spinnenartige Gestalt im Schein der fast weißglühenden Esse, näherte sich geduckt dem Zauberstab, hob ihre Waffe und ließ den geschärften Stahl mit einem triumphierenden Ächzen auf den magischen Widersacher herabsausen. Irgendetwas klickte, irgendetwas schnatterte, wie ein aufgeregtes Rebhuhn, irgendetwas pohrte. Dann herrschte Stille. Gordo Schmid hob zögernd die Hand und wagte es nicht den Kopf zu bewegen, als er nach der Beilklinge tastete. Der Schaft fehlte und das empört glitzernde Metall steckte einen Millimeter über Gordos linkem Ohr in der Tür. Oma Wetterwachs starrte auf den Axtgriff in ihrer Hand, verzog das Gesicht und schüttelte sich benommen. Es war gewiss nicht leicht, auf ein absolut unbewegliches Objekt einzuschlagen und nicht die Fassung zu verlieren. ist doch nur ein Holz Stab Nur ein Holz Stab Hast du eine bessere Idee, vorzugsweise eine, bei der ich den Kopf auf den Schultern behalte? Oma Wetterwachs starrte wütend auf den Zauberstab. Er gab vor, ihr keine Beachtung zu schenken. Im Augenblick nicht, gestand sie ein, aber wenn ich genügend Zeit habe, gründlich nachzudenken, schon gut, schon gut. Nun, es wartet Arbeit auf mich. Ich muss einen Zauberer begraben und so weiter. Du weißt ja, wie das ist. Gordo griff nach einem Spaten und zögerte. Granny? Ja? Weißt du, wie die Zauberer begraben werden möchten? Tee, und ab. Wie denn? Oma Wetterwachs blieb an der Treppe stehen. Wieder will ich. Später wurde es dunkel, als das letzte Licht des Tages langsam aus dem Tal floss und der Nacht wich. Ein fahler, regennasser Mond kletterte über den schwarzen Himmel, begleitet von flackernden Sternen. Im dunklen Garten hinter der Schmiede war, das gelegentliche Klirren eines Spatens oder ein gedämpfter Fluch zu hören. Im Zimmer über der Werkstatt schlief die erste Zauberin der Scheibenwelt in einer Wiege und träumte von... Ah, äh, eigentlich träumte sie gar nicht. Die weiße Katze döste auf einem Schemel hinter dem Ofen. Das einzige Geräusch in der warmen Esse stammte von den Kohlen, die mit einem leisen Knistern unter grauer Asche abkühlten. Der Zauberstab stand in der Ecke und fühlte sich recht wohl. Die Schatten in seiner Nähe schienen etwas dunkler zu sein, als es Schatten normalerweise sind. Die Zeit nahm ihre Pflicht wahr und verstrich. Irgendwo klimperte etwas und verdrängte Luft zischte kaum hörbar. Nach einer Weile hob die Katze den Kopf und beobachtete aufmerksam, was im Zimmer geschah. Der Morgen graute und von den Spitzhornbergen ausgesehen, wirkte die Dämmerung überaus beeindruckend, erst recht dann, wenn ein ordentlicher Regenguss den Staub aus der Luft gespült hatte. Die kleineren Gipfel und Berge vor dem Kavtal erstrahlten in purpurnen und orangefarbenen Tönen, als das Morgenlicht über sie hinweg tropfte. Manche Leute sprechen in diesem Zusammenhang von goldenem Sirup. Es sei daran erinnert, dass die Scheibenwelt in ein ausgedehntes magisches Feld gehüllt ist, in dem Licht zu Trägheit und Srei neigt. In der fernen Ebene verharrten einige dunkle Pfützen der Nacht und jenseits davon deutete ein gelegentliches Funkeln auf die Fluten des Meeres hin. Tatsächlich konnte man von blödes Kaff aus bis zum Rand der Welt sehen. Damit versucht der Autor nicht etwa seine metaphorische Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Nein, er beschreibt schlicht und einfach eine Tatsache. Immerhin ist die Scheibenwelt flach wie ein Pfannkuchen beziehungsweise eine Pizza von der kulinarischen Version Calzone einmal abgesehen. Und jedermann weiß, dass sie von vier Elefanten getragen wird, die ihrerseits auf dem Rücken der riesigen Sternenschildkröte Groß Arthuin stehen. Das Dorf erwacht allmählich. Der Schmied hat bereits seine Werkstatt aufgesucht und dort mit ziemlichem Erstaunen festgestellt, dass sie so gut aufgeräumt ist, wie schon seit hundert Jahren nicht mehr. Alle Instrumente befinden sich an ihrem Platz, der Boden ist gefegt und im Brennofen lodert ein prächtiges Feuer. Gordo nimmt auf dem großen Amboss Platz, der mitten im Raum steht, wo er hingehört, betrachtet den Zauberstab und versucht nachzudenken. Während der nächsten sieben Jahre beschränkten sich die erwähnenswerten Ereignisse darauf, dass im Garten hinter der Schmiede ein Apfelbaum wesentlich schneller wuchs als die anderen. Häufig kletterte ein kleines Mädchen daran hinauf. Es hatte braunes Haar, eine deutlich sichtbare Zahnlücke und Gesichtszüge, die zwar nicht unbedingt hinreißende Schönheit versprechen, aber doch eine auffällige Attraktivität. Das Mädchen hieß es Carina, wofür es keinen besonderen Grund gab. Seine Mutter fand einfach nur Gefallen an der Klangfarbe dieses Namens. Granny, Oma Wetterwachs, beobachtete es aufmerksam, ohne irgendwelche Anzeichen von Magie zu erkennen. Sicher, Escarina verbrachte mehr Zeit damit, auf Bäume zu klettern und schreiend herumzulaufen als andere Mädchen, aber immerhin lebte sie mit vier älteren Brüdern unter einem Dach und das erklärte eine ganze Menge. Nach einer gewissen Zeit entspannte sich die Hexe und kam erleichtert zu dem Schluss, dass die Zauberei ohne Einfluss geblieben war. Aber Magie hat die Angewohnheit, so auf der Lauer zu liegen, wie eine Harke, die jemand im hohen Gras vergessen hat. Erneut zog der Winter ins Gebirge und diesmal war es ein strenger, ein sehr strenger. Die Wolken hingen wie fette Schafe über den Gipfeln der Spitzhornberge, füllten die Täler mit Schnee und luden ihre kalten Lasten auch über den Wäldern ab, deren Bäume unter dem schweren Weiß ächzten. Die hohen Pässe wurden geschlossen und die nächsten Karawanen erwartete man erst im kommenden Frühjahr. Blödes Kaff verwandelte sich in eine Oase der Wärme und Geborgenheit. Ich mache Wachs, meinte Esks Mutter beim Frühstück. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Gordo Schmid stocherte in seinem Haferbrei. Darüber beklage ich mich nicht, erwiderte er. Sie hat eine lange Nase, warf es Karina ein. Von derart taktlosen Bemerkung halte ich nichts, tadelte sie ihre Mutter. Aber Vater hat mehrmals gesagt, sie stecke dauernd ihre lange Nase in seine Eskarina. Aber er sagte ich sagte gerade ja ich weiß aber er sagte Gordo beugte sich vor und gab seiner Tochter eine Ohrfeige. Er schlug natürlich nicht hart zu und außerdem bereute er es sofort. Seine Söhne bekamen eine Tracht Prügel, wenn sie es verdienten und manchmal bestrafte er sie auch mit einem Lederriemen. Eskarina war nicht in dem Sinne ungezogen. Die Schwierigkeiten mit ihr bestanden in erster Linie darin, dass sie selbst dann hartnäckig an einem Thema festhielt, wenn man sie aufforderte, davon abzulassen. So etwas machte ihn immer nervös. Das Mädchen brach in Tränen aus. Gordo stand auf und stapfte in Richtung Schmiede davon, verlegen und wütend auf sich selbst. Kurz darauf ertönte ein lautes Knacken, gefolgt von einem dumpfen pochen. Esks Mutter und ihre Sprösslinge fanden den Schmied reglos auf dem Boden liegen. Als er nach einer halben Stunde zu sich kam, behauptete er steif und fest, er sei mit dem Kopf an die Tür geprallt. Was seinen besorgten Zuhörern seltsam erschien, denn Gordo war keineswegs sehr groß und die Tür hat ihm immer genug Platz geboten. Doch der Schmied meinte, die schemenhafte Bewegung in einer besonders dunklen Ecke der mit dem zu tun, was ihm zugestoßen sei. Dieser Zwischenfall drückte dem folgenden Tag irgendwie seinen Stempel auf. Geschirr zerbrach, man trat sich gegenseitig auf die Füße und es herrschte eine gereizte Stimmung. Esks Mutter ließ einen Krug fallen, der von ihrer Großmutter stammte und als sie wenig später den Dachboden aufsuchte, musste sie feststellen, dass in einer Kiste alle Äpfel verfault waren. Das Feuer in der Schmiede qualmte verdrießlich und weigerte sich richtig zu brennen. Der älteste Sohn Njaims rutschte auf dem vereisten Weg aus und verletzte sich am Arm. Die weiße Katze oder eine ihrer Nachkommen und die Katzen führten ein privates und recht intensives Familienleben im Heuschober neben der Schmiede, kletterte im Kamin der Spülküche hoch und lehnte es ab, wieder herunterzukommen. Selbst der Himmel schien grauer zu sein als sonst und trotz des Schnees roch die Luft schal und stickig. Angespannte Nerven, Langeweile und schlechte Laune drohten, die figürliche Lunte zu entzünden und der symbolische Pulverfass zur Explosion zu bringen. So, jetzt reicht's mir, entfuhr es Mutterschmied. Ich hab endgültig die Nase voll. Zern, geh mit Gulter und Esk zu Oma Wetterwachs und hey, wo ist Eskarina? Die beiden Jungen führten einen halbherzigen Kampf unter dem Tisch und legten eine kurze Pause ein. Im Garten, antwortete Gulter, schon wieder, dann holt sie und verschwindet. Aber es kalt draußen. Und der Schneid folgt einfach der Straße. Sie ist deutlich genug zu sehen. Und was die Kälte angeht, es kann gewiss nicht schaden, wenn sich eure erhitzten Gemüter ein bisschen abkühlen. Außerdem, wer wollte denn unbedingt einen Schneemann bauen, als die ersten Flocken fielen? Los, bewegt euch und kehrt erst zurück, wenn ihr euch wieder daran Jungen mochten ihn nicht besonders und das hatte mehrere Gründe. Zum Beispiel war er so voller Misteln, dass er sogar im Winter grün blieb. Die Früchte wurden nicht größer als Herzkirschen. An einem Tag schmeckten sie so sauer, dass sich der ganze Mund zusammen zog und am nächsten verdarben sie bereits und dienten Wespen als Heimstatt. Er erweckte zwar den Eindruck, man könnte ihn leicht erklimmen, aber er neigte dazu, dem nichtsahnenden Kletterer seltsame Streiche zu spielen. Äste gaben nach und Füße rutschten an zuvor völlig fester Borke ab. Zern behauptete, einmal sei nur deshalb ein Zweig geknickt, um ihn hinunterstürzen zu lassen, wie dem auch sei. Der Baum tolerierte Escarina, die ihn immer dann erstieg, wenn sie sich über irgendetwas ärgerte oder schlicht allein sein wollte. Und die das ihr brüderliches Recht, die Schwester aufzuziehen, am Fuße des Stamms endete. Aus diesem Grund warfen sie nur einen Schneeball nach ihr, er verfehlte das Ziel. Wir statten der alten Wetterwachs einen Besuch ab, aber du brauchst uns nicht zu begleiten. Du würdest uns ohnehin nur aufhalten und weinen. Esk sah ernst auf sie herab. Sie weinte nur selten, weil sie wusste, dass es kaum etwas nützte. Wenn ihr wollt, dass ich hier bleibe, komme ich mit, erwiderte sie, ein typisches Beispiel für die unter Geschwistern gebräuchliche Logik. Oh, wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns begleitest, sagte Gulda hastig. Freut mich, das zu hören, entgegnete Eskarina, sprang und landete im hohen Schnee. Ihre beiden Brüder führten einen Korb bei sich, der geräucherte Würstchen, eingelegte Eier und, da ihre Mutter ebenso klug wie großzügig war, auch einen Krug mit Pfirsich Marmelade enthielt, die in der Familie keinen großen Anklang fand. Trotzdem zog Frau Schmid jedes Jahr im Sommer los und pflückte wilde Pfirsiche, um erneut einen großen Vorrat anzulegen, auf den niemand sonderlichen Wert legte. Die Bewohner von Blödes Kraft hatten sich an die harten Winter gewöhnt und entlang der aus dem Ort führenden Straßen hohe Zäune errichtet, die Schneewehen auf dem Weg verhindern und Wanderern vor allem Besuchern aus Wenn sich Einheimische verirrten, so gerieten sie kaum in Gefahr. Irgendein unbesungenes Genie des Dorfrates hatte vor einigen Generationen vorgeschlagen, jeden zehnten Baum im Wald außerhalb des Ortes mit bestimmten Kennungen zu versehen, und zwar bis in eine Entfernung von fast zwei Meilen. Dieses gewaltige Unternehmen dauerte viele Jahre lang und oftmals widmeten sich Männer in ihrer freien Zeit der verantwortungsvollen Aufgabe, die Schnitzzeichen in den vielen Stämmen zu erneuern. Manchmal tobten im Winter so heftige Schneestürme, dass man nicht einmal dann nach Hause zurückfand, wenn man einige Meter vor der eigenen Tür stand, und die Kerbenmuster in der Borge hatten schon so manches Leben gerettet, indem sie furchtsam zitternden und besorgt tastenden Fingern den Weg wiesen. Es begann erneut zu schneien, als Escarina und ihre Brüder die Straße verließen und den schmalen Pfad zum Haus der Hexe beschritten. Im Sommer wuchsen dort Himbeersträucher und große Büsche, doch jetzt war alles weiß. Keine Fußspuren, sagte Zern. Nur die von Füchsen, fügte Gulda hinzu. Es heißt, Granny könne sich in einen Fuchs verwandeln oder in irgendein anderes Geschöpf, sogar in einen Vogel. Dadurch hält sie sich ständig auf dem Laufenden. Sie blickten sich vorsichtig um und tatsächlich. Eine in die Jahre gekommene Krähe hockte auf einem nahen Baum stumpf und beobachtete sie. Wie ich hörte, soll es auf Ritzenhöhe eine ganze Familie geben, die die Gestalt eines Wolfsrudels annehmen kann, sagte Gulda, der einen vielversprechenden Gesprächsgegenstand gern ausführlich erörterte. Wisst ihr, eines Nachts schoss jemand auf einen Wolf und am nächsten Tag humpelte die Familientante mit einer Feilwunde im Bein durch die Gegend. Ich glaube nicht, dass Menschen in der Lage sind, sich in Tiere zu verwandeln, erwiderte Esk langsam. Und warum nicht, Fräulein Schlaukopf? Granny ist ziemlich groß. Wenn sie die Gestalt eines Fuchses annehme, was geschehe dann mit all den Körperteilen, die nicht unters Fell passen, hä? Sie würde sie einfach wegzaubern, meinte Zern. Ich bezweifle, ob die Vorstellung von Magie hast, sagte Eskarina. Man kann nicht einfach irgendwelche Dinge beschwören. Es gibt da eine Art Wippe. Wenn man aufs eine Ende drückt, kommt das andere in die Höhe. Sie verstummte. Ihre beiden Brüder starrten sie groß an. Oma Wetterwachs auf einer Wippe? fragte Gulda skeptisch, Zern lachte. Nein, ich wenn irgendetwas geschieht, muss auch irgendetwas anderes passieren, glaube ich. Eskarina runzelte verwirrt die Stirn und wich einer ungewöhnlich hohen Schneewehe aus. nur in der anderen Richtung. Das ist doch Unsinn, sagte Gulda. Erinnerst du dich noch an das Fest im letzten Sommer, an den Zauberer der lebende Trauben und die merkwürdigsten Dinge, aus dem Nichts erscheinen ließ? Äh, ja, er murmelte einfach ein paar magische Worte, hob die Arme und schon flatterten Vögel aus seinem Hut. Es gab nirgends eine Wippe. Aber eine Schaukel, warf Zern ein, und eine Bude, in der man Dinge nach Dingen werfen musste, um Dinge zu gewinnen. Äh, und du hast nichts getroffen. Du auch nicht. Du sagtest, die Dinge seien an Dingen befestigt, sogar sie gar nicht herunterfallen konnten. In diesem Stil ging es eine Zeit lang weiter und schon nach wenigen Minuten vergaßen Gulter und Zern die Bemerkungen ihrer Schwester. Esk hörte ihnen nur mit halbem Ohr zu. Ich weiß genau, was ich meine, fuhr es ihr durch den Sinn. Magie ist ganz leicht. Man muss nur die Stelle finden, wo sich alles im Gleichgewicht befindet und dort Druck ausüben. Äh, ein Kinderspiel hat überhaupt nichts Marisches an sich. Die ganzen kosmischen Worte und Gesten dienen nur dazu, um, um, sie brach den Gedankengang überrascht ab. Sie wusste tatsächlich, was sie meinte. Das entsprechende Vorstellungsbild gewann klare Konturen vor ihrem inneren Auge. Aber ihr fehlten die Worte, um es mit angemessener Genauigkeit zu beschreiben. Es ist nicht gerade angenehm, ein Puzzlespiel im eigenen Kopf zu finden und nicht zu wissen, wie man es zusammensetzen soll. Komm endlich, wenn du nicht die Nacht hier verbringen willst. Escarina schüttelte den Kopf und folgte ihren beiden Brüdern. Das Heim der Hexe bestand aus so vielen Erweiterungen und Anbauten, dass man kaum mehr erkennen konnte, wie das ursprüngliche Gebäude ausgesehen und ob es überhaupt eins gegeben hatte. Während des Sommers wuchsen überall Pflanzen, die Oma Wetterwachs ganz allgemein als Kräuter bezeichnete, seltsame Gewächse, die aus haarigen Stängeln, stacheligen Blättern und schlangenartigen Ranken bestanden, ausgestattet mit sonderbaren Blüten, bunten Früchten und seltsamen aufgedunsenen Schoten. Nur Granny wusste, wozu sie dienten. Und wenn eine Ringeltaube hungrig war, um von dem exotischen Angebot zu kosten, so gab es zwei Möglichkeiten. Entweder kehrte sie schon nach kurzer Zeit kichernd und taumelnd in den Wald zurück, oder sie blieb für immer verschwunden. Jetzt lag alles unter einer hohen Schneedecke. Ein zerfranster Windsack flatterte an einem Pfahl. Granny hielt nicht viel vom Fliegen, aber einige ihrer Freundinnen benutzten noch immer Besenstiele. Schein verlassen zu sein, sagte Zern. Kein Rauch, stellte Gulta fest. Die Fenster sahen wie finster starrende Augen aus, fand Esk, behielt diesen Gedanken aber für sich. Es ist nur Grannys Haus, sagte sie, weiter nichts. Eine Aura der Leere hüllte die Hütte ein, das spürten sie ganz deutlich. Und vor dem Hintergrund des Schnees wirkten die Fenster tatsächlich wie schwarze und drohend blickende Augen. Außerdem ließ im Winter kein Bewohner der Spitzhornberge sein Feuer erlöschen, das war eine Frage des Stolzes. Eskarina hätte am liebsten vorgeschlagen, lass uns nach Hause zurückkehren, doch sie wusste, dass ihre Brüder sofort einverstanden gewesen wären und deshalb meinte sie, Mutter hat gesagt, es hinge ein Schlüssel im Abort. Zern und Gulter zuckten unwillkürlich zusammen. Selbst ein völlig normaler unbekannter Abort hielt banale Schrecken bereit, zum Beispiel Wespennester, dicke Spinnen, geheimnisvolle Dinge, die unter der hohen Decke raschelten und möglicherweise in einem besonders kalten Winter einen Winterschlaf haltenden kleinen Bären, der bei der ganzen Familie Verstopfung verursachte, bis man ihn überreden konnte, im Heuschober weiterzuschlafen. Er mochte wissen, was einen im Abtritt einer Hexe erwartete. Soll ich mal nachsehen? fragte Eskarina. Wenn du unbedingt willst, erwiderte Gulter wie beiläufig und es gelang ihm fast seine Erleichterung zu verbergen. Schnee bildete eine hohe Barriere vor der Pforte und als es esk schließlich gelang, die Türe aufzuziehen, hob sie überrascht die Brauen. Ihr Blick fiel in eine saubere und ordentliche Kammer, die nichts Unheilvolleres als einen alten Almanach enthielt, genauer gesagt, die Hälfte eines alten Almanachs, die an einem Nagel hing. Oma Wetterwachs las mindestens ebenso gern wie Fische am Strand liegen und sich sonnen, aber sie vertrat die Auffassung, dass Bücher, insbesondere die Exemplare mit angenehmen dünnen Seiten, durchaus einen gewissen Zweck erfüllten. Der Schlüssel teilte sich die Leiste an der Tür mit einer Schmetterlingspuppe und einem Kerzenstummel. Escarina griff vorsichtig danach, achtete darauf, die metamorphierende Raupe nicht zu stören und eilte zu den wartenden Jungen zurück. Es war zwecklos, es an der Vordertür zu versuchen. Ein blödes Kaff wurden Vordertüren nur von Bräuten oder Leichen benutzt und Granny hatte immer sorgfältig vermieden, das eine oder andere zu werden. Hinter der Hütte stießen Esk und ihre Brüder auf weitere Schneewehen und bemerkten eine dicke Eisschicht auf dem Wasser in der Regentonne. Das Tageslicht strömte bereits vom Himmel, als sie sich zur Tür durchgruben und den Schlüssel ins Schloss schoben. Die große Küche begegnete ihnen mit Dunkelheit und Kühle und es roch dort nur nach Schnee. In solchen Zimmern war es natürlich immer dunkel, aber normalerweise sollte im breiten Kamin ein großes Feuer brennen und den blubbernden Inhalt eines großen Kessels erhitzen. Esk hatte keine Ahnung, was Hexen immer zu kochten, aber sie wusste vom Hören sagen, dass man von den dünnsten Kopfschmerzen bekam oder plötzlich seltsame Dinge sah. Voller Unbehagen wanderten sie umher und riefen mehrmals Grannys Namen, bis Esk schließlich entschied, dass sie es nicht länger vermeiden konnten, den ersten Stock aufzusuchen. Die Klinke der Tür, die ins Treppenhaus führte, quietschte lauter als gewöhnlich. Oma Wetterwachs lag mit verschränkten Armen auf dem Bett. Das kleine Fenster stand offen und pulvriger Schnee formte eine weiße Patina, die bis zur Matratze reichte. Esk starrte auf die Flickendecke unter der alten Frau und von einem Augenblick zum anderen schien sie in die Breite zu wachsen und ihr ganzes Blickfeld auszufüllen. Wie aus weiter Ferne hörte sie Zerns Schrei. Ihre Gedanken kehrten in die Vergangenheit zurück und sie entsann sich daran, wie Vater Schmid diese Decke angefertigt hatte, vor zwei Wintern, als der Schnee fast ebenso hoch lag und es in der Werkstatt nicht viel zu tun gab. Sie beobachtete ihn dabei, wie er alle jene Stofffetzen verwendete, die es durch irgendeine Laune des Schicksals nach blödes Kraft verschlug, zum Beispiel Seide, die Lämmerleder, Wasserwolle und Targarleinen. Da man mit einem Schmiedehammer nicht besonders gut nähen konnte, bestand das Ergebnis aus einem unansehnlichen Etwas, das kaum wie eine Steppdecke aussah, sondern eher einer flachen Schildkröte ähnelte, woraufhin Esks Mutter weise beschloss, Oma Wetterwachs ein großzügiges Geschenk zu machen. Ist sie tot? Gulta wandte sich an Eskarina, als sei seine Schwester eine Expertin auf diesem Gebiet. Esks starrte auf die Hexe hinab. Ihr Gesicht war eingefallen und grau, und die reglose Brust deutete darauf hin, dass sie das Atmen für unnötig und lästig hielt, traf diese Beschreibung auf Tote zu. Gulta straffte tapfer die Schultern. Wir sollten gehen und jemandem Bescheid geben, brachte er heiser vor, und ich schlage vor, wir machen uns unverzüglich auf den Weg, denn es wird bald dunkel. Er holte Tiefluft und fügte hinzu, aber Tern bleibt hier. Sein Bruder sah ihn entsetzt an. Warum? fragte er entgeistert. »Jemand muss Totenwache halten«, erklärte Gulta klug. »Erinnerst du dich? Als der alte Onkel Derkart starb, hockte Vater die ganze Nacht im Kerzenschein an seinem Bett. Wenn man eine Leiche einfach im Stich lässt, kommt irgendetwas grässliches, raubt einem die Seele und bringt sie irgendwo hin, fügte er unsicher hinzu, und dann ist man verheckscht, ich meine, dann spukt als dauernd und erbrach ab. Zern öffnete den Mund, um noch einmal zu schreien. »Ich bleibe«, warf es Carina hastig ein, »es macht mir nichts aus, ist doch nur die alte Granny. Gulta musterte sie erleichtert. »Steck ein paar Kerzen an«, schlug er vor, »oder eine Lampe, das tut man in solchen Fällen, glaube ich, und dann vom Fenster her vernahmen sie ein leises Kratzen. Eine Krähe hockte auf dem Sims und beäugte sie argwöhnisch. Gulta erschrak und warf seinen Hut nach ihr. Der Vogel flog mit einem vorwurfsvollen Krächzen davon und Esks Bruder klappte rasch die Fensterläden zu. »Ich hab sie hier schon mal gesehen«, sagte er, »ich glaube, Granny füttert sie«, äh, fütterte sie«, berichtigte er sich, wie dem aufkommt sie. Sie eilten die dunkle Treppe hinab, dass Carina ließ die beiden Jungen aus dem Haus und verriegelte die Tür hinter ihnen. Die Sonne schwebte als rote Scheibe dicht über den Bergen und einige frühe Sterne funkelten bereits am Himmel. Esk ging durch die finstere Küche und nach kurzer Suche fand sie eine kleine gezogene Kerze und eine Zunderbüchse. Es dauerte eine Weile, bis es ihr gelang, den Docht zu entzünden, aber das flackernde Licht erhellte das Zimmer nicht. Es bevölkerte die Dunkelheit nur mit Schatten. Sie entdeckte Grannys alten Schaukelstuhl, machte es sich darin gemütlich und wartete. Zeit verstrich, nichts geschah. Dann hörte es Carina ein leises Klopfen am Fenster. Sie griff nach der heruntergebrannten Kerze und spähte durch die dicke runde Scheibe. Ein gelbes Knopfauge erwiderte ihren Blick und zwinkerte. Die Kerze zischte leise und erlosch. Esk blieb wie erstarrt stehen und wagte es kaum zu atmen. Erneut ertönte das Klopfen und dann herrschte wieder Stille. Einige Sekunden später knarrte es an der Tür. Eskarina erinnerte sich an Gultas Hinweis » Vorsichtig tastete sie sich durchs Zimmer, fiel fast über den Schaukelstuhl, zog ihn zurück und gab sich alle Mühe, die Tür damit zu blockieren. Die Klinke quietschte. Esk wartete und lauschte dem Schweigen der Nacht, bis es ihr die Trommelfelle zu zerreißen schien. Plötzlich pochte etwas mit hartnäckiger Beharrlichkeit an das winzige Fenster in der Waschkammer und nach einigen Augenblicken geben und dort in ein dumpfes Schaben zu verwandeln. Eskarina dachte an lange Krallen, die über hartes Holz glitten und diese Vorstellung gefiel ihr ganz und gar nicht. Sie spürte, dass die Situation Mut erforderte, doch unter den gegebenen Umständen wehrte Tapferkeit nur so lange, wie eine Kerze Licht spendete. Sie kniff die Augen fest zu, durchquerte die dunkle Küche und verharrte an der Tür. Der Kamin knisterte, als ein dicker Rußbrocken herabfiel und als Eskarina das verzweifelte Kratzen hörte, das sich durch den Schornsteinschacht über der Feuerstelle näherte, riss sie die Riegel zurück, stieß die Pforte auf und stürmte nach draußen. Die Kälte traf sie wie ein Messerstich. Eine dünne Eisschicht glänzte auf dem Schnee. Eskarina hatte kein bestimmtes Ziel, als sie in den Wald lief, aber ihr Entsetzen erfüllte sie mit der unerschütterlichen Entschlossenheit, es so schnell wie möglich zu erreichen. Umgeben von Ruß landete die Krähe im Kamin und krächzte verärgert vor sich hin. Sie hüpfte durch die Schatten und nach einigen Sekunden öffnete sich die Tür des Treppenhauses mit einem widerspenstigen Knarren. Vogel breitete die fransigen Schwingen aus, flatterte über die Stufen und näherte sich dem Schlafzimmer. Esk wippte auf den Zehenspitzen, streckte die Arme aus und suchte an dem Baumstamm vor ihr nach einer Markierung. Diesmal wurde sie nicht enttäuscht. Doch das Kerbenmuster teilte ihr mit, dass die Entfernung zum Dorf über eine Meile betrug. Sie hatte die falsche Richtung eingeschlagen. Der blasse Mond am Himmel sah aus wie eine gelbe Käserinde, die in einem Meer aus spöttisch zwinkernden Sternen schwamm. Der Wald bot sich dem kleinen Mädchen als ein Labyrinth aus schwarzem Schatten und weißem Schnee dar. Esk schluckte, als sie feststellte, dass nicht alle Schatten reglos blieben. Jedermann wusste, dass Wölfe in den Bergen lebten, denn in manchen Nächten halte ihr Heulen von den hohen Graten herab. Aber sie wagten sich nur selten in die Nähe eines Dorfes. Bei den modernen Wölfen handelte es sich um die Nachkommen jener Ahnen, die nur deshalb überlebt hatten, weil sie rechtzeitig erkannten, dass menschliches Fleisch oft mit Pfeilspitzen gewürzt war. Doch es herrschte ein ausgesprochen strenger Winter, und bei diesem speziellen Rudel sorgte gehend in Vergessenheit gerieten. Escarina rief sich alle guten Ratschläge der Erwachsenen ins Gedächtnis zurück. Klettere in einen Baum, entzünde ein Feuer. Und wenn das nicht nützt, so bewaffne dich mit einem Knüppel und wehr dich deiner Haut. Versuch nie wegzulaufen, Wölfe sind schneller. Der Baum hinter ihr war eine Buche mit glattem Stamm, der nicht den geringsten Halt bot. Esk beobachtete einen langen Schatten, der sich von den anderen löste und langsam näher kam. Müde, ängstlich und benommen ging sie in die Hocke, tastete im brennend kalten Schnee nach einem losen Ast. Oma Wetterwachs schlug die Augen auf und starrte an die Decke, wo sich feine Risse zeigten und die wie ein Zeltdach durchhing. Sie versuchte umherhüpfen musste und Arme besaß, keine Schwingen. Nach dem Borgen sollte man immer eine Weile liegen bleiben, sich ausruhen und dem Bewusstsein Gelegenheit geben, sich wieder an den Körper zu erinnern, aber Granny wusste, dass die Zeit drängte. »Verflickst das Kind!« murmelte sie und trachtete danach, auf die Bettstange zu fliegen. Die Krähe beobachtete sie mit zurückhaltenden Interesse. Sie hatte dies alles schon oft erlebt und vertrat die Ansicht, soweit sich Vögel überhaupt eine Meinung bilden können, dass es durchaus seine Vorteile hatte, Granny einen Logenplatz in ihrem Kopf freizuhalten. Immerhin bekam sie dafür eine verlässliche Diät aus schimmelig gewordenen Schinkenkanten und Küchenabfällen und ein warmes Nest neben dem Kamin war ebenfalls nicht zu verachten. Die Hexe stieg in ihre Stiefel, polterte die Treppe hinunter und widerstand dabei der Versuchung, die Flügel auszubreiten und einen Gleitflug mit fatalen Folgen zu unternehmen. Die Tür stand weit offen und der Wind wehte Schnee herein. Auch das noch, seufzte die Hexe. Sie fragte sich, ob es die Mühe lohnte, nach Escarinas Geist Ausschau zu halten, entschied sich dann aber dagegen. Menschlichen Bewusstsein fehlte die klare und deutliche Ausprägung tierischer Gedankensphären und angesichts der Überseele des Waldes war eine unvorbereitete Suche ebenso erfolgversprechend wie das Gewitters dem Donnern eines Wasserfalls zu lauschen. Aber Granny brauchte sich gar nicht erst zu konzentrieren, um den Rudelinstinkt der Wölfe zu lokalisieren. Sie nahm ihn als ein stechendes prickelndes Gefühl wahr, das ihren Gaumen mit dem Geschmack von Blut kitzelte. Schmale Mulden zeigten sich im verkrusteten Schnee von kleinen Mädchen Füßen hinterlassen und herabrieselnde weiße Flocken füllten sie langsam wieder auf. Oma Wetterwachs brummte, fluchte halblaut, verknotete ihren Schal und stapfte los. Die weiße Katze lag auf ihrem Sessel hinter der Esse und erwachte, als sich in einer besonders dunklen Ecke der Werkstatt etwas rührte. Der Schmied hatte die massive Tür sorgfältig geschlossen und verriegelt, bevor er sich mit seinen beiden fast hysterischen Söhnen auf den Weg machte, und die Katze sah interessiert zu, als ein dünner Schatten aufs Schloss klopfte und anschließend die Angeln untersuchte. Das Portal bestand aus dickem Eichenholz, das im Laufe der Zeit durch die vom Brennofen ausgehende Hitze noch härter geworden war. Doch das bewahrte die Tür nicht davor, mit einem wuchtigen Hieb aus der Einfassung gerissen und auf die Straße geschleudert zu werden. Der Schmied vernahm ein dumpfes Brummen am Himmel, als er zusammen mit Sern und Gulta über dem Pfad marschierte, und auch Granny wurde darauf aufmerksam, ein entschlossenes Surren, wie der Flügelschlag eines Gänseschwarms. Irgendetwas zerfetzte die dunklen Wolken und verschwand in der Ferne. Die Wölfe bemerkten das Summen ebenfalls, als es sich dem Baumwipfel näherte und auf die Lichtung herabsenkte, aber sie hörten es zu spät. Oma Wetterwachs brauchte jetzt nicht mehr den Fußspuren zu folgen. Als Wegweiser benutzte sie das gespinstische Licht, das zwischen den Bäumen aufblitzte, das sonderbare Zischen und Pochen, ein schmerzerfülltes, entsetztes Heulen. Zwei Wölfe sausten mit angelegten Ohren an ihr vorbei, wild zur Flucht entschlossen, ganz gleich, was ich ihnen in den Weg stellen mochte. Zwei geknackten, etwas Großes und Schweres, fiel durch das Geflecht aus Ästen und Zweigen einer nahen Tanne und landete mit einem leisen Wimmern im Schnee. Ein weiterer Wolf raste in Kopfnähe an Granny vorbei und prallte gegen einen vereisten Stamm. Stille folgte. Die alte Hexe setzte ihren Weg fort. Nach einer Weile sah sie eine kleine Lichtung mit festgetretenem Schnee. Am Rande lagen mehrere Wölfe, entweder waren sie tot oder beschlossen klugerweise, sich nicht von der Stelle zu rühren. Der Zauberstab stand stolz und aufrecht und als sich Oma Wetterwachs näherte, gewann sie den Eindruck, dass er sich langsam umdrehte und sie ansah. Einige Meter entfernt bemerkte sie eine kleine zusammengekrümmte Gestalt in Weiß. Granny ließ sich mit einem leisen Ächzen auf die Knie sinken und streckte den Arm aus. Der Zauberstab bewegte sich. Es war kaum mehr als ein Zittern, doch die alte Hexe verharrte, bevor ihre Fingerspitzen Esks Schulter berührten. Granny starrte auf die Wagenkonturen der Schnitzmuster und nach einigen Sekunden wagte sie es, die Hand wieder zu heben. Die Luft schien sich zu verdichten und dann wich der Stab ein wenig zurück, obwohl er sich überhaupt nicht regte. Sein Verhalten machte der alten Frau klar, dass er nur einen taktischen Rückzug antrat und keineswegs die Absicht hatte, sich in irgendeiner Weise geschlagen zu geben oder Granny den Sieg zuzugestehen, was seiner Ansicht nach ohnehin absurd gewesen wäre. Escarina erbebte am ganzen Leib als Oma Wetterwachs nach ihrem Arm griff. Hab keine Angst, Mädchen, ich bin's, die alte Granny. Das Bündel blieb liegen. Granny biss sich auf die Lippen. Sie wusste nicht so recht, wie man mit Kindern umging. Wenn die Hexe an sie dachte, was sehr selten geschah, stellte sie sich Lebewesen vor, die irgendwo zwischen Tieren und normalen Menschen angesiedelt waren. Säuglinge verstand sie recht gut. Man schüttete Milch ins eine Ende und hielt das andere möglichst sauber. Erwachsene waren noch problemloser, da sie sich selbst ums Essen und Reinigen kümmerten. Doch dazwischen erstreckte sich eine Welt, der Erfahrung, der Granny mit Unbehagen begegnete. Ihrer Meinung nach betraf die Erziehung von Kindern in erster Linie Folgendes. Man versuchte, die schlimmsten Gefahren von ihnen fernzuhalten und hoffte, dass letztendlich alles gut ausging. Granny war einerseits ratlos und andererseits ganz sicher, dass sie irgendetwas unternehmen musste. Kühn beschloss sie, alles auf eine Karte zu setzen. »Ei, ja, Popeye, haben die bösen Brummenwölfe mein kleines süßes Schätzilein so erschreckt?« Das schien seltsamerweise die gewünschte Wirkung zu erzielen, wenn auch aus völlig anderen Gründen als Granny vermutete. Irgendwo unter der zusammengekrümmten Gestalt ertönte eine gedämpfte Stimme. »Ich bin acht, verstehst du?« »Na ja, wer acht Jahre alt ist, rollt sich nicht mitten in der Nacht im Schnee zusammen, « wandte Granny ein und unternahm erste vorsichtige Gehversuche auf dem verbalen Glatteis der Konversation zwischen Erwachsenen und Kindern. Das Bündel antwortete nicht. »Ich glaube, zu Hause habe ich Milch und Kekse,« fügte Oma Wetterwachs versuchsweise hinzu. Diese Worte riefen keinen sichtbaren Effekt hervor. »Es, Carina Schmied, wenn du weiterhin stur bleibst, gibt's eine Trachtbrühe.« Esk hob zögernd den Kopf. »Du musst mir nicht gleich drohen,« sagte sie vorwurfsvoll. Als der Schmied das Haus der Hexe erreichte, waren Granny und Esk gerade eingetroffen, die jungen späten argwöhnisch hinter ihrem Vater hervor. »Machte Gordo und überlegte, wie man mit einer Person sprach, die eigentlich tot sein sollte.« »Zern und Gulda sagten mir, dass du ... ... ... ... ... ... ... ... Ich ... ыс ... ... ... ... »Gang«, sagte Granny und drückte die Hand des Mädchens. »Schatten und Schämen und so, ne? Sie ist noch immer ein bisschen durcheinander und braucht einen warmen Platz. Ich wollte sie in mein Bett legen, wenn du nichts dagegen hast, ne?« Gordo hätte seine Tochter lieber nach Hause gebracht, erinnerte sich jedoch daran, dass Esks Mutter, wie alle Frauen im Dorf, die alte Hexe sehr schätzte und sogar in Ehrfurcht von ihr sprach. Wenn er jetzt Einwände erhob, erwartete ihn zu Hause sicher ein Donnerwetter. »In Ordnung«, sagte er, »kein Problem. Was hältst du davon, wenn ich Eskarina morgen früh abholen lasse?« »Einverstanden«, sagte Granny, »du und ich würde dich gerne in mein bescheidenes Haus einladen, aber leider muss ich erst noch das Feuer im Kamin entzünden und einige andere Dinge erledigen.« »Oh, mach dir nur keine Umstände«, erwiderte Vater Schmid hastig, »wenn ich nicht rasch zurückkehre, wird das Abendessen kalt bzw. trocken.« »Fügte er hinzu und sah auf Gulda hinab, der den Mund aufklappte, es sich aber noch rechtzeitig genug anders überlegte und schwieg.« Als der Schmied mit seinen Söhnen gegangen war und die Proteste der beiden Jungen in der Nacht verhalten, öffnete Granny die Tür, zog Esk ins Haus und schob den dicken Riegel vor. Sie wandte sich ihrem Vorrat an Kerzen zu, den sie auf dem Regal über der Garderobe hortete und kurz darauf brannten zwei kleine Flammen. Dann holte sie einige alte, aber noch immer recht nützliche Decken aus einer Truhe. Der Stoff roch nach Kräutern, die Mutten vertreiben sollten, hüllte Esk in den abgescheuerten Stoff und forderte sie auf, im Schaukelstuhl Platz zu nehmen. Mit leisem Ächzen und Stöhnen ließ sich Oma Wetterwachs auf die Knie sinken und begann damit, ein Feuer zu entzünden. Es war ein ziemlich komplizierter Vorgang, bei dem Granny unter anderem getrockneten Zunderpilz, Holzspäne und dünne Zweige verwendeten. Außerdem schienen angestrengtes Pusten und keuchendes Schnaufen eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen. »Du könntest dir einen großen Teil der Mühe sparen«, sagte Esk. Granny wurde steif und starrte auf den Kaminschirm. Es handelte sich um ein recht hübsches Exemplar, das der Schmied vor einigen Jahren für sie angefertigt hatte und ein Ziermuster aus Eulen und Fledermäusen aufwies. Doch ihr Interesse galt überhaupt nicht dem Design. »Ach«, erwiderte sie ganz ruhig, »kannst du eine bessere Möglichkeit?« »Warum zündest du das Feuer nicht einfach mit Magie an?« Mit großer Sorgfalt schob Granny mehrere Zweige in die zögernd flackernden Flammen. »Ah, und wie soll ich das deiner Meinung nach anstellen?« fragte sie, wobei ihr Blick auf den Kaminschirm gerichtet blieb. »Äh«, begann Eskarina, »ich, ich, ich, ich weiß nicht genau, aber du hast doch bestimmt Erfahrung in solchen Sachen, oder? Immerhin bist du eine Hexe und kennst dich mit Magie aus.« »Es gibt unterschiedliche Arten von Magie«, erwiderte Oma Wetterwachs, »und man darf nie vergessen, wozu man sie einsetzen kann und wozu nicht, Mädchen. Ein steht fest, sie ist nicht dafür bestimmt, irgendwelche Feuer zu entzünden. In diesem Punkt kannst du ganz sicher sein. Wäre es der Plan des Schöpfers gewesen, uns mit Magie in die Lage zu versetzen, Holzscheite im Brand zu stecken, hätte er uns keine, äh, naja, also Streichhölzer gegeben. »Aber könntest du das auch mit einer magischen Beschwörung schaffen?«, fragte Esk, als Granny einen uralten schwarzen Topf an den Haken über der Feuerstelle hing. »Ich meine, wenn du wolltest, wenn es erlaubt wäre.« »Na, vielleicht«, sagte Granny, die ganz genau wusste, dass so etwas ihre Fähigkeiten überstieg. Feuer besaß kein Eigenbewusstsein, es lebte nicht, und das waren nur zwei von insgesamt drei Gründen. »Aber du hättest weitaus weniger Mühe.« »Wenn etwas die Mühe wert ist, lohnt es durchaus, sich Mühe zu machen,« antwortete Granny mit einem Aphorismus, den sie selbst nicht verstand, die letzte Zuflucht eines im Bedrängnis geratenen Erwachsenen. »Ja, aber keine Widerrede.« Oma Wetterwachs kramte in einer dunklen Holzkiste auf der Garderobe. Sie war stolz auf ihre konkurrenzlosen Kenntnisse in Hinsicht auf die vielen Kräuter, die in den Spitzhornbergen wuchsen, über den unleugbaren Nutzen von Ohrenwurz, Jungmädchentraum und Liebe lügt, Blütensaft, wusste niemand besser Bescheid als sie. Manchmal aber musste sie auf die eifersüchtig Gehorteten und in aller Sorgfalt aufbewahrten Arzneien aus weiter Ferne zurückgreifen. So nannte Granny jeden beliebigen Ort, der sich jenseits eines Radios von einer Tagesreise befand, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Die Hexe nahm einen Becher zur Hand, zerrieb darin getrocknete rote Blätter, ließ Honig hineintropfen, füllte ihn mit heißem Wasser aus dem Topf und reichte ihn esk. Dann schob sie einen großen, runden Stein unter den Kaminen, später in eine Decke gehüllt, sollte er als Bettwärmer dienen, verbot dem Mädchen streng, den Schaukelstuhl zu verlassen und begab sich in die Waschküche. Eskarina wippte langsam vor und zurück, schloss die Hände um den warmen Becher und nippte vorsichtig daran. Das Getränk schmeckte irgendwie nach Pfeffer und sie fragte sich, woraus die Zutaten wohl bestanden. Sie hatte Grannys Gebräue schon des Öfteren probiert, die Honigmenge darin hing ganz davon ab, wie viel kindlichen Widerstand die Hexe erwartete, und Eske wußte natürlich, dass Oma Wetterwachs in dem Ruf stand, eine Expertin auf dem Gebiet der Heiltränke und Elixiere zu sein. Gelegentlich behandelte sie damit Krankheiten, über die Mutter Schmid und manchmal auch einige der jüngeren Frauen nur mit bedeutungsvoll hochgezogenen Augenbrauen und gedämpften Stimmen sprachen. Als Granny zurückkehrte, schlief das Mädchen. Die alte Frau brachte Eskarina zu Bett und schloss die Fensterläden. Anschließend ging sie wieder nach unten und drückte den Schaukelstuhl näher ans Feuer. Deutlich spürte sie, dass in Esks Bewusstsein irgendetwas auf der Lauer lag. Als sie darüber nachdachte, entstand zitternde Nervosität in ihr, und sie erinnerte sich an das Schicksal der Wölfe und an der Vorschlag, das Feuer im Kamin mit Hilfe von Magie zu entzünden. Zauberer taten so etwas. Es gehörte zu den ersten Dingen, die sie lernten. Granny seufzte. Sie konnte nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise Gewissheit erlangen und vertrat die Ansicht, dass sie für so etwas allmählich zu alt wurde. Sie griff nach einer Kerze, ging durch die Waschküche und suchte den Anbau auf, in dem sich die Ziegen befanden. Wie pelzige Kleckse hockten sie in ihren Pferchen und beobachteten gelassen die alte Hexe. Drei Mäuler bewegten sich in gleichmäßigem Rhythmus und zermalmten trockenes Heu. Die warme Luft auch ein wenig muffig. Oben im Dachgebälk saß eine Eule, eins von mehreren Geschöpfen, die gewissermaßen als Untermieter in Grannys Haus wohnten und dafür in Kauf nahmen, ihr ab und zu als mentales Transportmittel zu dienen. Sie flatterte sofort dabei, als die Hexe mit der Zunge schnalzte. Oma Wetterwachs streichelte den kugelförmigen Kopf und hielt nach einem bequemen Platzausschau. Ein Heuhaufen musste genügen. Sie löschte die Kerze und streckte sich aus. Die Eule saß ihr abwartend auf der Hand. Die Ziegen mampften gleichmütig weiter, holpsten dann und wann und sorgten dafür, dass der Methangehalt der Luft nicht unter einen gewissen Wert sank. Sie verursachten die einzigen Geräusche im Gebäude. Grannys Leib erschlaffte. Die Eule merkte, wie sich eine andere Gedankensphäre zu ihr gesellte und rückte geistig beiseite. Die Hexe ahnte, dass sie ihre Entscheidung später bereuen würde. Wenn sie zweimal an einem Tag borgte, fühlte sie sich anschließend stundenlang erschöpft und ausgelaugt und vielleicht verspürte sie am kommenden Morgen einen Heißhunger auf Mäuse. Nun, als junge Frau hatte es sie überhaupt nicht belastet, mit den Hirschen zu laufen, den Füchsen bei der Jagdgesellschaft zu leisten und auf dem mentalen Rücken von Maulwürfen durch dunkle Tunnel zu kriechen. Sie verbrachte kaum eine Nacht im eigenen Körper. Jetzt aber fielen ihr diese Ausflüge immer schwerer, insbesondere die Rückkehr. Vielleicht konnte sie eines Tages überhaupt nicht mehr zurück. Vielleicht blieb ihr Leib einfach reglos liegen, bis sich der Rest von Lebenskraft darin verflüchtigte. Und vielleicht war ein solcher Tod gar nicht mal so schlecht. Die Zauberer wussten nichts von Bedeutung und Hintergründen des geistigen Reisens. Wenn es ihnen in den Sinn kam, sich mit dem Bewusstsein eines anderen Lebewesens zu verbinden, so gingen sie heimlich und verstohlen vor wie ein Dieb, der des Nachts in ein Haus einbricht und auf leisen Sohlen durch dunkle Zimmer schleicht. Nicht etwa aus durchtriebener Schleue, sondern weil die verkalkten Idioten schlicht und einfach keine Ahnung hatten. Darüber hinaus, was nützte es, den Körper einer Eule zu übernehmen, wenn man fliegen wollte, musste man es in langen Jahren lernen. Nein, nein, es war weitaus besser, sich tragen zu lassen, so behutsam Einfluss auf das animalische Empfinden zu nehmen, wie ein lauer Wind, der die Blätter rascheln lässt. Die Eule breitete die Schwingen aus, flog zum geöffneten Fenster und glitt in die Nacht hinaus. Es schwebten nur noch einige Wolkenfetzen am Himmel, und das Licht des kleinen Mondes spiegelte sich glitzernd auf den schneebedeckten Hängen wieder. Granny blickte aus Eulenaugen, als sie lautlos über die Baumwipfel hinwegsegelte. Ah, was für eine herrliche Art des Reisens, wenn man über den richtigen Leib verfügte. Beim Borgen zog Oma Wetterwachs Vögel vor, benutzte sie, um die hohen und verborgenen Täler zu erforschen, die kaum jemand kannte. Die kleinen Seen zwischen schwarzen Klippen, hohe Auen, begrenzt von steilen Felswänden, jene Welt, in der besonders scheue und seltene Geschöpfe lebten. Einmal hatte sie die Gämsen begleitet, die jedes Jahr im Frühling und Herbst über die Berge zogen, und den größten Schock ihres Lebens erlitten, als sie feststellen musste, dass sie sich fast außerhalb der Rückkehrreichweite befand. Die Eule verließ den Wald und erreichte die ersten Häuser des Dorfes. Pulveriger Schnee wirbelte wie eine Staubwolke, als sie auf einem Ast des Apfelbaums landete, der im Garten hinter der Schmiede wuchs. Misteln verliehen ihm einen grünen Schimmer. Als die Krallen harte Borke berührten, wusste Granny sofort, dass es sich um den richtigen Baum handelte. Er lehnte sie ab. Die Hexe spürte, wie die Zweige zu zittern begannen. »Ich bleibe«, dachte Oma Wetterwachs. »Prächtig«, flüsterte die lautlose Antwort durch eine stille Nacht, »eine derartige Frechheit kannst du dir nur leisten, weil ich ein Baum bin, typisch Frau. »Wenigstens erfüllst du jetzt einen gewissen Zweck«, erwiderte Granny, »besser ein Baum als ein Zauberer. Wie?« »Eigentlich ist ein solches Leben gar nicht so übel«, dachte der Baum. »Sonne, frische Luft, Zeit zum Nachdenken, auch Bienen im Frühling.« Die letzte Bemerkung klang irgendwie lüstern, und die Vorstellung von Honig erfüllte Granny, die einige Bienenstöcke besaß, plötzlich mit Abscheu. »Es war, als werde man daran erinnert, dass Eier ungeborene Küken sind.« »Ich bin wegen Escarina gekommen«, zischte sie. »Ein vielversprechendes Mädchen«, entgegnete der Apfelbaum. »Ich beobachte es mit großem Interesse. Übrigens mag es Äpfel.« »Du solltest dich was schämen«, sagte Granny schockiert. »Die schmutzige Fantasie verklemmter Hexen ist nicht meine Schuld«, stellte der Baum fest. Granny schob sich näher an den Stamm heran. »Lass es in Ruhe«, dachte sie. »Allmählich kommt die Magie in ihr durch.« »Oh, jetzt schon«, erwiderte der Apfelbaum überrascht. »Ich bin beeindruckt.« »Es ist die falsche Magie«, entfuhr es Granny schrill. »Männliche Zauberei, nicht die anständige Hexerei von Frauen. Noch ahnt Escarina nichts, aber heute Abend hat ihre Taumaturgie ein Dutzend Wölfe getötet.« »Oh, großartig«, freute sich der Baum. Granny kochte vor Wut. »Großartig? Angenommen, sie hätte sich mit ihren Brüdern gestritten und die Geduld verloren.« Der Baum zuckte mit den Schultern, Schnee rieselte von den Zweigen. »Dann musst du sie eben ausbilden«, schlug er vor. »Ausbilden? Ich weiß doch gar nicht, wie man Zauberei lehrt.« »Schick sie zur Universität.« »Escarina ist ein Mädchen«, heulte Granny und hüpfte auf und ab. »Na und? Wer behauptet, Frauen seien nicht fähig zu zaubern?« Oma Wetterwachs zögerte. Ebenso gut hätte der Apfelbaum fragen können, warum man von Ameisen nicht erwarten darf, den Scheibenweltrekord im Weitsprung zu brechen. Sie wusste, dass eine völlig klare, logische, höchsteinsichtige, selbst für Zauberer verständliche und vor allen Dingen offensichtliche Antwort existierte. Sie lag ihr auf der mentalen Zungenspitze, aber zu ihrem großen Verdruss sah sie sich außerstande, die richtigen Worte aneinander zu reihen. »Frauen sind nie Zauberer gewesen. Es ist gegen die Natur. Schließlich können Männer auch keine Hexen sein. Wenn du eine Hexe als jemanden definierst, der das pankreatische Verlangen verehrt und verschiedenen anderen Dingen mit großem Respekt begegnet, zum Beispiel den Elementaren...« Der Baum setzte seinen Vortrag einige Minuten lang fort. Granny Wetterwachs hörte mit einer Mischung aus Ungeduld und Verärgerung zu, vernahm Bemerkungen wie »Muttergöttinnen und primitive«, »Mondadorationen«. Mehrmals erinnerte sie sich daran, dass sie sehr wohl über die Hexerei Bescheid wusste. Es kam darauf an, Kräuter zu kennen, zu fluchen, nachts herumzufliegen und ganz allgemein gesprochen die Tradition zu wahren. Es ging keineswegs um irgendwelche Göttinnen, ob es nun Mütter oder Jungfrauen sein mochten, die sich offenbar auf einige eher fragwürdige Tricks einließen. Als der Baum schließlich von »nacktem Tanz im Mondschein« sprach, versuchte Granny hastig, an etwas anderes zu denken. Sie ahnte zwar, dass sich irgendwo unter den dicken Schichten aus Kleidern und Unterrücken Haut verbarg, aber das bedeutete noch lange nicht, dass dieser Umstand ihr Wohlwollen fand. Nach einer Weile beendete der Baum seinen Monolog. Granny wartete, bis sie ganz sicher sein konnte, dass er nichts hinzufügen wollte. Dann fragte sie »Ah, das ist also Hexerei, wie?« »Ja, zumindest die theoretische Basis.« »Der Zauberer hat ziemlich komische Ideen.« »Ich bin kein Zauberer mehr«, lautete die Antwort. »Nur ein Baum.« Granny sträubte die Federn. »Also, nun gut, jetzt hören wir mal gut zu, Herr sogenannte theoretische Basis. Wenn Frauen Zauberer sein könnten, würden ihnen lange weiße Bärte wachsen, und für Es kommt so etwas nicht in Frage. Kapiert? »Zauberei ist nicht die richtige Form von Magie. Hast du mich verstanden? Sie besteht nur aus Licht und Feuer und Erumpfuscherei mit Mächten, die besser unangetastet blieben. Und ich werde verhindern, dass sich Escarina auf so etwas einlässt. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht.« Die Eule breitete die Flügel aus und segelte davon. Granny vermied es nur deshalb, vor Wut am ganzen Leib zu beben, weil das den Flug beeinträchtigt hätte. »Zauberer«. Sie redeten zu viel, sammelten Zaubersprüche wie Briefmarken in dicken Büchern, und sie behaupteten, unverschämt, ihre Art der Magie sei die einzig sinnvolle. Granny stand auf dem unerschütterlich festen Standpunkt, dass Frauen nie Zauberer gewesen waren und ihren Ehrgeiz auch weiterhin auf andere Dinge richten sollten. Als Oma Wetterwachs ihr Haus erreichte, stahl sich das erste Grau des neuen Tages in die Dunkelheit der Nacht. Zumindest ihr Körper, der nach wie vor im Heu lag, war ausgeruht. Sie hoffte, noch einige Stunden im Schaukelstuhl sitzen und in aller Ruhe nachdenken zu können. Sie liebte es, während der Übergangsphase zwischen Nacht und Tag ihre Gedanken treiben zu lassen, sie von allen Seiten zu betrachten und sich an ihren klaren, deutlichen Mustern zu erfreuen. Sie – der Zauberstab – lehnte dicht neben dem Kleiderschrank an der Wand. Granny erstarrte förmlich. »Ich verstehe«, sagte sie schließlich. »So ist das also nicht wahr? Wann noch dazu in meinem eigenen Haus, weh?« Sie bewegte sich ganz langsam und vorsichtig, als sie an die Herdecke herantrat, einige Scheite auf die glühende Asche legte und den Blasebalg betätigte, bis hohe Flammen aufloderten. Dann drehte sie sich um, murmelte vorsichtshalber einige Schutzformeln, griff nach dem Stab und zerrte daran. Er widersetzte sich ihr nicht, und die alte Hexe hätte fast das Gleichgewicht verloren. Sie schloss beide Hände um das harte Holz, verspürte ein sanftes Prickeln, hörte das leise Grollen und Knistern geballter Magie und lachte laut. Es war ganz einfach. Der befürchtete Kampf blieb aus. Oma Wetterwachs verfluchte die Zauberer und ihre Beschwörungen, hob den Stab, hielt ihn hoch über dem Kopf und stieß ihn mit einem entschlossenen Ruck in die heißeste Stelle des Feuers. Es Carina gelte. Ihr Schrei durchdrang den Fußboden im Schlafzimmer und hallte durch die dunkle Hütte. Granny mochte alt und müde sein, und manchmal fiel es ihr nach einem langen, anstrengenden Tag schwer, zwischen so komplizierten Dingen wie Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Aber wenn man als Hexe überleben wollte, musste man fähig sein, innerhalb kurzer Zeit zu wichtigen Schlussfolgerungen zu gelangen. Als sie auf den Zauberstab im Feuer starrte und den Schrei hörte, setzten sich ihre Hände von ganz allein in Bewegung und streckten sich dem großen schwarzen Topf entgegen. Sie entleerte ihn über den Flammen, zog den Stab aus wogendem Dampf und eilte mit besorgt klopfendem Herzen die Treppe hoch. Esk saß im schmalen Bett und schrie immer noch. Granny sah auf den ersten Blick, dass sie keine Verbrennungen erlitten hatte, schloss das Mädchen in die Arme und versuchte, es zu trösten. Sie wusste nicht genau, wie sie dabei vorgehen sollte, aber der eine oder andere Klaps auf den Rücken und ein beruhigendes Brummen schienen zu wirken. Aus dem Schreien wurde ein leises Fimmern, dann ein mitleiderweckendes Schluchzen. Manchmal hörte Granny Worte wie »Feuer heiß«, betroffen presste sie die Lippen zusammen. Schließlich legte sie Esk wieder ins Bett, deckte sie zu und ging auf Zehenspitzen die Treppe hinunter. Der Zauberstab lehnte wieder an der Wand und es erstaunte die alte Hexe überhaupt nicht, dass die Flammen keine Spuren auf dem Holz hinterlassen hatten. Sie drehte den Schaukelstuhl herum, nahm Platz, stützte das Kinn auf die Hände und beobachtete den Stab betont, grimmig. Kurz darauf neigte sich der Stuhl ganz von allein vor und zurück. Granny Wetterwachs hörte nur das leise Knarren, als sich die Stille verdichtete und wie ein düsterer Nebel im Zimmer ausbreitete. Am nächsten Morgen, bevor Eskarina aufstand, versteckte Granny den Zauberstab. »Hast den Augen aus dem Sinn«, dachte sie zufrieden. Als Eski ihr Frühstück aß und dazu ein großes Glas Ziegenmilch trank, erweckte sie den Anschein, als seien die Ereignisse der letzten 24 Stunden spurlos an ihr vorübergegangen. Zum ersten Mal beschränkte sich ihr Aufenthalt im Haus der Hexe nicht nur auf die Dauer eines kurzen Besuchs und während Oma Wetterwachs das Geschirr spülte und die Ziegen melkte, nutzte das Mädchen die stillschweigend erteilte Erlaubnis, die Hütte zu erforschen. Schon bald stellte es fest, dass es im Heim der alten Frau einige Besonderheiten gab, zum Beispiel die Sache mit den Ziegen. »Aber sie müssen doch Namen haben«, sagte Eskarina, »wie alles andere auch.« Granny blickte an den birnenförmigen Flanken der Geiß vorbei, die sie gerade melkte. Es handelte sich gewissermaßen um die Matriarchen der kleinen Schar, und diesen Status verdeutlichte sie mit einem würdevollen Blick. »Nun, ich schätze, sie haben Namen. In Ziegisch«, erwiderte sie vage. »Warum brauchen sie auch noch welche in unserer Sprache?« »Nun«, begann Esk und unterbrach sich. Sie dachte eine Zeit lang nach. »Wie rufst du sie denn?« »Äh, sie rufen mich, wenn sie etwas von mir wollen.« Esk reichte der Ziegenmatriarchen ernst ein Bündel Stroh, und Granny musterte sie aus den Augenwinkeln. Sie war ziemlich sicher, dass die Ziegen tatsächlich Namen hatten. Zum Beispiel »Die Ziege, die ich zur Welt brachte«, »Die Ziege, die meine Mutter ist«, »Das Oberhaupt der Ziegenherde« und viele andere, nicht zuletzt »Die Ziege, die einfach nur eine Ziege ist«. Sie lebten in einem recht komplizierten Gesellschaftssystem, nannten vier Mägen und einen Verdauungsapparat ihr eigen, der in stillen Nächten verblüffend laut sein konnte. Granny neigte zu der Auffassung, dass Tiere, die etwas auf sich hielten, Namen wie Butterblume oder Hahnenfuß als Beleidigung empfanden. Sie traf eine Entscheidung. »Esk«, fragte sie. »Ja?« »Was möchtest du werden, wenn du groß bist?« Esk runzelte die Stirn. »Äh, keine Ahnung.« »Nun«, sagte Oma Wetterwachs und zog nach wie vor an den Zitzen der Ziege, »was möchtest du tun, wenn du groß bist?« »Äh, keine Ahnung. Vermutlich heirate ich.« »Ist das dein Wunsch?« Eskarinas Lippen formten das K ihrer üblichen Antwort, aber als sie den durchdringenden Blick der Hexe bemerkte, schloss sie den Mund wieder und überlegte. »Äh, na ja, alle Erwachsenen, die ich kenne, sind verheiratet,« sagte sie nach einer Weile. »Du bist die einzige Ausnahme,« fügte sie vorsichtig hinzu. »Äh, das stimmt,« bestätigte Granny. »Wolltest du nicht heiraten?« Daraufhin dachte die alte Frau nach. »Äh, bin irgendwie nie dazu gekommen,« erwiderte sie schließlich. »Weißt du, ich war zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt.« Eskarina riskierte einen verbalen Vorstoß. »Mein Vater meint, du bist eine Hexe.« »Und damit hat er völlig recht.« Esk nickte. In den Spitzhornbergen genossen Hexen einen Status, den man in anderen Kulturen, Nonnen, Steuereintreibern und Jauchegrubenreinigern gewährte. Mit anderen Worten, man respektierte sie, bewunderte sie manchmal sogar und achtete sie dafür, eine wichtige Arbeit zu erledigen. Aber andere Menschen fühlten sich nie ganz wohl in der Haut, wenn sie mit solchen Leuten in einem Zimmer saßen. »Söndest du gern die Hexerei erlernen?« fragte Granny. »Oh, du meinst Magie?« erwiderte Eskarina in ihren Augen, leuchtete es auf. »Ja, Magie. Aber keine, die nur dazu dient, naive Gemüter zu beeindrucken. Echte Magie. »Kannst du fliegen?« »Nach, es gibt weitaus interessantere Dinge als das Fliegen. Und ich könnte sie lernen, wenn deine Eltern einverstanden sind.« Eskarina seufzte. »Oh, mein Vater ist bestimmt dagegen.« »Na, dann spreche ich eben mit ihm«, sagte Granny. »Jetzt hör mir mal gut zu, Gordo Schmied.« Der Schmied wich in seiner Werkstatt zurück und hob die Hände, um den Zorn der alten Frau abzuwehren. Sie näherte sich ihm langsam, den Zeigefinger wie einen Speer erhoben. »Ich habe dich auf die Welt geholt, du dummer Narr, und du hast heute keinen Funken mehr Verstand im Kopf als damals.« »Ja«, wandte der Schmied ein und duckte sich hinter den Amboss. »Die Magie hat deine Torte gefunden. Die Magie eines Zauberers, falsche Magie, verstehst du? Sie war überhaupt nicht für Eskarina bestimmt. »Ja, aber...« »Ahnst du denn nicht einmal, was sie anrichten könnte?« Der Schmied ließ den Kopf hängen. »Nein.« Granny fühlte sich aus dem Konzept gebracht und zögerte. »Nein«, wiederholte sie etwas leiser. »Nein, natürlich nicht«, sie nahm auf dem Amboss Platz und versuchte, ruhige Gedanken zu denken. »Weißt du, Magie führt eine Art Eigenleben, was eigentlich keine Rolle spielt, denn, na ja, wie dem auch sei, die Magie eines Zauberers.« Granny musterte das verwirrte Gesicht des Schmieds und versuchte es noch einmal. »Nun, du kennst doch sicher Apfelwein, oder?« Gordo nickte. Er glaubte, sich nun wieder auf festerem thematischen Boden zu bewegen, hielt jedoch argwöhnisch nach Fußangern Ausschau und fragte sich, worauf die Hexe hinaus wollte. »Und dann gibt es da noch den Apfelschnaps,« fügte Oma Wetterwachs hinzu. Der Schmied nickte erneut. Alle Bewohner von Blödes Kaff stellten im Winter Apfelschnaps her, indem sie das Nachtsfässer mit Wein draußen stehen ließen und das Eis entfernten, bis nur noch ein Rest Alkohol übrig blieb. »Nun, man kann ziemlich viel Apfelwein trinken und fühlt sich dadurch nur besser, nicht wahr?« Der Schmied nickte zum dritten Mal. »Der Schnaps aber wird in kleinen Gläsern serviert, und wenn man eines zu viel runterspült, steigt einem das Zeug sofort in den Kopf, stimmt's?« Gordo nickte noch einmal und merkte, dass das Gespräch immer mehr zu einem Monolog wurde. »Äh, in der Tat,« sagte er. »Das ist der Unterschied,« meinte Granny. »Äh, der Unterschied zwischen was?« »Ach,« Oma Wetterwachs seufzte. »Zwischen Hexerei und Zauberei,« erklärte sie. »Letzteres hat deine Tochter gefunden, und wenn sie nicht lernt, diese Art von Magie zu kontrollieren, besteht die Gefahr, dass sie jenen zum Opfer fällt. Magische Macht kann wie eine Tür sein, doch manchmal wartet Grässliches auf der anderen Seite, begreifst du das?« Der Schmied nickte wiederum. Eigentlich hatte er noch immer keine Ahnung, was Granny meinte, aber er vermutete zu Recht, dass ihm die Hexe einige schreckliche Einzelheiten nennen würde, wenn er eine entsprechende Frage stellte. »Esk ist geistig sehr stark, und bestimmt könnte sie eine Zeitlang Widerstand leisten,« fuhr die alte Frau fort. »Doch früher oder später ginge es ihr an den mentalen Kragen.« Gordo nahm einen Hammer von der Werkbank, betrachtete ihn so aufmerksam, als sähe er ihn zum ersten Mal, legte ihn dann wieder beiseite. »Aber wenn sie die Magie eines Zauberers hat,« wandte er zögernd ein, »was nützt es dann für sie, die Kunst der Hexerei zu erlernen? Du hast doch gerade auf die beträchtlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Formen der Taumaturgie hingewiesen.« »Es handelt sich in jedem Fall um Magie. Wenn man nicht auf einem Nilpferd reiten kann, dann sollte man wenigstens lernen, nicht vom Rücken eines gewöhnlichen Rosses zu fallen.« »Nilpferd!« »Eine Art Dachs!«, sagte Granny. Man gelangte nicht in den Ruf, sich in Flora und Fauna bestens auszukennen, wenn man Wissenslücken eingestand. Gordo Schmied seufzte und wusste, dass er geschlagen war. Seine Frau hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass ihr die Idee gefiel, und als er genauer darüber nachdachte, »Immerhin würde Granny, Oma Wetterwachs, nicht ewig leben und Vater der einzigen Hexe weit und breit zu sein, konnte sich als nützlich erweisen.« »Na schön!«, sagte er. Als der Winter sich allmählich dem Ende entgegenneigte und zögernd dem Frühling wich, ging es Carina bei der alten Granny in die Schule. Allerdings schien das Lernen in erster Linie daraus zu bestehen, sich gewisse Dinge zu merken. Bei den Unterweisungen unterstrich die Hexe den praktischen Aspekt. Das Reinigen des Tisches ging mit allgemeiner Kräuterkunde einher. Beim Ausmisten des Ziegenstalls hörte das Mädchen von der Verwendung verschiedener Pilze. Zum Geschirrspülen gehörten Lektionen über das Beschwören geringer Götter. Und wenn sie im großen Kupfertopf rühren musste, was verdächtig oft geschah, standen Theorie und Praxis des Destillierens auf dem Leerplan. Als die warmen Randwinde zu wehen begannen und der Schnee nur noch in kläglichen kleinen Haufen an der zur Scheibenwelt Mitte gerichteten Seite der Bäume überlebte, hatte es Carina erste Erfahrungen gesammelt. Sie wusste, wie man mehrere Salben zubereitete und verschiedene Brandweine herstellte, die allein medizinischen Zwecken dienten. Sie kannte sich mit Dutzenden von Aufgüssen und einer Vielzahl von Elixieren aus, deren Einsatzgebiet ihr jedoch ein Rätsel blieb. Granny meinte schlicht, das werde sie noch rechtzeitig genug erfahren. Es Carina kam allmählich zu dem Schluss, dass sie das eigentliche Hexen sträflich vernachlässigten. »Das holen wir nach, wenn es soweit ist«, wich Oma Wetterwachs ihrer Frage aus. »Aber ich soll doch eine Hexe werden.« »Noch bist du keine. Nenn mir drei Kräuter, die bei Verstopfung Wunder wirken.« Esk faltete die Hände hinterm Kopf, schloss die Augen und antwortete, »Die blühenden Spitzen der großen Faunwurz, das Wurtelmark des alten Mannes Rose, die Stängel der Blutwasserlilie, die Samenkapseln, »Ja, ja, ja, das genügt. Wo kann man Wassergurken finden?« »In Torfmooren und Sumpftümpeln. Während der Monate?« »Gut, du machst Fortschritte.« »Aber es ist keine Magie.« Granny setzte sich an den Küchentisch. »Hä, das könnte man von vielen magischen Dingen behaupten«, erwiderte sie. »Ich meine, die meisten davon haben nichts oder nur wenig mit Magie zu tun. Es kommt vor allem darauf an, die richtigen Kräuter zu kennen, das Wetter zu deuten und die Verhaltensweisen der Tiere zu verstehen und natürlich auch die von Menschen.« »Das ist alles?« fragte es Carina entsetzt. »Alles?« entgegnete Granny schockiert. »Es ist ein ziemlich umfangreiches Alles.« Etwas leise fügte sie hinzu. »Aber, du hast recht, es gibt noch etwas anderes.« »Weißt du mich darin ein?« »Wenn ich den geeigneten Zeitpunkt für gekommen halte. Es dauert noch eine Weile, bis du bereit bist.« »Bereit? Wofür?« Grannys Blick glitt in Richtung einer dunklen Ecke des Zimmers. »Ähm, wo waren wir stehen geblieben?« Es dauerte nicht lange, bis auch die hartnäckigsten Schneereste tauten und die ersten Frühjahrsstürme tosten. Die Luft im Wald duftete nach Schimmel und Terpentin. Einige frühe Blüten überstanden tapfer den Nachtfrosten und Bienen flogen. »Sieh genau zu, wenn du echte Magie erleben möchtest«, sagte Granny Wetterwachs. Sie öffnete den ersten Bienenstock. »Bienen sind gleichbedeutend mit Met, Wachs, Honig und Gummi. Einzigartige Geschöpfe werden sogar von einer Königin regiert«, fügte die Hexe anerkennend hinzu. »Stechen sie dich nicht?«, fragte Esk und wich ein wenig zurück. Hunderte von Bienen summten aus den Waben und krabbelten über die Holzseiten der großen Kiste. »Ach, nur sehr selten«, erwiderte Granny. »Nun, du wolltest unbedingt Magie sehen. Beobachte mich.« Oma Wetterwachs streckte die Hand in eine wirre Insektenmasse und gab ein leises, pfeifendes Geräusch von sich. Es kam Bewegung in die brummende Menge und nach einigen Sekunden kroch eine auffallend große und dicke Biene auf den Zeigefinger der alten Frau. Einige Arbeiterinnen folgten ihr und hielten sich dicht an ihrer Seite, um die Königin zu schützen. »Wie hast du das angestellt?«, erkundigte sich Esk. »Äh«, erwiderte Granny. »Das möchtest du ja wissen, nicht wahr?« »Ja, in der Tat«, sagte Eskarina ernst. »Das hat meine Frage.« »Glaubst du, ich habe Magie benutzt?« Esk sah auf die große Biene hinab und musterte dann die Hexe. »Nein«, entgegnete sie, »ich glaube, du weißt nur gut über solche Insekten Bescheid.« Granny lächelte. »Stimmt, ja, genau. Dabei handelt es sich natürlich um eine Form von Magie.« »Indem man sich in gewissen Dingen auskennt?« »Indem man sich besser daran auskennt als andere Menschen«, sagte Granny. Granny. Vorsichtig setzte sie die Königin zu ihrem Volk zurück und schloss die Klappe. »Ich glaube, es wird Zeit, dass du einige Geheimnisse erfährst«, brummte die alte Frau. »Endlich«, dachte Eskarina. »Doch zuerst müssen wir den Bienenstock ehren«, sagte Granny. »Es gelang ihr tatsächlich, kursiv zu sprechen.« Esk überlegte gar nicht erst und machte einen Knicks. Eine faltige und runzelige Hand traf sie am Hinterkopf. »Ich habe dir schon mehrmals gesagt, dass sich Hexen verbeugen«, zischte Granny, aber es klang nicht besonders böse. »Ich zeige es dir noch einmal.« Sie krümmte den Rücken und Eskarina hörte, wie Gelenke knackten. »Aber warum?« »Weil Hexen anders sein müssen«, erklärte Granny. »Und das ist bereits ein Geheimnis.« Sie setzten sich auf eine ausgebleichte Bank, die an der Randwärtsseite der Hütte stand. Die vor ihnen wachsenden Kräuter hatten bereits eine Höhe von rund dreißig Zentimetern erreicht, eine nicht sehr eindrucksvolle Ansammlung hellgrüner Blätter. »Ja, gut«, ächzte Granny und versuchte, eine möglichst bequeme Position zu finden. »Erinnerst du dich an den Hut am Türhaken? Geh und hol ihn.« Esk lief gehorsam ins Haus und griff nach dem Hut. Er lief spitz zu, war hoch und natürlich pechschwarz. Granny drehte ihn nachdenklich hin und her. »Im Innern dieses Hutes«, verkündete sie feierlich, »verbirgt sich ein weiteres Geheimnis der Hexerei. »Wenn du mir nicht erklären kannst, worin es besteht, sollten wir deine Ausbildung besser beenden. Denn wenn du erst weißt, was ich meine, gibt es kein Zurück mehr für dich.« »Nun?« »Darf ich ihn halten?« »Nur zu.« Esk blickte in den Hut. Er enthielt nur ein dünnes Drahtgestell, das ihm Form gab, und einige Haarnadeln, mehr nicht. Er schien keineswegs ungewöhnlich zu sein, sah man einmal davon ab, dass nur Granny eine derartige Kopfbedeckung trug und sonst niemand im Dorf. Doch das allein machte den Hut noch nicht magisch. Eskarina biss sich auf die Lippe und stellte sich vor, wie sie in Schimpf und Schande nach Hause geschickt wurde. Der Stoff fühlte sich nicht seltsam an, und sie hielt vergeblich nach versteckten Taschenausschau. Ein völlig normaler Hexenhund. Granny setzte ihn immer auf, wenn sie nach blödes Kaff ging, doch im Wald benutzte sie eine schlichte Lederkappe. Das Mädchen versuchte, sich das alles ins Gedächtnis zurückzurufen, was sie unter großen Mühen von der eher verschlossenen Oma Wetterwachs in Erfahrung gebracht hatte. »Es ist nicht unbedingt wichtig, was man weiß. Es geht darum, was andere Leute nicht wissen. Magie kann sowohl etwas Richtiges am falschen Platz als auch etwas Falsches am richtigen Ort sein.« Granny ging nie ohne den Hut ins Dorf. Und sie streifte sich bei solchen Gelegenheiten auch immer den weiten schwarzen Mantel über, der ebenfalls keine magischen Eigenschaften besaß. Während des Winters benutzte sie ihn häufig als Ziegendecke, und im Frühjahr wusch sie ihn gründlich. Langsam nahm die Antwort eine Gestalt an, die Esk nicht sehr gefiel. Sie erschien ihr typisch für Granny, nur ein Wortspiel. Die alte Hexe sprach von längst bekannten Dingen und wählte dabei besondere Formulierungen, durch die sie wichtig und bedeutend klangen. »Ich glaube, ich weiß Bescheid«, sagte Eskarina nach einer Weile. »Aber was damit?« »Die Antwort besteht aus zwei Teilen.« »Ich höre, es ist ein Hexenhut, weil du ihn trägst, und du bist ein Hexer, weil du ihn aufsetzt.« »Mit anderen Worten«, Granny sah das Mädchen erwartungsvoll an. »Die Leute sehen dich mit Hut und Mantel, erkennen dich somit als Hexer«, erläuterte Esk. »Und deshalb funktioniert deine Magie?« »Du hast recht«, bestätigte Oma Wetterwachs. »So etwas nennt man Psychologie.« Sie klopfte sich aufs silbergraue Haar, das sie zu einem festen Knoten zusammengesteckt hatte. Er war härter als Granit. »Die Lehre von der eigenen Schleue und der Dummheit anderer Leute.« »Aber es ist ein Trick«, wandte Eskarine ein. »Es handelt sich nicht um echte Magie, es ist...« »Ach«, Granny seufzte. »Wenn du jemandem ein Fläschchen mit rotem Hustensaft gibst, so mag es dem Betreffenden nach einigen Tagen besser gehen, wenn du Glück hast. Aber wenn du ganz sicher sein willst, dass das Zeug wirkt, musst du den Patienten davon überzeugen. Sag ihm, es sei eine Mischung aus Mondschein und Elfenwein oder etwas in der Richtung. »Murmel ein bisschen vor dich hin. Ähnlich ist es auch mit dem Fluchen.« »Mit dem Fluchen?« wiederholte Eske unsicher. »Ja, Mädchen. Sieh mir nicht so verdutzt an. Du wirst fluchen, wenn es notwendig sein sollte. Wenn du allein bist, dir niemand helfen kann und...« »Äh«, die alte Frau zögerte. Unbehagen entstand in ihr, als sie den fragenden Blick Eskarinas auf sich ruhen spürte. »Und man dir nicht mit angemessenem Respekt begegnet?« fügte sie mit einem leisen Brummen hinzu. »Wähl lange und komplizierte Flüche aus und sprich sie möglichst laut und eindrucksvoll. Sie verfehlen ihre Wirkung nicht, glaub mir. Man wird sich schon bald an dich erinnern, wenn sich jemand mit einem Hammer auf den Daumen schlägt oder ein Hund tot umfällt, und beim nächsten Mal kannst du damit rechnen, dass man dir mit ausgesuchter Höflichkeit begegnet.« »Das klingt nicht nach echter Magie,« sagte Eske, scharrte mit den Füßen und wirbelte Staub auf. »Ha! Einmal habe ich einem Mann das Leben gerettet,« erzählte Granny, »mit einer speziellen Medizin, die er zweimal täglich einnehmen sollte. Sie bestand aus heißem Wasser mit einem Schuss Beeren-Saft. Ich sagte ihm, die Arzenei stamme von den Zwergen. Nun, das ist der wichtigste Teil der Doktorin. Man muss das Interesse der Leute wecken, sie dazu bringen, sich selbst zu heilen.« Gönnerhaft griff sie nach der Hand des Mädchens. »Ach, eigentlich bist du für solche Sachen noch zu jung,« sagte die Hexe, »aber wenn du größer bist, wirst du folgende Erfahrung machen. Die meisten Menschen treten nur selten aus ihrem Kopf heraus,« sie schloss, »was auch auf dich zutrifft.« »Ich verstehe nicht ganz.« »Andernfalls wäre ich auch sehr überrascht gewesen,« erwiderte Granny streng. »Nenn mir jetzt fünf Kräuter, mit denen man Bronchitis behandeln kann.« Allmählich erinnerte sich der Frühling an seinen angestammten Platz im Wechsel der Jahreszeiten und forderte den Winter mit allem Nachdruck auf, vorübergehend in Pension zu gehen. Granny nahm Esk bei Ausflügen mit, die den ganzen Tag dauerten. Sie zeigte ihr verborgene Teiche und kleine Seen, führte sie in abgelegene Schluchten, wo sie nach seltenen Pflanzen suchten. Eskarina fand großen Gefallen daran und hielt sich gern im Bereich der hohen Hänge auf. Dort brannte die Sonne erstaunlich heiß vom Himmel, während die Luft eiskalt blieb. Eine dichte Decke aus Blättern und Blüten wuchs auf dem Boden. Von einem der höchsten Gipfel aus konnte das Mädchen bis zum großen Meer am Rande der Scheibenwelt sehen. In der anderen Richtung verloren sich die ins ewige Gewand des Winters gekleideten Spitzhornberge in dunstiger Ferne. Sie reichten bis zur Mitte, wo ein zehn Meilen hohes, gewaltiges Massiv aufragte, von dem es hieß, es diene den Göttern als Heimstatt. »Mit den Göttern ist so weit alles in Ordnung«, sagte Granny, als sie den Picknickkorb auspackten und die Aussicht genossen. »Wenn man sie nicht belästigt, lassen sie einen in Ruhe.« »Wennst du viele Götter?« »Nun, einige Male habe ich den Donnergott gesehen«, antwortete die alte Hexe, »und natürlich Hoki.« »Hoki?« Granny biss von einer besonders weichen Stulle ab. »Der Naturgott«, sagte sie. »Manchmal wählt er die Gestalt einer Eiche oder manifestiert sich als ein Mischwesen, halb Mensch, halb Ziege. Ich halte ihn hauptsächlich für eine verdammte Nervensäge. Selbstverständlich findet man ihn nur im tiefen Wald. Dort spielt er Flöte. Und zwar ziemlich schlecht, wenn du mich fragst.« Eskarina lag auf dem Bauch und ließ den Blick über die Landschaft in der Tiefe gleiten, während einige freischaffende Hummeln über Thymiansträuchern patrouillierten. Sie fühlte warmen Sonnenschein auf dem Rücken, obgleich in dieser Höhe noch immer Schnee an den Mitwärtsseiten der Felsen lag. »Berichte mir von den Regionen dort unten«, bat Esk verträumt. Granny starrte missbilligend auf eine zehntausend Meilen weite Landschaft. »Es sind nur andere Orte«, erwiderte sie knapp. »Sie unterscheiden sich kaum von denen, die du bereits kennst.« »Gibt es dort große Städte und so?« »Ich fürchte schon.« »Hast du sie einmal besucht?« Granny ließ sich zurücksinken, hob vorsichtig den Rock und enthüllte einige Quadratzentimeter soliden Baumwollflanell. Das Sonnenlicht erfüllte ihre alten Knochen mit wohliger Wärme. »Nein«, erwiderte sie, »es gibt hier bereits genug Probleme. Es ist nicht nötig, dass man in weiter Ferne nach ihnen sucht.« »Ich habe einmal von einer Stadt geträumt«, sagte Esk. »Dot wohnten Hunderte von Menschen, und ich sah ein Gebäude mit großen magischen Toren.« Das hinter ihr erklingende Geräusch hörte sich an, als Risse ein altes Leinentuch. Die Hexe war eingeschlafen. »Granny?« »Granny?« Esk dachte kurz nach. »Es ist wunderschön hier«, sagte sie wie beiläufig. »Wir sind ganz allein, und niemand stört uns.« »Ich fühle mich herrlich entspannt«, fügte das Mädchen listig hinzu. »Und bereit?« »Was meinst du?« »Granny?« Eskarina entschied, deutlicher zu werden. »Ich bin der Ansicht, dies ist ein geeigneter Zeitpunkt.« Und als die erhoffte Reaktion ausblieb, »Du hast es versprochen, mir echte Magie zu zeigen, wenn es soweit ist, und jetzt...« »Mmm, ich verstehe«, ächzte Oma Wetterwachs, schloss die Augen auf und blickte zum Himmel hinauf. Direkt im Zenit wurde das Firmament dunkler als über dem Horizont, eher purpurn als blau. »Warum nicht?« dachte sie. »Sie lernt recht schnell, und in der Kröterkunde kennt sie sich inzwischen fast besser aus als ich. Als ich so alt war wie sie, und da wies mich Gammel, Mütterchen, Tumult, stundenlang im Borgen wandeln und schicken. Vielleicht bin ich zu vorsichtig.« »Nur ein bisschen«, drängte Esk. Granny überlegte und suchte vergeblich nach irgendwelchen Ausflüchten. »Bistimmt bereue ich es später«, fuhr es ihr durch den Sinn, womit sie erstaunlichen Weitblick bewies. »Na schön«, brummte sie. »Echte Magie«, vergewisserte sich Eskarina, »weder Kröter noch Psychologie.« »Echte Magie«, bestätigte Granny, »beziehungsweise das, was du darunter verstehst.« »Ein Zauberspruch?« »Nein.« »Ich zeige dir, wie man borgt.« Eskarinas Augen strahlten aufgeregt. Granny fand, dass sie lebendiger wirkte als jemals zuvor. Die alte Hexe betrachtete das Tal vor ihnen und nickte langsam, als sie ein geeignetes Geschöpf fand. Ein grauer Adler kreiste müßig über einem fernen Gehölz und in der animalischen Bewusstseinssphäre spürte sie Ruhe und Gelassenheit ausgezeichnet. Behutsam setzte sie sich mit dem Vogel in Verbindung und daraufhin flog er langsam näher. »Zunächst kommt es beim Borgen darauf an, dass man sich einen möglichst bequemen und sicheren Platz sucht,« erklärte Granny und strich das Gras hinter ihr glatt. »Zum Beispiel ein weiches Bett.« »Aber was ist, Borgen?« »Leg dich hin und halt meine Hand.« »Siehst du den Adler dort oben?« Esk starrte hoch und zwinkerte im hellen Schein der Sonne. Sie sah zwei kleine Gestalten auf der Wiese weit unten, während sie sich vom Wind tragen ließ. Deutlich spürte sie, wie er kühle Luft an den Federn entlangstrich. Da der Adler nicht jagte und sich einfach nur ein Spaß daraus machte, träge dahin zu gleiten, blieb die Landschaft unter ihm eine Ansammlung unbedeutender Konturen. Die freie Weite jedoch, sie wurde zu einem komplizierten, sich ständig verändernden, dreidimensionalen Etwas, einem miteinander verketteten Muster aus Spiralen und Kurven, das sich über viele Meilen hinweg erstreckte, einer Achterbahn aus Strömungen, die thermische Säulen umschmiegten, esk, spürte einen vorsichtigen Druck, der sie zurückhielt. Der zweite wichtige Punkt, ertönte dicht neben ihr die kratzige Stimme der Hexe, ist folgender. Man darf das geborgte Geschöpf nicht verärgern. Wenn man ihm die eigene Gegenwart offenbart, setzt es sich entweder zu Wehr oder gerät in Panik, und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als den Rückzug anzutreten. Der Vogel dort oben hat sein ganzes Leben als Adler verbracht. Im Gegensatz zu dir. Esk schwieg. »Du fürchtest dich doch nicht, oder?« fragte Oma Wetterwachs. »Beim ersten Mal ist eine solche Reaktion durchaus verständlich, und ich habe keine Angst,« erwiderte Eskarina ruhig. »Wie kontrolliert man das Tier?« »Darauf sollte man besser verzichten, wie dem auch sei.« »Selbst erfahrenen Hexen fällt es schwer, Kontrolle auf eine völlig selbstständige animalische Gedankensphäre auszuüben. Man muss dem Geschöpf vorschlagen. Es sei geneigt, sich auf eine ganz bestimmte Weise zu verhalten. Mit zahmen Tieren sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Nun, trotzdem kann man von solchen Wesen nichts verlangen, was ihrer elementaren Natur widerspricht,« Granny deutete in die Höhe. »Versuch jetzt, einen Kontakt mit dem Bewusstsein des Adlers herzustellen.« Esk sah Granny als eine einheitliche silbergraue Wolke am Rande ihres Wahrnehmungsbereichs. Nach kurzer Suche fand sie den Adler. Sie hatte ihn fast übersehen. Sein Selbst war klein, purpurn und scharf wie eine Pfeilspitze. Der Vogel konzentrierte sich ganz aufs Fliegen und bemerkte sie nicht. »Gut,« lobte die alte Hexe, »wir entfernen uns nicht allzu weit vom Tal, wenn du möchtest, dass er abdreht und sich in eine andere Richtung wendet.« »Ja, ich weiß,« sagte Esk. Sie beugte die Finger, die sich an einem ganz anderen Ort befanden, woraufhin der Adler die Schwingen anwinkelte und nach links glitt. »Nicht schlecht,« sagte Granny und versuchte, ihr erstaunend zu verbergen. »Wie hast du das erreicht?« »Ich, ich weiß nicht. Es erschien mir offensichtlich.« Vorsichtig sondierte Granny das Ich des Vogels. Der Adler ahnte noch immer nichts von seinen beiden mentalen Passagieren. Die alte Frau war zutiefst beeindruckt, was nicht sehr häufig geschah. Sie schwebten über dem Berg und Esk begann mit einer begeisterten Erforschung der Adlersinne. Grannys Stimme heilte durch ihr Bewusstsein, gab ihr Ratschläge und Anweisungen, warnte sie dann und wann. Eskarina hörte nur mit halbem Ohr zu. Es klang alles viel zu kompliziert. Warum konnte sie nicht einfach das fremde Ich übernehmen? Es trug dadurch gewiss keinen Schaden davon. Sie konnte deutlich sehen, wie sie dabei vorgehen musste. Ein fester Griff an der richtigen Stelle, nicht schwerer als ein Fingerschnippen, was Esk noch nie zustande gebracht hatte. Und dann brauchte sie sich nicht mehr mit Erfahrungen aus zweiter Hand zu begnügen. Konnte das Fliegen richtig erleben. Dann lass das, sagte Granny ruhig. Du würdest es bedauern. Was, glaubst du etwa? Es hätte noch niemand vor dir versucht, Mädchen. Jede Hexe hat sich irgendwann einmal vorgestellt, wie interessant es wäre, einen fremden Körper zu übernehmen, um zu den Wolken aufzusteigen oder Wasser zu atmen. Denn es ist nicht annähernd so leicht, wie du dir das vorstellst. Esk warf ihr einen finsteren Blick zu. Sieh mich nicht so an, fuhr die alte Frau fort. Eines Tages wirst du mir für diesen Hinweis danken. Hüte dich vor Dingen, mit denen du dich noch nicht auskennst. Klar? Bevor du zu irgendwelchen Tricks greifst, solltest du genau wissen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. Und wie man sie vermeidet. Versuch erst dann zu gehen, wenn du laufen gelernt hast. Ich spüre, worauf es zu achten gilt, Granny. Mag sein, aber vielleicht täuschst du dich. Das Borgen ist schwieriger, als es den Anschein hat, obwohl ich zugeben muss, dass du dich sehr geschickt anstellst. Nun, für heute reicht's. Bring uns jetzt wieder zur Wiese. Dort zeige ich dir, wie man zurückkehrt. Der Adler segelte hoch über den beiden reglosen Gestalten im Gras, und vor ihrem inneren Auge sah es Carina zwei Verbindungsstränge, geistige Pfade, die nach unten führten. Grannys Gedankenschatten verflüchtigte sich. Jetzt! Die alte Frau irrte sich. Das Ich des Vogels leistete kaum Widerstand, und es blieb ihm nicht genug Zeit, in Panik zu geraten. Esk hüllte es in ihre eigene Selbstsphäre. Dort wand es sich einige Male hin und her, bevor es mit ihr verschmolz. Granny öffnete die Augen und hörte, wie der Adler ein triumphierendes Krächzen von sich gab. In einer Höhe von nur wenigen Metern sauste er über den grasbewachsenen Hang und glitt an der Flanke des Berges entlang. Grannys Blicke folgten ihm, doch schon nach kurzer Zeit verwandelte er sich in einen kleinen Punkt und entschwand wenig später aus ihrer Sicht. Ein zweiter Schrei verhallte in der Ferne. Die Hexe beobachtete Esks schlaffen Körper. Das Mädchen wog zwar nicht sehr viel, aber es war ein weiter Weg nach Hause, und der Nachmittag ging langsam in den Abend über. Erflixt, murmelte sie ohne besonderen Nachdruck, stand auf und strich sich den Rock glatt. Mit einem mühevollen Stöhnen hob sie Eskarinas leblos anmutenden Leib auf und trug ihn auf der Schulter. Im scharlachroten Licht der untergehenden Sonne stieg Esk-Adler höher, wie berauscht von der Ekstase des Fluges. Auf dem Heimweg begegnete Granny einem hungrigen Bär. Die alte Frau litt an Rückenschmerzen und war nicht in der Stimmung angeknurrt zu werden. Sie brummte einige leise Worte und zu seinem recht kurzen Erstaunen prallte der Bär an einen Baumstamm. Er kam erst nach einigen Stunden wieder zu sich, rieb sich verwirrt die Schnauze und machte sich eilig auf und davon. Granny betrat ihr Haus, brachte Esk ins Bett und entzündete ein Feuer im Kamin. Sie führte die Ziegen in den Stall, melkte sie und traf Vorbereitungen für die Nacht. Die Hexe vergewisserte sich, dass alle Fenster offen standen, und als es dunkel wurde, stellte sie eine Lampe so auf, dass man ihr Licht schon von Weitem sehen konnte. Eine der Angewohnheiten von Oma Wetterwachs bestand darin, jeweils nur einige Stunden hintereinander zu schlafen, und auch diesmal erwachte sie gegen Mitternacht. Das Zimmer hatte sich nicht verändert, sah man einmal davon ab, dass die Lampe inzwischen zum Zentralgestirn eines Sonnensystems aus ziemlich dummen Motten geworden war. Sie schlug erneut die Augen auf, als der Morgen dämmerte. Nur ein kleiner Stummel erinnerte noch an die lange Kerze in der Lampe, und Esk ruhte nach wie vor im tiefen Koma des Borgens. Als Granny die Ziegen zur Koppel führte, beobachtete sie aufmerksam den Himmel. Der Mittag kam und ging, und schließlich neigte sich ein weiterer Scheibenwelttag dem Ende entgegen. Unruhig marschierte Oma Wetterwachs in der Küche auf und ab. Gelegentlich unterbrach sie ihre ziellose Wanderung und erlag plötzlichen Anfällen von Arbeitswut. Energisch entfernte sie uralte Schmutzkrusten aus den Fliesenfugen, kratzte den Ruß des letzten Winters aus dem Kamin, stieß darunter auf den des Vorjahres, ließ sich davon nicht beeindrucken und scheuerte ihn ebenfalls fort. Ein Mäusenest hinter der Garderobe wurde mit vorsichtiger Unerbittlichkeit in den Ziegenstall verlegt. Die Sonne ging unter. Das Licht der Scheibenwelt war schwerfällig und träge. Von ihrer Hütte aus beobachtete Granny, wie es über die Berghänge tropfte und in goldenen Bächen durch den Wald strömte. Hier und dort verharrte es in kleinen Lachen, bis es schließlich verblasste. Mit den Fingerspitzen trommelte sie an den Türpfosten und summte eine bitterklingende, leise Melodie. Als der nächste Morgen graute, lag es Carinas Körper noch immer reglos und stumm im Bett. Als das goldene Licht langsam über die Scheibenwelt floss, wie die ersten Vorboten der Flut, die sich über ein Watt tasteten, schlug der große Adler langsam mit den breiten Schwingen und stieg höher der gewölbten Himmelskuppel entgegen. Unter Esk erstreckte sich die runde Welt. Kontinente und Inseln, Flüsse und Seen und selbstverständlich das Randmeer. Unter dem Dach des Firmaments herrschte Stille. Escarina kostete das herrliche Gefühl des Fliegens voll aus, zwang die ermüdenden Muskeln zu noch größeren Anstrengungen. Doch irgendetwas stimmte nicht. Ihre Gedanken schienen ein seltsames Eigenleben zu entwickeln und sich in einem mentalen Dunst zu verlieren. Gefühle wie Schmerz, Aufregung und Erschöpfung trieben durch ihren Geist, aber gleichzeitig schienen sie andere Empfindungen zu verlieren. Der Wind trieb Erinnerungen fort. Wenn sie sich auf eine bestimmte Überlegung konzentrieren wollte, löste sie sich auf und verschwand. Sie büßte Teile ihres Ichs ein und wusste nicht einmal, was ihr abhanden kam. Nach einer Weile geriet sie in Panik und trachtete danach, sich an vertrauten Dingen festzuklammern. Ich bin Esk, habe den Körper eines Adlers übernommen und Wind, der durch die Federn streicht, Hunger, ein suchender Blick, der über den Nichthimmel in der Tiefe streicht. Sie versuchte es erneut. Ich bin Esk, und die verschlungenen Wege der Windpfade, die Schmerzen in den zitternden Muskeln, die leise pfeifende Luft, die Kälte. Ich bin Esk, hoch über Luft, feucht, nass, weiß, hoch über allem anderen. Der Himmel ist dünn. Ich bin, ich bin. Granny stand im Garten und der Morgenwind zerrte wie Lüstern an ihren Rücken. Sie ging von Bienenstock zu Bienenstock und klopfte behutsam auf die Klappen. Dann blieb sie in einem nahen Gewirr aus Gurkenkraut und Melisse stehen, streckte die Arme aus und intonierte etwas mit so hoher Stimme, dass kein normaler Mensch irgendeinen Laut vernommen hätte, ganz im Gegenteil zu den Bienen. Plötzlich stiegen große Wolken aus diensteifrig summenden, dicken Insekten auf, schwebten über der Hexe und stimmten mit lautem Brummen in ihren Gesang ein. Kurz darauf machten sie sich auf den Weg, flogen über die Bäume hinweg ins heller werdende Licht. Es ist allgemein bekannt, zumindest unter Hexen, dass alle Bienenkolonien Teil einer Wesenheit namens Schwarm sind, sowie die einzelnen Insekten individuelle Komponenten des jeweiligen Stocks darstellen. Granny setzte sich nur selten mit den Gedankensphären von Bienen in Verbindung, unter anderem deswegen, weil Insektenbewusstseine sonderbare Strukturen aufwiesen und nach mentalem Zinn schmeckten. Aber der eigentliche Grund war ihre Befürchtung, der Schwarm sei weitaus intelligenter als sie. Sie wusste, dass die Drohnen innerhalb kurzer Zeit die wilden Bienenkolonien im tiefen Wald erreichen und mit ihren Artgenossen in allen Tälern und Schluchten des Gebirges Ausschau halten würden. Ihrer Aufmerksamkeit entging nichts. Granny nickte zufrieden. Jetzt konnte sie nur noch warten. Kurz vor Mittag kehrten die Bienen zurück und in ihren wie säure ätzenden Gedanken las Oma-Wetterwachs, dass sie keine Spur von Esk gefunden hatten. Damit blieb nur noch eine Alternative übrig. Die Hexe schauderte, als sie daran dachte, hielt jedoch an ihrem einmal gefassten Beschluss fest. Er nahm eine kleine Leiter, kletterte ungelenk auf den Dachboden und holte den versteckten Zauberstab. Er war eiskalt und dampfte. »Also, wer findet sie sich über der Schneegrenze?« murmerte Granny. Sie kehrte nach draußen zurück, stieß den Stab in ein Blumenbeet, starrte ihn finster an und gewann den unangenehmen Eindruck, dass er ihren Blick erwiderte. »Du hast keinen Grund zu triumphieren, denn ich gebe mich nicht geschlagen,« sagte Oma Wetterwachs scharf. »Es bleibt mir nur nicht genug Zeit, es mit anderen Dingen zu versuchen. Du weißt bestimmt, wo es Carina ist. Ich befehle dir, mich zu ihr zu bringen.« Der Zauberstab musterte sie hölzern. »Bei...« Granny zögerte und suchte nach den richtigen Worten für eine angemessene Beschwörung. »Bei...« »Stock und Stein.« »Ich unterwerfe dich meinem Willen.« »Aktivität, Bewegung, Lebhaftigkeit,« alle diese Worte wären völlig unpassend gewesen, um die Reaktion des Stabs zu beschreiben. Granny kratzte sich am Kinn und erinnerte sich an die Frage, die man Kindern bei solchen Gelegenheiten stellte. »Wie lautet das magische Wort?« »Bitte?« versuchte sie es, sagte sie versuchsweise. Der Zauberstab erzitterte, löste sich aus dem Boden, stieg auf und verharrte einladend in Hüfthöhe. Granny hatte gehört, dass sich Besenstiele bei jüngeren Hexen wieder großer Beliebtheit erfreuten, aber sie hielt nicht viel davon. Ihrer Meinung nach gab es keine Möglichkeit, würdevoll zu wirken, wenn man auf einem Haushaltsgerät ritt. Außerdem war sie nicht schwindelfrei. Andererseits, vielleicht sollte sie unter den gegebenen Umständen auf das sonst übliche Maß an Würde verzichten. Granny holte rasch ihren Hexenhut, nahm dann auf dem Zauberstab Platz, natürlich im Damensitz, und klemmte sich die Röcke fest zwischen die Knie. »In Ordnung«, sagte sie, »von mir aus kann's loooohu!« Die Waldtiere stoben, erschrocken davon, als ein Pfeil schneller, schreiender und fluchender Schatten über die Baumwipfel raste. Granny hielt sich so krampfhaft fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten, schluckte mehrmals, als sie in die Tiefe starrte, und sammelte wichtige Erfahrungen in Hinsicht auf Massenschwerpunkt und Luftturbulenz. Der Zauberstab achtete nicht auf ihr quiekendes Schrillen und flog stur weiter. Als er die Hochlandwiesen erreichte, gewöhnte sich Oma Wetterwachs langsam an ihn mit anderen Worten. Sie schlang Beine und Arme um ihn und fand sich damit ab, dass sie nicht länger auf dem Stab saß, sondern an ihm hing. Diesmal erfüllte ihr Hut durchaus einen gewissen Zweck. Er war aerodynamisch geformt. Der Flug führte an den hohen schwarzen Klippen vorbei und durch schmale Täler, von denen es hieß, dort hätten zur Zeit der Eisriesen Ungeheuer namens Gletscher ihr Unwesen getrieben. Die Luft wurde dünner und immer kälter. Über einer Schneewehe hielt der Zauberstab jeher inne. Granny fiel, blieb schnaufend im weichen Weiß liegen und versuchte sich daran zu erinnern, warum sie all diese Mühen auf sich nahm. Unter einem nahen Felsvorsprung entdeckte die Hexe ein federiges Bündel. Als sie darauf zukroch, kam ein kleiner Kopf in die Höhe und ein Adler musterte sie aus furchtsam blinzelten Augen. Er breitete die Schwingen aus, um fortzufliegen, torkelte erschöpft und sank auf dem Boden zurück. Als Granny die Hand nach ihm ausstreckte, biss er sie in den Finger. »Ne, ich verstehe«, sagte sie leise und mehr zu sich selbst. Sie entsann sich an Würde und Anstand, sah sich um, entdeckte eine Gesteinsformation, die groß genug zu sein schien, und zog sich zurück. Nach einigen Sekunden trat sie wieder hinter dem Felsen hervor und hielt einen Unterrock in der Hand. Der Vogel humpelte umher, schlug mit den Flügeln und ruinierte das Ergebnis einer mehrwöchigen Perlstichstickerei. Doch schließlich gelang es Granny, ihn zu fangen und einzuwickeln, sodass von Schnabel und Krallen keine Gefahr mehr drohte. Sie wandte sich wieder dem Stab zu, der aufrecht im Schnee steckte. »Ich kehre zu Fuß zurück«, verkündete sie stolz. »Wie sich herausstellte, endete das kleine Tal an einer steilen Felswand, die mehrere hundert Meter weit in die Tiefe reichte. »Na gut«, seufzte die alte Frau, »aber du fliegst ganz langsam, verstanden, und dicht über dem Boden.« Granny wusste inzwischen, was sie erwartete, und da der Zauberstab diesmal größere Vorsicht walten ließ, empfand sie die Heimreise fast als geruhsam. Sie glaubte beinahe, sich im Laufe der Zeit so sehr ans Fliegen gewöhnen zu können, dass sie es nicht mehr hasste, sondern nur noch verabscheute. Eigentlich fehlte nur eine Vorrichtung, die dafür sorgte, dass man nicht ständig nach unten starrte. Der Adler hockte auf einem Läufer, der vor dem kalten Kamin lag, ertrank ein wenig Wasser, das Granny zuvor mit einigen Zaubersprüchen behandelte. Für gewöhnlich benutzte sie diese Formen nur, um Patienten zu beeindrucken, aber man konnte nie wissen, vielleicht nützten sie tatsächlich etwas, und er fraß auch einige Streifen rohes Fleisch. Doch die ganze Zeit über offenbarte er nicht das geringste Anzeichen von Intelligenz. Die alte Hexe fragte sich, ob sie den richtigen Vogel gefunden hatte. Sie riskierte es erneut, sich ihm zu nähern, blickte in böse funkelnde gelbe Augen und versuchte sich davon zu überzeugen, dass in den Tiefen des animalischen Bewusstseins in irgendeinem dunklen Ich-Gewölbe ein sonderbares, blasses Licht flackerte. Behutsam sondierte sie die fremde Gedankensphäre. Der Geist des Adlers bot sich ihr wie gewohnt dar, lebendig und scharf, aber außerdem fühlte sie auch noch etwas anderes. Das Ego hat natürlich keine Farbe, doch Granny glaubte trotzdem, das Vogel selbst als eine Zusammenballung verschiedener purpurner Schichten zu erkennen, und in dieser Masse beobachtete sie ein Gespinst aus dünnen silbernen Linien. Esk hatte zu spät begriffen, dass der Körper den Geist formt. Das Borgen an sich war harmlos, doch der Traum eines echten Gestaltwandels enthielt eine Strafoption. Granny nahm im Schaukelstuhl Platz, wippte einige Male und gestand sich ein, dass sie nicht mehr weiter wusste. Sie sah sich außerstande, zwei miteinander verwobene Bewusstseine voneinander zu trennen. Eine solche Aufgabe überstieg die Fähigkeiten aller Hexen in den Spitzhornbergen. Nicht einmal... Alles blieb still, aber irgendwie schien sich die Beschaffenheit der Luft zu verändern. Granny beobachtete den Zauberstab, den sie nur widerwillig in ihrer Hütte duldete. Nein, zischte sie. Dann dachte sie, warum sage ich das? Um mich selbst zu überzeugen. Ich kann die magische Macht deutlich spüren, aber es ist nicht meine Macht. Allerdings gibt es hier keine andere, und vielleicht ist es schon zu spät, aber vielleicht auch nicht. Vorsichtig schickte Granny sanfte Gedanken in den Geist des Vogels, um ihn zu beruhigen und die mentalen Gewitterwolken einer beginnenden Panik zu vertreiben. Der Adler leistete keinen Widerstand, als sie nach ihm griff. Die Krallen schlossen sich so fest um ihr Handgelenk, dass Blut aus winzigen Wunden drang. Dann nahm die alte Hexe den Zauberstab, ging nach oben und betrat das Schlafzimmer mit der durchhängenden Decke. Escarina lag noch immer reglos im Bett wie tot. Sie setzte den Vogel auf die Bettstange und richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Stab. Erneut veränderten sich die Konturen der Schnitzmuster, um nicht ihre wahre Form zu zeigen. Granny hatte schon mehrfach taumaturgische Energie eingesetzt, ging dabei jedoch eher zögernd zu Werke und beschränkte sich darauf, leichten Druck auszuüben, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Und eine Veränderung im Gefüge der Realität zu bewirken. Natürlich wählte sie andere Worte, um diesen Vorgang zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn man an der richtigen Stelle sucht, findet man immer einen Hebel. Nun, die im Zauberstab konzentrierte Macht war gewaltig und formlos. Pure Energie. Ein Destillat jener Kräfte, die dafür sorgten, dass im Universum alles mit rechten Dingen zuging. Die Verwendung solcher Energien erforderte ihren Preis. Und Grannys Wissen über Zauberei ließ sie ahnen, dass sie nicht mit einem Rabatt rechnen durfte. Andererseits, warum betritt man überhaupt den Laden, wenn man sich über einen zu hohen Preis sorgt? Sie räusperte sich und überlegte verzweifelt, wie sie sich jetzt verhalten sollte. Möglicherweise genügte es einfach nur, den Geist zu öffnen. Die Macht traf sie wie ein Hammerschlag. Granny spürte, wie sie angehoben wurde, und als sie den Kopf senkte, stellte sie überrascht fest, dass sie noch immer auf dem Boden stand. Sie tat einen Schritt nach vorn, und magische Entladungen knisterten in unmittelbarer Nähe. Sie streckte die Hand aus, um sich gegen die Wand zu stützen, und das alte Holz erbebte. Aus schreckgeweiteten Augen sah sie, wie sich grüne Keimlinge bildeten und erste Blätter entfalteten. Ein magischer Orkan heulte durchs Zimmer, wirbelte Staub auf und gab ihm einige sehr beunruhigende Formen. Ein Krug splitterte, und die daneben stehende Spülschüssel mit dem reizenden Rosenmuster zerbrach. Der Nachttopf unter dem Bett verwandelte sich in etwas Gräuliches und schlich davon. Granny setzte zu einem Fluch an, brach nach einigen Worten ab und schloss den Mund wieder, als die Worte in Gestalt bunter Blüten durch Wolken schwebten, die in allen Regenbogenfarben schillerten. Sie sah auf Esk und den Adler hinab, der den seltsamen Vorgängen nicht die geringste Beachtung schenkte. Oma Wetterwachs runzelte die Stirn und versuchte, sich zu konzentrieren. Einmal mehr schickte sie einen hexentelepathischen Ausläufer ihres Ichs in den Kopf des Vogels. Betrachtete dort purpurne Gedankenschichten in einem Konkon aus silbernen Fäden. Jetzt gab es einen Unterschied. Granny stellte fest, wo die Linien begannen und endeten, wo sie behutsam zupfen musste, um sie von der animalischen Bewusstseinssphäre zu trennen. Es erschien ihr so offensichtlich, dass sie laut lachte. Das heisere, krächzende Geräusch wehte ihr, als eine orangefarbene und rote Fahne von den Lippen zerfaserte dicht unter der Decke. Zeit verstrich. Selbst mit der enormen magischen Kraft, die nun in ihr brodelte, fiel es der alten Hexe nicht leicht, Esks selbst aus den purpurnen Ego-Kammern des Adlers zurückzuholen. Ebenso gut hätte sie versuchen können, im Mondschein dünnes Garn durch ein winziges Nadelöhr zu schieben. Schließlich aber gelang es ihr, eine Hand voll Silberfiligran vom Geist des Vogels zu lösen. In der langsamen und schweren Welt, von der sie nun ein Teil zu sein schien, holte Granny mit dem kleinen Büschel aus und warf es in Richtung Escarina. Es wurde zu einem Dunsthauch, wirbelte wie ein Nebelstrudel und verschwand. Irgendwo schnatterte, knurrte und grollte es und aus den Augenwinkeln beobachtete die Hexe dunkle Schemen. Nun, früher oder später erlebte jeder so etwas. Sie waren gekommen. Angelockt, von purer Magie. Man musste eben lernen, sie nicht zu beachten. Granny zuckte zusammen, als ihr heller Sonnenschein über die geschlossenen Lieder tanzte. Sie kauerte an der Tür und ihr ganzer Körper fühlte sich an, als litte er an Zahnschmerzen. Blindlings tastete sie umher, spürte die Kante des Waschstands und zog sich in die Höhe. Es überraschte sie nicht sonderlich, dass Krug und Spülschüssel genauso aussahen wie immer. Aus reiner Neugier überhörte sie die Proteste des Rückens, schaute unters Bett und er stellte fest, dass alles in Ordnung war. Der Adler hockte noch immer auf der Bettstange. Esk lag unter der Decke und Granny sah, dass sie nicht mehr im Koma weilte, sondern schlief. Ein zurückgekehrtes Ich erfüllte ihren Körper mit neuem Leben. Die alte Hexe hoffte nur, dass Eskarina nicht mit einem Heißhunger auf Feldmäuse und wilde Kaninchen erwachte. Der Adler widersetzte sich nicht, als sie ihn nach unten trug und draußen freiließ. Müde flog er zum nächsten Baum und machte es sich auf einem Ast gemütlich. Er hatte das deutliche Gefühl, dass er eigentlich auf jemanden sauer sein sollte, aber er konnte sich beim besten Willen nicht an den Grund dafür erinnern. Esk öffnete die Augen und starrte eine Zeit lang zur Decke. Inzwischen kannte sie jeden Spalt darin, jede noch so kleine Ritze im Verputz, jeden einzelnen Buckel. Sie formten eine umgestülpte, fantastische Landschaft, in der Eskarina schon vor Wochen eine ebenso persönliche wie komplexe Zivilisation angesiedelt hatte. Traumbilder schwebten an ihrem inneren Auge vorbei. Sie zog einen Arm unter der Decke hervor, betrachtete ihn und fragte sich, warum keine Federn aus der Haut wuchsen. Alles war sehr verwirrend. Sie strich die Laken beiseite, schwang die Beine aus dem Bett, neigte die Schwingen in den Wind und glitt durch die... Als Granny das dumpfe Pochen auf dem Schlafzimmerboden hörte, eilte sie sofort die Treppe hinauf, nahm Eskarina in die Arme und drückte sie fest an sich. Das Mädchen zitterte am ganzen Leib. Die alte Hexe wiegte es hin und her und versuchte, das Kind mit wortlosem Brummen zu beruhigen. Esk sah ein Set zu ihr auf. Ich habe gespürt, wie sich meine Gedanken verflüchtigten. Ja, ja, murmelte Granny, du hast es überstanden. Verstehst du denn nicht, schrillte Eskarina. Die konnte mich nicht einmal mehr an meinen Namen erinnern. Ist er dir inzwischen wieder eingefallen? Esk zögerte und dachte nach. Ach, ja, sagte sie, ja, natürlich. Das ist ja alles in Ordnung. Aber, oh, Granny seufzte, du hast etwas gelernt, sagte sie und sah kein besonderes Risiko darin, ihre Stimme wieder ein wenig schärfer und strenger klingen zu lassen. Es heißt, ungenügendes Wissen könnte gefährlich sein, aber glaub mir, ausreichendes Unwissen ist weitaus schlimmer. Was ist überhaupt geschehen? Du wolltest dich mit dem Borgen nicht zufrieden geben und bestandest darauf, einen fremden Leib zu übernehmen. Inzwischen dürftest du wissen, dass man Körper mit Prägemassen vergleichen kann. Sie geben ihrem Inhalt eine bestimmte Form. Das Bewusstsein eines Mädchens kann in einem Adler nicht überleben, zumindest nicht lange. Ich wurde zu einem Adler? In gewisser Weise. Ich war überhaupt nicht mehr ich selbst. Granny überlegte einige Sekunden lang. Sie legte immer dann eine kurze Pause ein, wenn die Gespräche mit Escarina zu einer übermäßigen Strapazierung ihres Vokabulars zu führen drohten. Nein, erwiderte sie schließlich, nicht in dem Sinne, wie du das meinst. Du warst nur ein Adler mit manchmal recht seltsamen Visionen. Während du davon träumtest, zu fliegen und an hohen Graten entlang zu gleiten, stellte sich der Vogel vielleicht vor, auf dem Boden herumzulaufen und zu sprechen. Aber jetzt ist alles vorbei, sagte Granny und schenkte ihr ein dünnes Lächeln. Du bist wieder du selbst. Und der Adler hat sein eigenes Bewusstsein zurück. Er sitzt in der großen Buche beim Abort. Ich schlage vor, du bringst ihm einen Futternapf. Escarina nahm mit überkreuzten Beinen Platz und blickte ins Leere. Ich entzünde mich an einige seltsame Dinge, murmelte sie nachdenklich. Granny drehte sich erschrocken um. Ich meine, ich sah sie in einer Art Traum, erklärte Escarina. Die alte Hexe musterte sie so entsetzt, dass sie innehielt und fürchtete, etwas Falsches gesagt zu haben. Was für Dinge? fragte Granny leise. Große, unheimliche Geschöpfe. Sie saßen einfach nur da. Was dunkel? Ich meine, hockten die Wesen im Dunkeln. Ich glaube, ich erinnere mich an Sterne. Granny. Oma Wetterwachs starrte zur Wand. Granny, wiederholte Escarina. Hm, ja, ah, oh, die alte Hexe schüttelte sich. Ja, 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 ich verstehe. Nun, ich möchte, dass du jetzt da runtergehst, den Schinken aus der Speisekammer holst und ihn dem Adler bringst. Es wäre sicher eine gute Idee, ihm zu danken. Vorsicht selber. Als Esk zurückkehrte, strich Granny gerade Butter auf Brotscheiben. Sie zog einen Stuhl an den Tisch heran, aber die alte Frau winkte mit dem Messer. Zuerst müssen wir noch etwas erledigen. Steh auf und sieh mich an. Eske horchte verwundert. Granny legte das Messer in den Brotkasten und schüttelte den Kopf. Herr, verfixt, brummte sie. Ein Standardfluch, der verdeutlichte, was sie von der ganzen Welt im Großen und Ganzen hielt. Ich habe keine Ahnung von den Einzelheiten des Rituals, aber ich bin sicher, dass es eins gibt. Bestimmt verzichten sie bei so etwas nicht auf eine Zeremonie. Ich kenne die Zauberer. Sie müssen dauernd alles komplizierter machen als... Wovon sprichst du überhaupt? Oma Wetterwachs schenkte ihr keine Beachtung, marschierte durchs Zimmer und näherte sich einer dunklen Ecke neben dem Kleiderschrank. »Wahrscheinlich müsstest du mit dem linken Fuß in einem Eimer stehen, der kalten Haferbrei enthält, einen Handschuh überstreifen und, äh, und, ach, was weiß ich«, fuhr die alte Frau fort. »Jole, ich hätte lieber darauf verzichtet, aber Sie lassen mir ja keine Wahl.« »Ich verstehe noch immer nicht«, die alte Hexe holte den Zauberstab hervor und zeigte ihn Eske. »Hier, er gehört dir. Nimm ihn. Ich hoffe nur, es ist richtig, dass du ihn bekommst.« »Granny hatte nicht ganz Unrecht. Normalerweise wird einem jungen Zauberer der Stab im Verlaufe einer höchst eindrucksvollen Zeremonie überreicht, die noch feierlicher ist, wenn es sich um das Erbstück eines älteren Magiers handelt. Das recht anstrengende und langwierige Ritual geht auf eine ehrwürdige Tradition zurück und man verwendet dabei unter anderem Masken, Kapuzen, Schwerter und ähnliches Zubehör. Darüber hinaus wird ausgiebig geflucht und geschworen, wobei es nicht an drohenden Hinweisen auf abgeschnittene Zungen aus dem Leib gerissene Gedärme und in acht Winde verstreute Asche fehlt. Nach dieser mehrstündigen Geduldsprobe findet der Novize schließlich Aufnahme in die Bruderschaft der Weisen und Erleuchteten. Natürlich werden auch lange Ansprachen gehalten. Oma Wetterwachs gelang es durch reinen Zufall, alles Wichtige mit wenigen Worten zum Ausdruck zu bringen. Esk nahm den Stab entgegen und betrachtete ihn neugierig. »Hübsch«, sagte sie unsicher, »insbesondere die Schnitzmuster. Was hat es damit auf sich?« »Setz dich und hör mir wenigstens einmal aufmerksam zu.« »Also, kurz vor deiner Geburt.« »Und das wär's im Großen und Ganzen.« Eskarina starrte auf den Stab und sah dann Granny an. »Ich soll Zauberer werden?« »Ja, äh, nein, äh, ich weiß es nicht genau.« »Das ist keine richtige Antwort«, erwiderte Esk vorwurfsvoll. »Du hast eben gesagt, der Zauberstab gehöre mir und...« »Frauen und Zauberei sind wie Feuer und Wasser«, entfuhr es Oma Wetterwachs. »So etwas lässt sich nicht miteinander vereinen. Ebenso gut könntest du versuchen, dir deinen Lebensunterhalt als Schmiedin zu verdienen.« »Nun, ich hab meinem Vater bei der Arbeit zugesehen und eigentlich...« Granny seufzte. »Ach, weibliche Zauberer sind genauso unmöglich wie männliche Hexen.« »Was ist mit Hexenmeistern?«, fragte Esk interessiert. Die alte Frau rollte mit den Augen. »Ich meine, es gibt keine männlichen Hexen, nur dumme Männer«, entgegnete Granny mit dem gebotenen Nachdruck. »Wenn Männer Magie beschwören, sind sie keine Hexen, sondern Zauberer.« »Es läuft alles auf Psychologie hinaus«, sie klopfte sich auf den Kopf, »auf die Arbeitsweise des Verstandes. Weißt du, das Bewusstsein von Männern funktioniert irgendwie anders als unser Bewusstsein. Ihre Taumaturgie besteht aus Zahlen, Geraden, Kurven und irgendwelche Sternen, Konstellationen, als ob sowas eine Rolle spielte. Sie ist nur...« »Mart«, nichts weiter als...« Granny zögerte und wählte ihr Lieblingswort, um all das zu beschreiben, was sie an der Zauberei verachtete. »Gemetrie.« »Na schön«, sagte Eskarina erleichtert, »dann bleibe ich hier und lerne die Hexenkunst.« »Ach«, brummte Granny niedergeschlagen, »wäre es doch so einfach, aber ich fürchte, dabei ergeben sich einige Probleme.« »Aber du hast doch gerade gesagt, Männer können nur Zauberer sein, und für Frauen käme allein die Hexerei in Frage. Gewissermaßen ein Naturgesetz, stimmt's?« »Ja, in der Tat.« »Nun«, fügte Esk triumphierend hinzu, »dann ist ja alles geregelt, oder? Es bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Hexe zu werden.« Granny deutete auf den Zauberstab. Das Mädchen zuckte mit den Achseln. »Es ist nur ein alter Stock.« Oma Wetterwachs schüttelte den Kopf. Esk zwinkerte. »Nein? Nein. Und ich kann keine Hexe sein. Ich weiß nicht, was du sein kannst.« »Halt den Stab.« »Was?« »Halt den Stab. Ich habe eben einige Scheite in den Kamin gelegt. Setz sie in Brand.« »Die Zunderbüchse liegt«, begann Eskarina. »Du hast mich einmal darauf hingewiesen, man könne ein Feuer wesentlich leichter entzünden. Zeig's mir.« Granny stand auf. Sie schien im Halbdunkel der Küche zu wachsen, und ihre Gestalt verschmolz mit bedrohlich wirkenden Schemen und Schatten. In den Augen der alten Hexe blitzte es, als sie Eske ansah. »Zeig's mir«, befahl sie scharf. Ihre Stimme war so kalt wie Eis. »Aber«, setzte Eske an. Sie presste den Zauberstab an sich und wich so hastig zurück, dass sie dabei den Stuhl umstieß. »Zeig's mir!« Mit einem erschrockenen Schrei drehte sich Eske um. Funken stoben ihr von den Fingerkuppen und gleisten durchs Zimmer. Das Holz im Kamin explodierte so heftig, dass die Druckwelle Möbelstücke durch den Raum schleuderte. Ein großer Ball aus zischend-lodernder grüner Glut bildete sich. Flammen leckten gierig, als die Kuppel über festen Stein rollte, der erst laut knackte und sich dann verflüssigte. Der eiserne Kaminschirm hielt tapfer einige Sekunden lang stand, bevor er wie Wachs schmolz. Er metamorphierte zu einem roten Fleck am Feuerball und löste sich schließlich ganz auf. Den Kessel ereilte wenig später ein ähnliches Schicksal. Als sich die Mauern des Schornsteinschachts in der Hitze verformten, gab der granitene Untergrund nach und mit lautem Prasseln verschwand die irrlichternde Kugel im Boden. Es knisterte dumpf und Dampf wehte aus der runden Öffnung. Deutliche Hinweise darauf, dass sich der Ball unaufhaltsam einen Weg durch die Scheibenweltkruste brannte. Es folgte jene Art von beständig brummender Stille, die man nach ohrenbetäubendem Lärm als eine Art Erlösung empfindet. Und als das aktinische Grellen verblasste, schien es in der Küche stockfinster zu sein. Nach einer Weile kroch Oma Wetterwachs hinter dem Tisch hervor und näherte sich vorsichtig dem Loch im Boden, an dessen Rand noch immer Lava brodelte. Sie sprang zurück, als eine weitere Rauchwolke empor pilzte. Es heißt, unter den Spitzhornbergen erstrecken sich die Stollen vieler Zwergenminen, sagte sie leise und ihre Lippen zuckten. Ich schätze, die kleinen Burschen erleben gerade ihr blaues Wunder. Esk erinnerte sich an den grünen Glanz des Feuerballs und fragte sich, warum das Wunder ausgerechnet blau sein sollte. Aber sie erhob keine Einwände und schwieg. Die alte Hexe beobachtete missbilligend eine kleine Pfütze aus abkühlendem Eisen. »Schade um den Kaminschirm«, sagte sie betrübt. »Er war mit gusseisernen Eulen geschmückt, weißt du.« Mit zitternder Hand strich sie sich übers angesenkte Haar. »Ich glaube, es könnten wir ein anständiges Glas kaltes Wasser vertragen.« Eskarina warf einen verwirrten Blick auf ihre Finger. »Echte Magie«, brachte sie hervor. »Und ich habe sie beschworen.« »Eine Art von echter Magie«, berichtigte Granny. »Vergiss das nie. Außerdem rate ich dir, solche Vorstellungen nicht zu wiederholen. Sonst sieht die Welt bald wie ein durchlöcherter Käse aus. Du musst erst noch lernen, die magische Energie zu beherrschen.« »Kannst du mir dabei helfen?« »Ich nein.« »Aber wie soll ich es lernen, wenn mir niemand zeigt, worauf es dabei ankommt?« »Du musst dorthin gehen, wo man über solche Dinge Bescheid weiß. Ich halte eine Zauberschule für angebracht.« »Aber du hast doch gesagt«, Granny ließ den Krug sinken, mit dem sie gerade ein Glas Wasser gefüllt hatte. »Ja, ja«, erwiderte sie müde und winkte ab. »Vergiss meine Mahnungen und höre auch nicht auf die Stimme gesunden Menschenverstands. Manchmal muss man die Dinge so nehmen, wie sie sind. Ich befürchte, du hast gar keine andere Wahl, als eine solche Schule zu besuchen.« Esk dachte darüber nach. »Du meinst, es sei mein Schicksal?«, vergewisserte sie sich. Granny hob die Schultern. »Ungefähr. Vielleicht.« »Er weiß.« Als Escarina zu Bett gegangen war, setzte Granny ihren Hut auf, zündete eine Kerze an, räumte den Tisch ab und holte eine hölzerne Kiste aus einem geheimen Fach des Kleiderschranks. Sie enthielt ein Fläschchen mit Tinte, einen alten Federkiel und mehrere Blätter Papier. Oma Wetterwachs fühlte sich nicht besonders wohl, wenn sie mit der Welt der Buchstaben konfrontiert wurde. Ihre Augen traten vor, die Zunge führte ein seltsames Eigenleben zwischen den Lippen, Schweißperlte auf Grannys Stirn. Doch die Spitze des Federkiels kratzte gehorsam übers Pergament, begleitet von gelegentlichen Bemerkungen wie »Verflext« und »Zum Teufel damit«. Der unten stehenden Version des Briefes mangelt es an den fürs Original typischen Wachstropfen, Flecken und durchgestrichenen Stellen. In dieser Hinsicht sind der Fantasie des Lesers keine Grenzen gesetzt. An den Oberzauberer der unsichtbaren Universität. Meine besten Grüße, ich hoffe, es geht dir gut. Ich schicke dir Eskarina Schmied. Sie hat das Zeug zu einem Zauberer, aber ich weiß leider nicht, was ich mit ihr anstellen soll. Sie ist ein fleißiges Mädchen und auch Sober, und außerdem kennt sie sich gut mit diversen Haushaltsarbeiten aus. Ich gebe ihr ein Pfennig Geld mit auf der Weg. Mühe gehst du lange und in Frieden leben. Ein letzter Gruß. Esmeralda, Wetterwachs, Fräulein, Hexe. Granny hielt das Blatt ins Kerzenlicht und prüfte den Text kritisch. Ein guter Brief fand sie. Der Ausdruck »divers« stammte aus dem Alma nach, den sie jeden Abend las. Er kündigte immerzu diverse Suichen und diverses Unglück an. Oma Wetterwachs wusste nicht genau, was damit gemeint war, aber ihr gefiel der Klang des Wortes. Sie versiegelte die Botschaft mit Kerzenwachs und legte sie auf den Schrank. Morgen wollte sie ins Dorf gehen, um sich einen neuen Kessel zu besorgen, und bei dieser Gelegenheit konnte sie das Schreiben für den nächsten Kurier hinterlegen. Am folgenden Morgen suchte Granny ihre Kleidung mit besonderer Sorgfalt aus. Sie wählte ein schwarzes Gewand mit Frosch- und Fledermausmuster, einen schwarzen Samtmantel, den sie schon seit 30 Jahren benutzte, was niemand übersehen konnte, und ihren schwarzen Hexenhut, den sie mit langen Nadeln zierte. Sie brach zusammen mit Escarina auf, wandte sich zunächst an den Steinmetz und bestellte einen neuen Kamin. Dann stattete sie dem Schmied einen Besuch ab. Bei der dortigen Unterredung ging es ziemlich hitzig zu. Schon nach kurzer Zeit verließ Esk das Haus, kletterte in den Apfelbaum und nahm in ihrer Lieblings-Astgabel Platz. Mit halbem Ohr lauschte sie dem wütenden Gebrüll ihres Vaters und dem Schluchzen ihrer Mutter. Ab und zu herrschte Stille. Das bedeutete, dass Oma Wetterwachs mit ihrer Keine-Wiederrede-Stimme einen Diskussionsbeitrag leistete. Manchmal konnte die alte Frau erstaunlich ruhig und gelassen sprechen, was ihren Worten einen noch größeren Nachdruck verlieh. Sie benutzte dann einen Tonfall, den der Schöpfer verwendet haben mochte, als er das Universum schuf. Escarina wusste nicht genau, ob Granny dabei Gebrauch von Magie und Psychologie machte, aber das spielte eigentlich auch keine Rolle. Es gelang ihr meisterhaft, jeden Widerspruch im Keim zu ersticken und keinen Zweifel daran zu lassen, dass sie die Dinge exakt so beschrieb, wie sie sein sollten. Die Zweige des Apfelbaums neigten sich in einer sanften Brise hin und her, Esk hielt sich am Stamm fest und starrte ins Leere. Sie dachte an Zauberer. Sie kamen nicht oft nach blödes Kaff, aber trotzdem erzählte man sich viele Geschichten über sie. Es hieß, sie seien weise und für gewöhnlich sehr alt. Sie beschworen mächtige, schwierige und geheimnisvolle Magie und fast alle hatten lange Bärte. Darüber hinaus gehörten sie ohne Ausnahme dem männlichen Geschlecht an. Hexen erschienen Escarina zumindest ein wenig vertrauter. Sie kannte einige, die in anderen Dörfern wohnten und außerdem nahm sie in den Bräuchen und Traditionen der Spitzhornberge einen festen Platz ein. Hexen galten als schlau und listig, erinnerte sich Esk, und die meisten von ihnen waren sehr alt oder gaben sich alle Mühe, alt auszusehen. Sie beschworen hintergründige, hausbackene und praxisnahe Magie und einige von ihnen hatten Bärte. Außerdem gehörten sie ausnahmslos dem weiblichen Geschlecht an. Escarina runzelte die Stirn. Irgendwo in diesem Vorstellungskomplex verbarg sich ein grundlegendes Problem, das sie nicht genau zu erfassen vermochte. Warum konnten Frauen keine Zauberer? Sie unterbrach ihren Gedankengang, als Cern und Gulda über dem Pfad stürmten und unter dem Apfelbaum bremsten. Staub wirbelte auf. Mit einer Mischung aus Bewunderung und Verachtung blickten die beiden Brüder zu ihrer Schwester hoch. Hexen und Zauberern begegnete man besser mit Respekt, doch Schwestern fielen nicht in diese Kategorie. Der Umstand, dass Escarina die Hexerei erlernte, schien irgendwie den ganzen Berufsstand abzuwerten. Du kannst überhaupt nicht Hexen, sagte Cern, oder? Natürlich kannst du's nicht, fügte Gulda hinzu. Was ist das für ein Stock? Der Zauberstab lehnte unten am Stamm. Cern beäugte ihn neugierig. Rührt ihn nicht an, bat sie hastig. Bitte, er gehört mir. Normalerweise hatte Cern das Feingefühl eines Ramboks, aber diesmal ließ er die Hand sinken, bevor sie den Stock berührte. Überrascht hob er die Brauen. Ich wollte ihn überhaupt nicht anfassen, erwiderte er verwirrt. Ist doch nur ein alter Stock. Stimmt es, dass du zaubern kannst, fragte Gulda. Renni behauptet das jedenfalls. Wir haben an der Tür gelauscht, erklärte Cern. Wenn ich mich recht entsinne, erwiderte Escarina wie beiläufig, habt ihr das soeben in Zweifel gezogen? Hm, vielleicht nicht ohne Grund. Du gibst bloß an. Das Mädchen senkte den Kopf und blickte nach unten. Manchmal gelang es Esk, ihre Brüder zu lieben, wenn sie sich an ihre schwesterlichen Pflichten erinnerte, aber meistens sah sie in ihnen nichts weiter als störenden Lärm, der lange Hosen trug. Jetzt aber fühlte sie sich nicht nur herausgefordert, sondern auch beleidigt, und als sie Gulda musterte, verglich sie ihn mit einem hässlichen kleinen Schwein. Sie spürte, wie ihr Körper zu prickeln begann, und die Konturen der Welt zeichneten sich deutlicher ab als jemals zuvor. Ich kann Magie beschwören, sagte sie langsam. Gulda wandte den Blick von ihr ab, betrachtete den Stab, kniff die Augen zusammen und gab ihm einen entschlossenen Tritt. Blöderstock! Escarina fand, dass Gulda einem Schwein immer ähnlicher sah. Zerns Gellen alarmierte sowohl Oma Wetterwachs als auch Vater und Mutter Schmied. Sie eilten aus dem Haus und machten sich ein Bild von der Lage und liefen durch den Garten. Esk hockte nach wie vor in der Astgabel und ihre zarte Miene wirkte verträumt und nachdenklich. Zern versteckte sich hinter einem anderen Baum und schrie aus vollem Halse. Gulda saß vollkommen perplex in einem Haufen aus Kleidungsstücken, die ihm nicht mehr passten. Er grunzte leise. Granny trat näher, bis sich ihre krumme Nase auf einer Höhe, mit der Escarinas befand. »Es ist nicht erlaubt, Menschen in Schweine zu verwandeln«, zischelte sie. »Dieses Verbot gilt sogar für Brüder.« »Mich traf keine Schuld«, erwiderte Esk im Plauderton. »Es passierte einfach und du musst zugeben, dass die neue Gestalt zu ihm passt.« »Was geht hier vor?« fragte Vater Schmid. »Wo ist Gulda? Und was hat das Schwein hier zu suchen?« »Dieses Schwein«, sagte Granny Wetterwachs, »ist dein Sohn.« Esks Mutter sank mit einem ächzenden Seufzen zu Boden, doch Gordo war nicht ganz so unvorbereitet und bedachte Gulda mit einem scharfen Blick. Das Ferkel befreite sich von Hemd und Hose, schnüffelte am ersten Fall Obst und schmatzte genießerisch. »Hat sie das getan?« fragte der Schmied und deutete auf seine Tochter. »Ja, besser gesagt, es geschah durch sie.« Argwöhnisch betrachtete Granny den Zauberstab. »Oh« Gordo musterte seinen fünften Sohn und überlegte, dass ein Schwein weitaus weniger Erziehungsprobleme schuf. Geistesabwesend streckte er die Hand aus und gab dem immer noch schreienden Zern einen Klaps auf den Hinterkopf. »Kannst du ihn zurückverwandeln?« brummte er. Granny drehte sich um und gab die Frage an Esk weiter, die einfach nur mit den Schultern zuckte. »Er meinte, ich sei nicht imstande zu zaubern,« erwiderte sie ruhig. »Nun, ich glaube, du hast ihm das Gegenteil bewiesen,« sagte Granny. »Gib ihm sofort seine ursprüngliche Gestalt zurück, Fräulein. »Jetzt sofort, auf der Stelle, hast du gehört?« »Dazu habe ich keine Lust, er war gemein.« »Ich verstehe.« Eskarina sah trotzig nach unten und Granny starrte streng nach oben. Zwei Bewusstseinssphären prallten wie dicke Knüppel aufeinander und die Luft zwischen Hexe und Schülerin verdichtete sich. Nun, Oma Wetterwachs hatte ihr ganzes Leben damit verbracht, aufsässigen Wesen ihren Willen aufzuzwingen. Eskarina erwies sich zwar als überraschend starke Gegnerin, aber sie konnte ihr nicht auf Dauer Widerstand leisten. »Na schön,« jammerte das Mädchen schließlich. »Ich bin zwar nach wie vor der Meinung, dass er als Schwein wenigstens einen gewissen Zweck erfüllt, aber...« Eskarina wusste nicht, woher die Magie kam, die ihren Bruder verwandelt hatte. Zögernd streckte sie den geistigen Arm aus, berührte etwas und drückte zu. Aus dem grunzenden Ferkel wurde ein nackter Gulta, in dessen Mund ein Apfel steckte. »Sagte er.« Granny wandte sich dem Schmied zu. »Glaubst du mir jetzt?« stieß sie hervor. »Meinst du noch immer, deine Tochter solle ein ganz normales Leben führen und die Magie einfach vergessen? Stell dir nur einmal vor, was ihrem armen Ehemann blüht, wenn sie irgendwann heiratet.« »Aber du hast doch immer wieder betont, Frauen könnten keine Zauberer werden,« erwiderte Gordo. Er war ziemlich beeindruckt. Oma Wetterwachs hatte nie irgendjemanden in etwas verwandelt. »Das ist jetzt nicht mehr wichtig,« sagte Granny und versuchte sich zu beruhigen. »Es braucht eine anständige Ausbildung. Sie muss lernen, wie man die magische Energie beherrscht. Meine Güte, hab doch endlich Erbarmen mit dem Jungen und bedeck seine Blöße.« »Gulter, zieh dich an und hör auf zu grunzen,« befahl Vater Schmied und richtete den Blick dann wieder auf die Hexe. »Also, ich glaube, du hast irgendeine Art von Schule erwähnt, nicht wahr?« erkundigte er sich skeptisch. »Ja, die unsichtbare Universität. Dort werden Zauberer unterrichtet. Kennst du den Weg?« »Ja,« log Granny, die mit Geografie fast ebenso vertraut war wie mit subatomarer Nuklearphysik. Der Schmied musterte seine schmollende Tochter. »Dort wird man sie zu einem Zauberer machen?« fragte er. Granny seufzte. »Ich fürchte, ja,« antwortete sie und dachte, »sollen sich die alten Narren die Finger an ihr verbrennen.« »Im wahrsten Sinne des Wortes.« Eine Woche später schloss Oma Wetterwachs die Tür ihrer Hütte ab und versteckte den Schlüssel im Abort, an einem weithin sichtbaren großen Haken. Um die Ziegen kümmerte sich eine Schwester, die in einem anderen Dorf wohnte und versprochen hatte, das Haus im magischen Auge zu behalten. Blödes Kaff musste eben eine Weile ohne Hexe auskommen. Granny dachte voller Unbehagen daran, dass man die unsichtbare Universität nur dann fand, wenn sie sich zeigen wollte. Sie beschloss, die Suche danach, im nächsten größeren Ort zu beginnen, in Ohulan-Kutasch, einer rund 15 Meilen entfernten Ansammlung von ungefähr 100 Häusern. Jeder kosmopolitische Bürger von Blödes Kaff legte großen Wert darauf, jenes Städtchen mindestens ein- oder zweimal im Jahr aufzusuchen. Granny hingegen hatte nur eine solche Reise unternommen, vor vielen Jahren und unverzüglich entschieden, von solchen Ortschaften nichts zu halten. Ihrer gnadenlosen Meinung nach rochen sie nicht richtig, stanken geradezu und man lief dauernd Gefahr, sich zu verirren. Außerdem konnte sie das nervöse Gehabe der Städter nicht ausstehen. Ein Fuhrmann, der dem Dorfschmied in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Metall brachte, bot Granny und Esk an, sie auf seinem Karren mitzunehmen. Der dauernd hin- und herschaukelnde Wagen bot zwar nicht gerade ein Übermaß an Bequemlichkeit, aber Oma Wetterwachs zog die Fahrt einem anstrengenden Fußmarsch vor, nicht zuletzt deshalb, weil sie ihre wenige Habe in einem großen Sack verstaut hatte. Vorsichtshalber saß sie darauf. Eskarina hielt den Zauberstab und beobachtete den vorbeigleitenden Wald. Nach einigen Meilen sagte sie, »Du hast mir doch gesagt, die Pflanzen in weiter Ferne seien völlig anders.« »Und das stimmt auch. Die Bäume dort sehen ganz normal aus.« Granny beobachtete sie misstrauisch. »Sie tarnen sich!« behauptete sie kühn. Sie spürte, wie sich erste Panik in ihr regte. Sie bedauerte es nun, Esk in fataler Gedankenlosigkeit versprochen zu haben, sie zur unsichtbaren Universität zu begleiten. Granny bezog ihr Wissen über den Rest der Scheibenwelt aus Gerüchten und ihrem Alma nach, und deshalb war sie felsenfest davon überzeugt, dass Unheil in der Fremde lauerte, Erdbeben, Flutwellen, Seuchen und Massaker, viele von ihnen divers, wenn nicht noch schlimmer. Aber sie klammerte sich an ihrer Entschlossenheit fest, alles tapfer durchzustehen. Eine Hexe verließ sich zu sehr auf Worte, um ein einmal gegebenes Versprechen zu missachten. Sie trug anständiges Schwarz, unter dem sie mehrere Hutnadeln und ein langes Brotmesser versteckte. Das wenige Geld, das ihnen Gordo Schmid widerstrebend angeboten hatte, verbarg sich irgendwo zwischen ihren zahlreichen Unterrücken. In den Taschen der Bluse klirrten und klapperten mehrere Glücksbringer, Talismane und Verderbensbanner. Die Handtasche enthielt ein nagelneues Hufeisen, von dem sie hoffte, dass es auf zu aufdringliche Leute, insbesondere Männer, ebenso wirkte wie Knoblauch und Kruzifixe auf durstige Vampire. Mit dieser Ausrüstung fühlte sich Oma Wetterwachs einigermaßen bereit, der Welt gegenüber zu treten. Der Weg wandte sich an steilen Berghängen entlang. An diesem Tag wölbte sich ein klarer Himmel über der Landschaft und die Spitzhorngipfel erhoben sich stolz und weiß wie die Bräute des Firmaments, um deren Aussteuer sich einige dunkle Wolkenfetzen stritten. Die vielen kleinen Bäche, die am Rande des Pfades gluckerten oder ihn kreuzten, flossen träge an mädesüß- und hurtig-wurzeln vorbei. Gegen Mittag erreichten sie den Vorort von Ohulan. Die Stadt war zu klein, um mehr als einen Vorort zu haben, und er bestand nur aus einer Schenke und den Hütten einiger Familien, die den urbanen Stress nicht ertrugen. Einige Minuten später rumpelte der Karren auf den einzigen Platz der Metropole. Wie sich herausstellte, trafen sie an einem Markttag ein. Oma Wetterwachs stand unsicher auf dem Kopfsteinpflaster und hielt sich krampfartig an Eskarinas Schulter fest, während eine bunte Menschenmenge sie umwogte. Sie hatte gehört, dass Frauen vom Lande, die zum ersten Mal in großen Städten weilten, an stößigen Dingen begegnen konnten, und deshalb hielt sie die Handtasche wie eine Waffe. Jeder Mann, der so töricht gewesen wäre, ihr auch nur zuzunicken, hätte sofort Grannys Hufeisen kennengelernt. Eskarinas Augen funkelten. Der Platz bot sich mit einer Vielfalt von Geräuschen, Farben und Gerüchen dar. Auf der einen Seite sah sie die Tempel der wichtigeren Scheibenweltgötter, und der Wind wehte ihr sonderbare Düfte zu, verwob sie zu einem betörenden Aroma, in das auch andere Gerüche Eingang fanden. Esk schnupperte genießerisch in den Rauchschwaden Dutzender offener Feuer und richtete den staunenden Blick auf die verlockenden Auslagen der Stände. Granny wanderte ziellos umher. Die Marktbuden weckten auch ihr Interesse. Sie betrachtete die angebotenen Gegenstände, während sie aus den Augenwinkeln weiterhin nach Taschendieben, Erdbeben und ersten Anzeichen erotischer Einflussnahme Ausschau hielt. Schließlich erweckte etwas Vertrautes ihre Aufmerksamkeit. In einem schmalen Zwischenraum zwischen zwei Häusern hatte jemand einen mit schwarzen Tüchern verhangenen Verschlag errichtet. Zwar wirkte er eher unauffällig, doch erstaunlicherweise zog er viele Kunden an. Es handelte sich hauptsächlich um Frauen aller Altersgruppen, aber Granny bemerkte auch einige Männer. Alle offenbarten eine ähnliche Verhaltensweise. Niemand hielt direkt auf den Stand zu. Jeder Interessent schlenderte daran vorbei, machte plötzlich kehrt und verschwand hastig unter der dunklen Markise. Kurz darauf kehrten die Betreffenden zurück, verstauten heimlich eine Börse und wetteiferten mit solcher Hingabe um den Weltmeistertitel im möglichst lässigen Spaziergang, dass ein müßiger Beobachter zweifeln mochte, ob er seinen Augen noch trauen konnte. Granny schöpfte sofort Verdacht. »Was wird dort verkauft?« fragte Esk. »Wofür bezahlen die Leute?« »Pier Medizin«, sagte die alte Hexe mit Nachdruck. »Offenbar gibt es in dieser Stadt ziemlich viele Kranke. meinte es Carina ernst. Das Innere des seltsamen Standes schien nur aus finsteren Schatten und Schemen zu bestehen und der Kräutertuft war so stark, dass man ihn in Flaschen hätte füllen können. Fachmännisch betrachtete Granny einige Bündel aus getrockneten Blättern und Esk versuchte unterdessen die Etiketten einiger Krüge zu lesen. Sie kannte die meisten Elixiere und Heiltränke, die Oma Wetterwachs herstellte, aber diese Spezialität gehörten nicht zu ihrem Repertoire. Die Namen klangen sonderbar. Tigeröl, Jungfrauentraum, Ehemannsgehilfe. In einer Ecke lagen einige Stöpsel, die so rochen wie Grannys Waschküche nach einer mysteriösen Destillation, bei der die alte Hexe auf die Hilfe ihrer jungen Assistentin verzichtete. Weiter hinten bewegte sich eine klimpernde Gestalt und faltige braune Finger griffen nach Eskarinas Hand. »Kann ich dir helfen, Fräulein?« fragte eine Stimme. Der Tonfall war so süß wie Feigensirup. »Soll ich das Schicksal für dich deuten, oder möchtest du, dass ich die Zukunft für dich verändere?« »Sie gehört zu mir,« sagte Granny scharf und drehte sich um. »Siehst du denn nicht, dass du es mit einem Kind zu tun hast, Hilter-Ziegenfinder? Brauchst du vielleicht eine Brille?« Der Schatten vor Esk beugte sich vor. »Effme Wetterwachs«, fragte die Stimme. Jetzt klang sie wie Lebertran. »Genau die«, bestätigte Granny. »Verkaufst du noch immer Donnertropfen, eingefangene Blitze und ähnliche Kinkerlitzchen, Hilter? Wie läuft denn der Laden?« »Oh, ich kann nicht klagen,« antwortete der klirrende Schatten. »Freut mich, dich wiederzusehen. Was führt dich aus deinem Bergexil hierher, Esme? Und das Mädchen, vielleicht deine Schülerin?« »Was verkaufst du hier?« warf Esk aufgeregt ein. Die dunkle Gestalt lachte. »Oh, Dinge, die unangenehme Dinge verhindern und erfreuliche Dinge ermöglichen sollen, Schätzchen,« erwiderte der Schatten. »Bitte entschuldigt mich einen Augenblick. Ich möchte nur rasch das Geschäft schließen. Bin gleich wieder da.« Der Schatten rasselte vorbei und Esk nahm ein Kaleidoskop der verschiedensten Gerüche wahr. Hilter Ziegenfinder knöpfte die Tücher am Eingang des Ladens zu, kehrte in die rückwärtige Nische zurück und zog die Vorhänge beiseite. Das helle Licht der Nachmittagssonne blendete Eskarina. »Eigentlich sind mir die Dunkelheit und der Mief ein Gräuel,« meinte Hilter, »aber der Kunde erwartet so etwas, du weißt ja, wie das ist.« »Ja,« Esk nickte weise, »Psychologie.« Die andere Hexe erwies sich als eine kleine, dicke Frau, die einen riesigen, obstgeschmückten Hut trug. Sie schenkte Eskarina ein breites Lächeln und sah dann Granny an. »Stimmt, haargenau,« pflichtete sie dem Mädchen bei. »Darf ich euch Tee anbieten?« Sie begaben sich in die Hinterkammer des Ladens, die zu beiden Seiten von Hauswänden begrenzt wurde und nahmen auf einigen Ballen aus rätselhaften Kräutern Platz. Hilter reichte ihnen zierliche Tassen und Esk kostete aus einer eigentümlich schmeckenden grünen Flüssigkeit. Im Gegensatz zu Oma Wetterwachs, die sich wie ein würdevoller Rabe kleidete, bestand die Aufmachung der alten Ziegenfinder aus Seide, Spitzenschalen, bunten Farben, Ohrringen und Dutzenden von Armreifen. Jede Bewegung hörte sich an, als stürzten mehrere Schlagzeuger mitsamt ihren Instrumenten von einer hohen Klippe. Dennoch fiel Esk eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden Frauen auf. Man konnte sie nur schwer beschreiben. Die Vorstellung, dass Granny und Hilda einen Knicks machten, erschien absurd. Nun, brummte Oma Wetterwachs, bist du mit dem Leben hier zufrieden? Die Hexenkollegin zuckte mit den Schultern, wodurch die Trommler, die gerade den Rand der Klippe erreicht hatten, erneut den Halt verloren. Ach, es ist wie beim Liebhaber, der es zu eilig hat. Ein dauerndes Auf und... Hilter Ziegenfinder unterbrach sich, als sie Granny's bedeutungsvollen Blick in Richtung Escarina bemerkte. Äh, 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 ja, 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 na ja, im Großen und Ganzen schon, fügte sie hastig hinzu. Weißt du, die Stadträte haben mehrmals damit gedroht, mich fortzujagen, aber sie sind alle verheiratet, und wie du siehst, bin ich immer noch hier. Man wirft mir vor, ich sei Suspekt, was immer das bedeuten mag, aber ich antworte, es gibt hier viele Familien, die ohne Frau Ziegenfinders Flohkraut Präservative wesentlich größer und ärmer wären. Ich weiß genau, wer in meinen Laden kommt, jawohl, ich erinnere mich an jeden, der möchte gern Tropfen oder halt durch Salbe kauft, das kannst du mir glauben. Nun, ich habe mein Auskommen, wie läuft es denn in eurem Dorf mit dem komischen Namen? Blödes Kaff, sagte Esk hilfsbereit. Sie nahm eine tönerne Schale vom nahen Regal und schnupperte vorsichtig daran. Oh, es geht so dahin, seufzte Oma Wetterwachs, die verschiedenen Hilfsmittel der Natur sind immer gefragt. Esk schnupperte erneut an dem Pulver. Es schien aus zermahlenem Flohkraut zu bestehen, aber es gab auch noch einen anderen Bestandteil, den sie nicht herausfinden konnte. Behutsam stellte sie die Schale zurück. Während die beiden Frauen in einer Art weiblicher Geheimsprache miteinander plauderten, wobei wissende Blicke und unausgesprochene Adjektive eine große Rolle spielten, sah sich Eskarina weitere exotische Waren an. Manche davon erweckten den Eindruck, als stünden sie gar nicht zum Verkauf. Sie ruhten halb verborgen hinter eher gewöhnlichen Gegenständen, so als sei Hilda nicht besonders darin interessiert, sie in bare Münze zu verwandeln. Die erkenne ich nicht, sagte sie mehr zu sich selbst. Welchem Zweck dienen sie? Wir geben den Leuten Freiheit, antwortete Hilda, die offenbar ebenso gut hörte wie eine Katze, und an Granny gerichtet. Wie viel hast du sie gelehrt? Nicht so viel, erwiderte Oma Wetterwachs. Ich spüre die Macht in ihr, aber ich weiß nicht, um welche Art von Magie es sich handelt. Vielleicht Zauberei. Hilda drehte sich ganz langsam um und musterte Esk von Kopf bis Fuß. Ah, brummte sie, Das erklärt den Stab. Ich wunderte mich schon über das seltsame Flüstern und Raunen der Bienen. Nun gut, gib mir deine Hand, Mädchen. Eskarina streckte den Arm aus. Es steckten derart viele Ringe an Hildas Fingern, dass sie das Gefühl hatte, in einen Beutel mit Walnüssen zu greifen. Granny saß steif und gerade. Ihr Gesicht drückte Missbilligung aus, als Hilda Esks Handfläche betrachtete. Ich glaube, das ist nicht nötig, sagte sie fest. Immerhin bin ich ebenfalls eine Hexe, dieser Hokuspokus ist doch nur was für naive. Du tust das auch, warf Eskarina ein, im Dorf. Ich hab's selbst gesehen, außerdem benutzt du Karten und Teamblätter. Granny rutschte verlegen hin und her. Ja, schon, erwiderte sie. Es gerät eben dazu, man hält den Leuten einfach nur die Hand und daraufhin schildern sie sich selbst die Zukunft. Psychologie, erinnerst du dich? Nun, das ist noch lange kein Grund, an so etwas zu glauben. Himmel, wir alle gerieten in ziemliche Schwierigkeiten, wenn wir plötzlich damit anfingen, solche Sachen ernst zu nehmen. Die Mächte, die sind, weisen viele sonderbare und merkwürdige Eigenschaften auf, und es gibt verschiedene Möglichkeiten für sie, ihre Wünsche der kleinen Insel, im Nichts mitzuteilen, die wir als physische Welt erachten, verkündete Hilter Ziegenfinder feierlich. Sie zwinkerte Esk zu. Auch das noch, stöhnte Granny. Du brauchst nicht gleich zu verzweifeln, sagte Hilter, außerdem ist das die Wahrheit. Nur zum Kampf. Ich sehe, dass dir eine lange Reise bevorsteht, verkündete Hilter. Begegne ich unterwegs einem großen, dunkelhaarigen Fremden? fragte das Mädchen und starrte auf die eigene Hand. Das sagt Oma Wetterwachs immer zu Frauen, die Nein, widersprach Hilter. Granny schnaufte leise. Aber es ist eine sehr seltsame Reise. Du wirst eine große Strecke zurücklegen und doch an einem Ort bleiben. Außerdem sehe ich häufigen Richtungswechsel. Jede Menge Neues und Unbekanntes erwartet dich. Das kannst du mir alles aus der Hand lesen? Nun, eigentlich rate ich nur, gestand Hilter, setzte sich zurück und griff nach der Teekanne. In halber Höhe des steilen Hangs rutschte einer der Schlagzeuge aus und fiel auf einen vor Anstrengung keuchenden Kollegen. Erneut richtete sie den Blick auf Escarina. Ein weiblicher Zauberer, um nicht zu sagen, eine Zauberin. Granny bringt mich zur unsichtbaren Universität, meinte Esk, Hilter hob die Brauen. Weißt du, wo sie sich befindet? Granny runzelte die Stirn. Äh, nun, nicht genau, gab sie zu. Mit Städten und so kennst du dich besser aus als ich. Ich dachte, du könntest mir den Weg weisen. Es heißt, die unsichtbare Universität habe viele Türen, doch jene Tore, die in dieser Welt existieren, öffnen sich in Ankh-Morpuk, sagte die andere Hexe. Granny starrte sie groß an. Am runden Meer, fügte Hilter hinzu, und als Oma Wetterwachs weiterhin eine abwartende Haltung einnahm, 500 Meilen entfernt. Boah, machte Granny. Sie stand auf und klopfte sich unsichtbaren Staub vom Rock. Ah, dann sollten wir besser keine Zeit mehr verlieren, brummte sie. Hilter lachte. Escarina mochte dieses Geräusch. Granny lachte nie. Sie gab nur dadurch zu erkennen, fröhlich und heiter gestimmt zu sein, dass ihre Mundwinkel zuckten. Doch Hilter kicherte wie jemand, der gründlich über die Welt nachgedacht und den Witz darin gesehen hatte. Verschiebt die Abreise auf morgen, schlug sie vor. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt das nicht an. Ich habe zu Hause Platz genug. Übernachtet bei mir, ruht euch aus, bevor ihr euch auf den Weg macht. Wir möchten dir nicht zur Last fallen, sagte Granny. Unsinn, seht euch ein wenig um, während ich mein Kram zusammenpacke. Ohulan war der Umschlagplatz für die Waren und Produkte eines weiten Hinterlands und der Markttag endete nicht etwa mit dem Sonnenuntergang. An allen Ständen und Buden wurden Fackeln angezündet und Lichter funkelten neben den geöffneten Türen der Schenken und Tavernen. Selbst die Priester stellten bunte Lampen nach draußen, um Leute anzulocken, die sich erst des Abends an ihre Frömmigkeit erinnerten. Hilda verhielt sich wie eine dünne Schlange in hohem Gras, als sie sich geschickt einen Weg durch das Gedränge bahnte. Sowohl der Laden als auch die Dinge, die sie darin verkaufte, fanden in einem verblüffend kleinen Bündel auf dem Rücken Platz. Ihr Schmuck klirrte und klimperte wie eine ganze Kompanie Flamenco-Tänzer. Granny stapfte hinter ihr und versuchte, den Anschluss nicht zu verlieren. Immer wieder verzog sie das Gesicht. Ihre Plattfüße lehnten es stur ab, sich an das harte Kopfsteinpflaster zu gewöhnen. Escarina verirrte sich. Das war nicht gerade leicht, aber schließlich gelang es ihr, als sie durch die Lücke zwischen zwei Marktbuden sprang, dem Verlauf einer schmalen Gasse folgte und sich mehrmals nach rechts und links wandte. Oma Wetterwachs hatte sie mehrmals und in aller Deutlichkeit vor den namenlosen Dingen gewarnt, die in Städten lauerten, und bewies damit einen erstaunlichen Mangel an psychologischem Verständnis. Der einzige Erfolg ihrer mit düsterer Stimme vorgetragenen Hinweise bestand darin, dass sie Esks Neugier weckte. Das Mädchen wollte die gute Gelegenheit nutzen, eigene Erfahrungen zu sammeln. Wobei ihr kaum eine Gefahr drohte, Oulan war noch so barbarisch und unzivilisiert, dass nach Einbruch der Dunkelheit nur einige Diebe umherschlichen, die noch nicht wussten, wie man verriegelte Türen und Fenster aufbrach und morgens ziemlich enttäuscht nach Hause zurückkehrten, um dort festzustellen, dass ein Kollege die Wohnung leergeräumt hatte. So viel zur ohulanischen Kriminalität. Das angeblich erotische Gewerbe beschränkte sich auf einige eher harmlose und zum Gähnen einladende Darbietungen und die meisten Männer in der Stadt zogen es vor, nach dem Tageswerk an der Theke zu stehen und einen Krug Bier nach dem anderen in sich hineinzuschütten. Nach den dichterischen Standardbeschreibungen sollten junge Mädchen so würdevoll durch Märkte wandeln, wie weiße Schwäne über einen vom Mondschein erhellten See gleiten. Aufgrund gewisser praktischer Probleme zog es Escarina vor, sich wie ein kleiner Autoscooter durch die Menge zu schieben. Sie prallte von Körper zu Körper während die Spitze des Zauberstabs rund einen Meter über ihr wankte. Manche Köpfe drehten sich danach um und zwar nicht nur deswegen, weil sie davon getroffen wurden. Es geschah häufiger, Zauberer nach Ulan kamen, aber noch niemand hatte einen 120 Zentimeter kleinen Magier mit langem Haar gesehen. Ein aufmerksamer Beobachter hätte in Escarinas symbolischem Kielwasser sicher einige seltsame Vorfälle bemerkt. Man nehme als Beispiel nur den Mann, der die Zuschauer mit drei ungestülpten Tassen zu einem Ausflug in die fantastische Welt von Zufall und Wahrscheinlichkeit einlud, was sich in diesem Fall auf eine vertrocknete kleine Erbse bezog. Nur am Rande nahm er eine kleine Gestalt zur Kenntnis, die ihn eine Zeit lang ernst ansah und kurz darauf quollen unter jeder Tasse, die er anhob, Hunderte von Erbsen hervor. Schon nach wenigen Sekunden reichten ihm die Hülsenfrüchte bis an die Hüften, aber er steckte noch viel tiefer in Sorgen, plötzlich schuldete er einigen Leuten ziemlich viel Geld. Etwas später sah Esk einen zerzausten kleinen Affen, der schon seit Jahren an eine Kette gefesselt war, während sein Herrchen auf einer Orgel spielte, so schlecht und misstönend, dass alle Katzen heulend die Flucht ergriffen. Von einem Augenblick zum anderen kam Bewegung in das Tier. Es drehte sich um, starrte den Mann aus roten Augen an, biss ihn ins Bein, riss sich los und Tor verzichtet an dieser Stelle darauf zu erwähnen, wofür die Münzen ausgegeben wurden. Einige Marzipanenten schwebten aus einem nahen Stand, sausten an dem verdutzten Ladeninhaber vorbei und fielen mit einem glücklichen Quaken in den Fluss, wo sie bis zum Morgengrauen schmolzen, die natürliche Auslese kennt keine Gnade. Was die Bude anging, sie segelte durch eine Seitengasse davon und verschwand auf nimmer Wiedersehen. Ungeachtet aller poetischen Vorschriften wanderte es Carina mit jener Art von Eleganz durch die Menge, mit der Brandstifter durch herrlich trockene Heuschober schleichen oder Neutronen durch einen Reaktor fliegen. Die einzigen Hinweise, die ein aufmerksamer Beobachter auf sie bekommen hätte, bestanden in heilloser Aufregung und plötzlich im Chaos. Aber wie jeder gute Katalysator war das Mädchen nicht direkt an den Vorgängen beteiligt, die es auslöste. Und als die wirklichen Zuschauer es schließlich Aufgaben nach Esk Ausschau zu halten, befand sie sich längst ganz ganz wo anders. Sie spürte, wie sie allmählich müde wurde. Oma Wetterwachs hatte ganz allgemein nichts gegen die Nacht als solche einzuwenden, aber sie verabscheute lüsternes um um wirklich grausam zu sein und eine Barriere aus fauler Trägheit schützte seinen Charakter vor der schweren Last aus Arglust Heimtücke und Gemeinheit. Sein Körper war zwar weit herumgekommen, doch das Bewusstsein hatte sich nie über die Grenzen des Kopfes hinausgewagt. Er hob überrascht die Brauen, als sich ein Stock an ihn wandte und sein Erstaunen wuchs, als er eine dünne Stimme vernahm, die um ein Glas Ziegenmilch bat. Die Gäste in der Schenke lächelten und sahen ihn an, aber der Wirt versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Langsam beugte er sich über den Tresen vor und spähte nach unten. Escarina legte den Kopf in den Nacken und blickte zu ihm auf. Starr den Leuten direkt in die Augen, erinnerte sie sich an den Rat der alten Granny. Konzentriere deine geistige Kraft auf sie, fang ihren Willen ein, niemand kann dem Blick einer Hexe widerstehen, abgesehen von Ziegen. Der Wirt namens Skiller musterte ein Mädchen, das irgendwie zu schielen schien. Was? fragte er. Milch, sagte das Kind und starrte noch immer zu ihm empor. Die Flüssigkeit, die man bekommt, wenn man Ziegen melkt, weiß und ein wenig bitter. Skiller verkaufte nur Bier und einige seiner Gäste behaupteten, es stamme von Katzen. Keine Ziege, die etwas auf sich hielt, hätte den Gestankbeid des Geigers Rätsel ertragen. Wir haben keine Milch, sagte er. Er betrachtete den eigentümlichen Stab. Seine buschigen Brauen trafen sich dicht über der Nasenwurzel und flüsterten verschwörerisch miteinander. Du konntest wenigstens nachsehen, schlug Esk vor. Skiller schob sich wieder hinter den Tresen zurück, zum Teil um dem seltsamen Blick zu entgehen, der ihn verunsicherte und seine Augen Tränen ließ. Außerdem formten sich vor seinen mentalen Pupillen erste, düstere Vorstellungsbilder. Jeder zweitrangige Wirt steht in einer gewissen Resonanz mit dem Bier, das er ausschenkt, und zu seinem großen Erschrecken musste Skiller feststellen, dass die Vibrationen der großen Fässer hinter ihm nicht mehr den typischen Emissionen von Hopfen und Malz entsprachen, stattdessen erinnerten die Schwingungen an Milch. Zögernd betätigte er den Zapfhahn und tatsächlich weiße Flüssigkeit ran daraus hervor. Der Stab ragte noch immer hinter der Theke auf, wirkte wie ein Periskop. In Skiller entstand das unangenehme Gefühl, das ihn der Stock ansah. Vergeude sie nicht, sagte eine Stimme. Eines Tages wirst du dankbar dafür sein. Granny benutzte diesen Tonfall, wenn es Escarina beim Mittag oder Abendessen an der gebührenden Begeisterung mangelte und sie missmutig in einem Teller vormals grüner Bohnen stocherte, die Oma Wetterwachs so lange gekocht hatte, bis sie gelb wurden und auch die letzten Vitamine verloren. Für Skillers hypersensitive Ohren kamen diese Worte keiner Warnung gleich, sondern einer Prophezeiung. Er schauderte und er fragte sich, was ihn dazu bringen konnte, Ziegenmilch einem Glas schmackhaft schalen Bier vorzuziehen. Er wollte er tot sein. Und genau darin lag das Problem. Er schluckte, wischte einen Becher mit dem Daumen sauber und füllte ihn. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, dass die meisten Gäste aufstanden und die Schenke verließen. Niemand mochte Magie und weibliche Zauberei genoss einen besonders schlechten Ruf. Man konnte nie wissen, was Frauen oder Mädchen als nächstes in den Sinn kam. Deine Milch, sagte Skiller und fügte rasch hinzu. Wie wert es, Fräulein? Ich kann dafür bezahlen, erwiderte Esk und entsann sich an eine weitere Weisheit Grannys. Wenn du den Leuten Geld anbietest, lehnen sie es ab. Sie legen großen Wert auf ein reines Gewissen. Es ist alles Psychologie. Nein, 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 kommt überhaupt nicht in Frage, sagte Skiller verhastig. Er beugte sich vor. Wenn du so freundlich wärst, den Rest zurück zu verwandeln, weißt du, die Nachfrage nach Milch ist hier nicht sehr groß. Der Wirt wich ein wenig zur Seite. Esk hatte ihren Stab an den Tresen gelehnt, bevor sie nach dem Becher griff und Skiller beäugte ihn misstrauisch. Das Mädchen wischte sich einen cremeartigen weißen Belag von den Lippen. Ich habe nichts verwandelt, antwortete sie. Ich hatte einfach nur Durst und wusste genau, dass die Fässer Milch enthalten. Was sollte sich denn deiner Ansicht nach darin befinden? Äh, Bier? Esk dachte darüber nach. Sie erinnerte sich vage an Bier. Es schmeckte kaum besser als Spülwasser. Nach einer Weile fiel ihr ein anderes Getränk ein, das sich bei allen Bewohnern von blödes Kaff großer Beliebtheit erfreute. Es handelte sich um eins der am besten gehüteten Rezepte von Oma Wetterwachs, eine Art Medizin. Granny verwendete dabei nur Obst und der Herstellungsprozess schien mehrmaliges Erhitzen und Abkühlen zu erfordern. Anschließend prüfte sie die Qualität der Arzenei, indem sie einige Tropfen ins Feuer fallen ließ. Meistens zischten dann hohe Stichflammen. Manchmal an einem besonders kalten Abend gab sie etwas davon in Eskarinas Milch. Sie benutzte dabei einen hölzernen Löffel, um ihr Metallbesteck nicht zu ruinieren. Esk konzentrierte sich. Sie rief sich das Aroma jener Medizin ins Gedächtnis zurück und mit Hilfe ihrer magischen Fähigkeiten, die sie inzwischen zwar akzeptierte, aber noch immer nicht verstand, zerlegte sie den Geschmack in seine einzelnen Bestandteile. Skillers Frau kam aus dem Hinterzimmer, um nachzusehen, warum es im Schankraum plötzlich so still geworden war. Der Wirt gab ihr mit einem nervösen Wink zu verstehen, sie sollte bloß keinen Laut von sich geben. Esk schwankte kaum sichtbar und schloss die Augen. Ihre Lippen zitterten. Mentale Zutaten, die sie nicht brauchte, kehrten ins geistige Lager zurück. Sie suchte nach den Ingredienzien, auf die man keinesfalls verzichten konnte, vereinte sie zu psychischem Schaum und Griff nach dem Haken bzw. der metamorphen Schablone, die dem taumaturgischen Ektoplasma Brei die gewünschte Form und Struktur geben konnte und dann Skilla drehte sich behutsam um und betrachtete die Fässer an der Wand. Der Geruch im Zimmer hatte sich verändert und das traf auch auf die Schwingungen zu. Er fühlte eine goldene Flüssigkeit, die nur darauf wartete, sich durch eine durstige Kehle zu brennen. Vorsichtig nahm er ein kleines Glas aus dem Fach unter der Theke, drehte den Zapfhahn und füllte es zur Hälfte mit einer bernsteinfarbenen Kostbarkeit. Er prüfte sie im Schein der Lampen, drehte das Glas hin und her, schnupperte mehrmals und leerte es in einem Zug. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht, aber die Augen wurden feucht und ein rötlicher Schimmer überzog die Wangen, die Kehle zitterte leicht, seine Frau und Esk sahen, wie Schweiß auf Skillers Stirn perlte. Zehn Sekunden verstrichen und der Wirt erweckte den Anschein, als wolle er um jeden Preis einen mühsam errungenen Rekord brechen. Vielleicht quoll ihm Dampf aus den Ohren, aber wahrscheinlich war das nur ein Gerücht. Die Fingerkuppen des Wirts klopften in einem sonderbaren Rhythmus auf den Tresen. Schließlich schluckte er und rang sich offenbar zu einer Entscheidung durch. Er richtete einen ernsten Blick auf Esk und fragte »Was ist das für ein Zeug?« Er runzelte die Stirn, als er den Satz in Gedanken wiederholte und beschloss, einen zweiten Versuch zu unternehmen. Er gab auf. Seine Frau schnaufte abfällig und nahm ihm das Glas aus der erschlafften Hand. Sie roch daran. Sie betrachtete die insgesamt zehn Fässer. Sie begegnete Skillers flackerndem Blick. In einem ganz privaten, für zwei Personen reservierten Paradies berechneten Wirt und Wirtin den Verkaufserlös von sechshundert Gallonen dreifach destilliertem Pfirsich-Schnaps. Als es darum ging, zwei fünfstellige Zahlen miteinander zu multiplizieren, seufzten sie synchron. Frau Skiller verstand wesentlich schneller als ihr Mann. Sie bückte sich, musterte esk und versuchte strahlend zu lächeln. Es gelange nicht zurecht, denn in dieser Hinsicht hatte sie nur wenig Übung. Es Carina war viel zu müde, um durchdringend zu blicken. »Wie bist du hierher gekommen, kleines Schätzchen?« fragte Frau Skiller in einem Tonfall, der Vorstellungen von Pfefferkuchenhäuschen und der zuklappenden Tür eines großen Backofens weckte. »Ich habe Oma Wetterwachs aus den Augen verloren und mich verlaufen.« »Und wo ist deine Oma jetzt, Kindchen?« Kleine Flammen, die unter dem Backofen züngelten. Allen Wandern im metaphorischen Wald stand eine gefährliche Nacht bevor. »Irgendwo nehme ich an.« »Was hältst du davon, in einem weichen und warmen großen Federbett zu schlafen?« Esk nickte dankbar und nahm nur unterbewusst zur Kenntnis, dass die Züge der Frau nicht unerhebliche Ähnlichkeit mit mit denen eines hungrigen Frettchens aufwiesen. An dieser Stelle wird der aufmerksame Leser völlig zu Recht vermuten, dass sich für Eskarina gewisse Probleme anbahnten. Unterdessen marschierte Granny unweit der Schenke durch eine Gasse. Jemand anders an ihrer Stelle hätte vermutlich bereitwillig zugegeben, sich verirrt zu haben, doch Oma Wetterwachs stellte die berühmte Ausnahme der Regel dar. Sie vertrat den Standpunkt, genau zu wissen, wo sie sich befand. Ihre Schwierigkeiten basierten auf dem bedauerlichen Umstand, dass alles andere nicht den üblichen Platz einnahm. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass es weitaus schwieriger ist, ein menschliches Bewusstsein zu orten, als zum Beispiel die Gedankensphäre eines Fuchses. Nun, der menschliche Verstand mag dies als eine Beleidigung empfinden und deshalb sollen hier die Gründe erläutert werden. Animalische Selbstkomplexe sind überhaupt nicht komplex, sondern eher schlicht und deshalb recht scharf ausgeprägt. Tiere verbringen ihre Zeit nicht damit, Erfahrungen zu sezieren und darüber nachzugrübeln, was sie verpasst haben. Für sie lässt sich die Erlebnispalette des Universums folgendermaßen zusammenfassen. Geschöpfe, mit denen man sich a. paaren kann, die b. als Futter dienen und es c. angeraten erscheinen lassen, die Flucht zu ergreifen. Hinzu kommen d. Steine und Felsen. Eine derartige Perspektive befreit den Geist von unnötigem Ballast und macht ihn zu einem sehr nützlichen Werkzeug in Hinblick auf die eigentlich wichtigen Dinge. Zum Beispiel versucht ein normales Tier nie zu gehen und gleichzeitig Kaugummi zu kauen. Mit dem durchschnittlichen Menschen hingegen ist es völlig anders. Rund um die Uhr denkt er über die verschiedensten Dinge nach auf allen mentalen Ebenen. Er unterbricht diese Gedankengänge nur, wenn er dem Gebot von Uhren gehorchen muss oder wenn ihn irgendetwas an den einprogrammierten biologischen Kalender erinnert. In seinem Bewusstsein wimmelt es von Überlegungen, die an Zunge und Lippen weitergegeben werden, in die Kategorie Privat und Persönlich fallen oder sich auf die Kellergewölbe des Ichs beschränken. Einem Telepaten bietet sich der menschliche Geist als ein Tollhaus dar. Er ist ein Hauptbahnhof, in dem alle Lautsprecher gleichzeitig dröhnen und etwa tausend, vielleicht auch zweitausend Passagiere versuchen, sich gegenseitig zu übertönen. Er ist wie ein Konzentrat aller UKW-Frequenzen. Rund siebenhundert achtzig Sender wetteifern um die Gunst der Zuhörer, die gerade eine Versammlung veranstalten und sich mit Walkie-Talkies verständigen. Granny schickte magische Ohren auf die Suche nach Escarina. Ebenso gut hätte sie versuchen können, die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden. Der erhoffte Erfolg blieb natürlich aus. Aber die vielen Gedankenfetzen, die ihr durch den taumaturgisch- telepathischen Äther entgegenwehten, überzeugten sie davon, dass die Welt tatsächlich so verrückt war, wie sie es schon seit Langem vermutete. Sie traf Hilda an der nächsten Abzweigung. Die Kollegin hielt einen Besen in der Hand, mit dem sie mehrmals die gesamte Stadt überflogen hatte. Sie musste dabei äußerste Vorsicht walten lassen. Die Männer von Ohulan wussten zwar, bleib lange Oben Salbe zu schätzen, aber von fliegenden Frauen hielten sie nicht viel. Hilda Ziegenfinder schnitt eine Grimasse und schüttelte verzagt den Kopf. Du hast also keine Spur von ihr entdeckt, stellte Granny fest. Bist du unten am Fluss gewesen? Vielleicht ist sie hineingefallen. Das hätte der Zauberstab bestimmt nicht zugelassen. Außerdem kann sie schwimmen. Nein, ich glaube, sie versteckt sich verflixt. Was sollen wir jetzt tun? Granny bedachte ihre Kollegin mit einem tadelnden Blick. Du brauchst nicht gleich zu verzweifeln, Hilda Ziegenfinder, sieh mich an. Ich bin völlig ruhig und gelassen. Hilda musterte sie eingehend. Und was ist mit deinen Lippen? Sie bilden einen dünnen Strich. Ärger, weiter nichts. Manchmal kommen Zigeuner zum Markt, vielleicht haben sie es geschnappt und fortgebracht. Was Städter anging, hielt Oma Wetterwachs praktisch alles für möglich, doch Zigeuner gehörten nicht zu jener exotischen Welt. Dann sind sie ein ganzes Stück blöder, als schützt er ihr, hielt aber den Tränen nah. Ich glaube, du hast mich noch immer nicht verstanden, sagte Granny streng. Ich schlage vor, wir gehen zu dir und warten. Worauf? Auf Schreie und Feuerbälle oder etwas in der Richtung, erklärte Oma Wetterwachs und machte eine vage Geste. Du bist herzlos. Ich glaube, das Mitleid sollten wir uns für die Leute aufsparen, die Esk begegnen. Flieg du voraus und häng den Kessel ins Feuer. Ich komme zu Fuß nach. Hilda warf ihr einen verwirrten Blick zu und hockte sich auf den Besenstiel, der zögernd aufstieg und unsicher durch die Dunkelheit torkelte. Wenn man Hexenbesen mit Autos vergleichen konnte, so handelte sich in diesem Fall um einen halb verrosteten 500er Fiat. Granisa hielt danach, stapfte dann übers feuchte Pflaster und entschied, das Fliegen weiterhin zu hassen. Wie herrlich und zuverlässig waren doch zwei lange stelzenartige Beine! Esk lag unter einer flauschigen Dicken und ein wenig Klammendecke und durch das kleine Dachbodenfenster beobachtete sie das Funkeln der Sterne. Trotz ihrer Müdigkeit konnte sie nicht schlafen. Das Bett war viel zu kalt. Sie dachte daran, es mit Magie zu erwärmen, überlegte es sich dann aber anders. Ganz gleich wie vorsichtig sie experimentierte, Feuerzauber entzogen sich noch immer ihrer Kontrolle. Entweder funktionierten sie überhaupt nicht oder viel zu gut. Der Waldboden im magischen Einzugsgebiet von Grannys Hütte wies bereits viele Löcher auf, die von taumaturgischen Feuerbällen stammten. Esk erinnerte sich an einen wohlwollenden Hinweis der alten Hexe. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, wenn das Zaubern auch weiterhin nicht richtig klappt. In der Abort- und Brunnenbranche kannst du sicher viel Geld verdienen. Eskarina drehte sich auf die Seite und versuchte dem muffigen Geruch der Laken keine Beachtung zu schenken. Nach einer Weile streckte sie die Hand aus und tastete nach dem Zauberstab, der neben dem Bett an der Wand lehnte. Frau Skiller hatte sie mit bemerkenswerter Beharrlichkeit darum gebeten, ihn nach unten bringen zu dürfen, aber Esk wollte sich auf keinen Fall von ihm trennen. Er war das einzige Ding auf der ganzen Welt, das allein ihr gehörte. Sie fühlte sich sonderbar erleichtert, als sie das glatte Holz mit den eigentümlichen Schnitzmustern berührte. Nach einer halben Ewigkeit schlief sie endlich ein. Seltsame Traumbilder durchzogen ihren ruhenden Geist. Sie sah armreifen seltsame Bündel und Rucksäcke, hohe Berge. Sie betrachtete ferne Sterne über schneebedeckten Gipfeln, eine kalte Wüste, in der unheilvolle Geschöpfe durch trockenen Sand krochen und sie aus großen Insekten Augen anstarrten. Eine Treppenstufe knarrte, kurz darauf eine andere. Stille folgte, die raschelnde nervöse Stille eines Menschen, der versucht, nicht das geringste Geräusch zu verursachen. Leise öffnete sich die Tür. Skillers Gestalt bildete einen dunklen Schatten vor dem Kerzenschein im Treppenhaus. Stimmen flüsterten und kurz darauf schlich der Wirnd auf Zehenspitzen durchs Zimmer. Der Zauberstab glitt zur Seite, als zitternde Finger nach ihm griffen, doch eine unsichere Hand hielt ihn fest, bevor er zu Boden fallen konnte. Ganz langsam ließ Gilla den Atem entweichen. Deshalb hatte er kaum genug Luft, um laut zu schreien, als der Stab sich bewegte. Er fühlte kalte Schuppen, darunter stahlharte Muskeln. Esk setzte sich ruckartig auf und sah gerade noch, wie Skilla die steile Leiter hinab polterte. Er ruderte wild mit den Armen und schien sich von einem unsichtbaren Gegner befreien zu wollen. Ein zweiter, etwas schriller klingender Schrei folgte, als der Wirt auf seiner Frau landete. Der Stab lag auf dem Boden, eingehüllt in oktarines Glühen. Eskarina kroch aus dem Bett und näherte sich der Tür. Sie hörte einige Flüche, an die sich ein entsetzt klingendes Keuchen anschloss. Als sie nach unten spähte, blickte sie direkt in das breite Gesicht Frau Skillas. Gib mir den Stab! Esk bückte sich und hob den langen Stock auf. Nein, sagte sie, er gehört mir. Er eignet sich nicht als Spielzeug für kleine Mädchen, erwiderte die Wirtin scharf. Er gehört mir, wiederholte Esk und schloss die Tür. Einige Sekunden lang lauschte sie die Murmeln und Brummen im Treppenhaus und überlegte, was sie jetzt unternehmen sollte. Wenn sie Herr und Frau Skilla in irgendetwas verwandelte, kam es sicher nur zu einem Durcheinander und außerdem wusste sie nicht genau, wie man das bewerkstelligte. Eigentlich funktionierte die Magie nur, wenn sie nicht daran dachte. Sie schien sich irgendwie an bewussten Gedanken vorbeizumogeln. Eskarina durchquerte den Raum und öffnete das Fenster. Die charakteristischen Nachtdüfte der Zivilisation wehten ihr entgegen. Nasse Straßen, schlafende Gartenblumen, irgendwo ein voller Abort. Feuchte Schindeln glänzten im Licht der Sterne. Als sie hörte, wie Skilla erneut die Treppe herauf kam, schob sie den Stab aufs Dach, kletterte aus dem Fenster und stützte sich am Rahmen ab. Die Schindeln neigten sich einem kleinen Anbau entgegen und Esk hielt sich einigermaßen gerade, als sie über den schlüpfrigen Untergrund rutschte. An der Dachrinne sprang und lief geduckt über den Hinterhof der Schenke. Als sie in den Dunstschwaden verschwand, die Träge durch eine nahe Gasse wallten, folgten ihr zornige Stimmen aus des Geigers Rätsel. Skilla eilte an seiner Frau vorbei und klopfte auf das nächste Fass. Er zögerte kurz, bevor er den Deckel hob. Der aromatische Duft von Pfirsich Schnaps zog verlockend durchs Zimmer und der Wirt seufzte erleichtert. Hast du Angst, das Zeug hat sich in was grässliches verwandelt? fragte seine Frau. Er nickte. Wenn du dich nicht so dumm angestellt hättest, begann sie. Der verdammte Stab war bissiger als ein tollwütiger Hund. Vielleicht wäre es dir möglich gewesen, ein Zauberer zu werden. Und Zauberer führen ein wesentlich angenehmeres Leben Skiller schüttelte den Kopf. Ich glaube, es ist mehr nötig als nur ein Zauberstab, um Magier zu sein, erwiderte er. Außerdem habe ich gehört, dass solche Leute nicht heiraten dürfen. Es heißt, es sei ihnen sogar verboten. Er brach ab. Frau Wirthin sah ihn fragend an. Was ist verboten? Skiller zuckte verlegen mit den Schultern. Ah, du weißt schon, gewisse Sachen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du sprichst, sagte seine Frau energisch. Und ich fürchte, das stimmt sogar. Widerstrebend folgte er ihr durch den Schankraum. Vielleicht, dachte er melancholisch, sind Zauberer gar nicht so übel dran. Eine folgenschwere Entdeckung am nächsten Morgen bestätigte ihnen diese Ansicht. Der Pfirsich Schnaps in den zehn Fässern hatte sich tatsächlich in etwas Grässliches verwandelt. Esk wanderte ziellos durch die grauen Straßen Ohulans und gelangte schließlich zu den kleinen Docks am Fluss. Breite, flache Kähne dümpelten Träge an den Mohlen und aus dem einen oder anderen Schornstein kräuselte dünner Rauch, den sie mit Vorstellungen von Wärme und Behaglichkeit verbannt. Esk kletterte über die nächste Rehling und mit Hilfe des Zauberstabs hob sie die Plane, die einen großen Teil des Bootes bedeckte. Sie nahm einen würzigen Geruch wahr, eine Mischung aus Lanolin und Mist, der Kahn hatte Wolle geladen. Es Es ist töricht, auf einem unbekannten Schiff zu schlafen, ohne zu ahnen, welches Ufer man am nächsten Morgen sieht. Immerhin stehen Kahnfahrer normalerweise in aller Frühe auf und lichten noch vor Morgengrauen die Anker. Manche glauben auf diese Weise, die Hafengebühren sparen zu können. Sie warten nicht etwa ab, bis alle blinden Passagiere ihre Reiseziele genannt haben. Wir wissen das, aber Esk hatte keine Ahnung. Eskarina erwachte, als sie ein seltsames Pfeifen vernahm. Sie blieb ganz still liegen und ließ ihr Ereignisse des vergangenen Abends noch einmal vor dem inneren Auge Revue passieren, bis ihr einfiel, wo sie sich befand. Dann rollte sie sich auf die andere Seite und hob vorsichtig die Plane. Mit der Umgebung schien irgendetwas nicht in Ordnung zu sein. Sie bewegte sich. Ich glaube, so etwas nennt man Segeln, murmelte Eskarina und beobachtete, wie das ferne Ufer vorbeiglitt. Ich hätte es mir aufregender vorgestellt. Sie vergaß völlig, sich Sorgen zu machen. Während der ersten acht Jahre ihres Lebens war die Welt recht langweilig gewesen und jetzt, da sie sich allmählich interessanter gestaltete, wollte sie nicht undankbar sein. Als das Pfeifen verklang, hörte sie einen bellenden Hund. Esk sank wieder auf die Wolle zurück, streckte die geistigen Hände aus, fand das Tier und borgte sich seine Gedankensphäre. Das fremde Bewusstsein begegnete ihr mit sehnsüchtigen Träumen von Knochen und weggeworfenen Stöcken. Aber Eskarina achtete nicht weiter darauf, sah aus den Hunde Augen und brachte in Erfahrung, dass die Besatzung des Krans aus mindestens vier Personen bestand. Auf den anderen Schiffen, die in unmittelbarer Nähe schwammen und eine Art Konvoi bildeten, fand sie weitere Menschen, auch Kinder. Nach einer Weile trennte sie sich von dem Tier, spähte wieder unter der Plane hervor und genoss die Aussicht. Am Ufer ragten hohe orangefarbene Klippen empor, in der sich viele bunte Streifen zeigten. Sie sahen aus wie das Riesen-Sandwich eines hungrigen Gottes. Während Escarina die Felswände beobachtete, versuchte sie, einen ganz bestimmten Gedanken aus sich zu verdrängen, doch das unangenehme Gefühl in ihrem Unterleib verstärkte sich rasch, hob einen mentalen Zeigefinger und deutete immer nachdrücklicher auf ein imaginäres WC. Früher oder später musste sie ihr Versteck verlassen, um ihre Blase zu entleeren. Wenn sie noch ein wenig wartete, bis mit einem plötzlichen Ruck wurde die Plane beiseite gerissen und ein großes bärtiges Gesicht blickte auf Escarab. »Welche Überraschung!« sagte der Mann. »Wen haben wir denn hier? Eine kleine Ausreißerin, oder was?« Esk setzte ihre Geheimwaffe ein, den durchdringenden Blick. Der Fremde schien nicht zu reagieren. »Könntest du mir bitte beim Aufstehen helfen?« »Hast du denn gar keine Angst, dass ich dich den Hechten zum Fraß vorwerfe?« fragte der Bertige. Als er die Verwirrung in Esks Zügen sah, fügte er hinzu, »Große Süßwasserfische sind ziemlich flink und haben scharfe Zähne.« Eine derartige Vorstellung war ihr völlig fremd. »Nein«, sagte sie offen, »ich fürchte mich nicht. Sollte ich? Würdest du mir dann damit drohen?« »Nun, drohen schon, aber mehr auch nicht, sei unbesorgt.« »Oh, ich bin keineswegs beunruhigt.« »Wo?« Ein brauner Arm, der auf die übliche Weise am Kopf befestigt war, besser gesagt am Hals darunter beziehungsweise an der Schulter, streckte sich ihr entgegen und zog sie hoch. Einige Sekunden später stand Eske auf dem Deck des Kahns und sah sich um. Der Himmel erstrahlte in einem prächtigen Amethyst Blau und wölbte sich über einem breiten Tal. Der Fluss strömte noch immer an hohen Felshängen entlang und hatte es dabei ungefähr so eilig wie eine parlamentarische Untersuchungskommission, die gemütlich durch ein Labyrinth von Bestechungsskandalen schlendert und mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit immer wieder an den Ausgangspunkt zurückkehrt. Hinter ihr dienten die Spitzhornberge noch immer als granitenes Geländer für die Wolken, aber sie wirkten jetzt nicht mehr annähernd so gewaltig, wie sie Eske in Erinnerung hatte. Die zunehmende Entfernung schien zu einer vorzeitigen Erosion zu führen. Was ist das? fragte Eskarina und roch den ungewöhnlichen Duft von Sümpfen und Rietgras. Der Oberlauf des Angststroms, sagte der Bärtige. Was hältst du davon? Eske beobachtete den Fluss in beiden Richtungen. In diesem Bereich war er wesentlich breiter als bei Ulan. Ich weiß nicht, ziemlich viel Wasser. Ist dies dein Schiff? Boot, berichtigte der Mann. Er war größer als ihr Vater, wenn auch nicht ganz so alt, und er trug die Kleidung eines Zigeuners. Die meisten seiner Zähne bestanden aus Gold, aber Eske beschloss vorsichtshalber die Frage nach dem Grund für die seltsame Metamorphose auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Seine Haut zeichnete sich durch jene Art von Bräune aus, die reiche Leute durch kostspielige Ferien und Aluminiumfolie zu erringen hofften, obwohl man den gleichen Effekt erzielen konnte, wenn man jeden Tag von morgens bis abends an der frischen Luft schuftete. Der Unbekannte runzelte die Stirn. Ja, es gehört mir, sagte er entschlossen, die Initiative zurückzugewinnen. Was tust du hier, wenn ich fragen darf, bist du von zu Hause weggerannt oder was? Ein Junge in deinem Alter würde sich aber behaupten, er wolle in der Fremde sein Glück versuchen, aber du bist ein Mädchen, stimmt's? Können Mädchen nicht ihr Glück versuchen? Normalerweise halten sie nach einem hübschen jungen Mann aus, der mit Erfolg von einer solchen Reise heimkehrt, sagte der Bärtige und schenkte ihr ein zweihundert karätiges Lächeln. Er steckte eine braune Hand aus, an deren Fingern prunkvolle Ringe steckten. Darf ich dich zum Frühstück einladen? Vorher würde ich gern den Abort benutzen, sagte Esk zurückhaltend. Der Zigeuner sah sie groß an. Dies ist ein Kahn, oder was? Ich glaube schon. Mit anderen Worten, es gibt nur den Fluss. Er klopfte ihr auf die Schultern. Macht er nichts draus, fügte er hinzu. Er ist längst daran gewöhnt. Granny stand auf der Anlegestelle und ihr Fuß pochte mit einem ungeduldigen Tap-Tap-Tap aufs Holz. Der kleine Mann vor ihr, er war das uhulanische Äquivalent eines Dockmeisters, bekam die volle Wucht eines durchdringenden Hexenstarms zu spüren, erbleichte unwillkürlich und gab sich alle Mühe, noch kleiner zu werden. Oma Wetterwachs Gesichtsausdruck wirkte vielleicht nicht ganz so beunruhigend wie der Anblick von Daumenschrauben, aber ihre finstere Mimik schien darauf hinzudeuten, dass sie die Verwendung solcher Folterinstrumente durchaus in Erwägung zog. Sie sind also noch vor dem Morgengrauen aufgebrochen, sagte sie. »Ja, ja«, erwiderte der Mann, »ich wusste nicht, dass du etwas dagegen hattest, sonst hätte ich sie natürlich gebeten, auf dich zu warten.« Er fand sich ein kleines Mädchen an Bord. Ihr Stiefel machte tap-tap. »Nein, tut mir leid«, hastig fügte er hinzu, »es sind Sohnse, wenn sich die Kleine an Bord versteckte, droht ihr keine Gefahr. Einem Sohn kann man immer vertrauen, heißt es. Sie nehmen das Familienleben sehr ernst und sie mögen Kinder.« Granny sah Hilda an, die so unruhig von einem Bein aufs andere trat, als stünde sie auf glühenden Kohlen. Oma Wetterwachs hob fragend die Brauen. »Oh ja«, versicherte Hilda schrill, »Die Sohns genießen einen guten Ruf«, machte Granny. Sie drehte sich auf den Absätzen um und marschierte mit langen Schritten in die Stadt zurück. Der Dockmeister sackte seufzend in sich zusammen und erweckte den Eindruck, als habe man ihm gerade einen Kleiderbügel aus dem Hemd gezogen. Hilda wohnte über einem Kräuterhändler hinter einer Gerberei und die Fenster ihrer Zimmerflucht gestatteten einen weiten Blick über die Dächer von Ohulan. Sie mochte ihr Heim, denn dort konnte sie in aller Ruhe ihre anspruchsvolleren Kunden empfangen, die sie folgendermaßen beschrieb. Es sind Leute, die sich für ganz besondere Dinge interessieren, bei der Auswahl nicht gern gestört werden möchten und großen Wert auf Diskretion legen. Oma Wetterwachs sah sich im Wohnzimmer um und machte keinen Hehl aus ihrem Abscheu. Es gab entschieden zu viele Troddeln, Perlenschnurvorhänge, astrologische Diagramme und schwarze Katzen. Granny konnte Katzen nicht ausstehen. Sie schnupperte. Ist das die Gerberei? fragte sie vorwurfsvoll. Weihrauch, erklärte Hilda. Sie hielt der Verachtung ihrer Kollegin tapfer stand. So etwas gefällt den Kunden, fügte sie hinzu. Es bringt sie in die richtige Stimmung, wenn du verstehst, was ich meine. Es sollte doch eigentlich möglich sein, sich den Lebensunterhalt auf anständige Weise zu verdienen, Hilda. Ohne derart banale Tricks, sagte Granny, nahm Platz und nahm die langwehrige und komplizierte Aufgabe in Angriff, ihre Hutnadeln zu entfernen. Das Leben in Städten ist für uns Hexen nicht leicht, verteidigte sich Hilda. Man muss mit der Zeit gehen. Ich bin streck dagegen. Wozu gibt es Tradition? Hast den Kessel aufgesetzt? Granny beugte sich vor und nahm die Samthülle von Hildas Kristallkugel. Es handelte sich um einen kopfgroßen Quarzball. Na, hab noch nie viel von diesem blöden Siliziumzeug gehalten, brummte sie. In meiner Jugend genügte eine Schüssel mit Wasser und ein Tropfen Tinte. Na ja, mal sehen. Konzentriert starrte sie in die Kugel und benutzte sie als einen Fokus, um festzustellen, wo sich Escarina aufhielt. Nun, Kristallkugeln haben selbst unter normalen Umständen ihre Tücken, und wenn man sie längere Zeit betrachtet, so braucht man kein Hellseher zu sein, um eine ausgewachsene Migräne zu prophezeien. Granny misstraute ihn. Ihrer Ansicht nach kamen sie Zauberei verdächtig nahe, und wenn man nicht die angebrachte Vorsicht walten ließ, so befürchtete sie, saugten sie einem den Verstand aus dem Schädel, wie eine Wellhorn-Schnecke aus ihrem Gehäuse. Das verdammte Ding funkelt zu sehr, beschwerte sie sich, hauchte auf das blitzende Glas und rieb mit dem Ärmel daran. Hilda blickte ihr über die Schulter. Ich glaube, es ist kein normales Funkeln, sagte sie langsam. Bestimmt bedeutet es irgendetwas. Was denn? Keine Ahnung. Soll ich's mal versuchen? Die Kugel ist an mich gewöhnt. Hilda verscheuchte eine Katze vom anderen Stuhl, setzte sich und starrte in die kristallene Tiefe. Meinetwegen, erwiderte Oma Wetterwachs, aber ich bezweifle, ob du. Hi, hi, ein Augenblick, da formt sich ein Bild. Ich sehe nur das verflixte Funkeln, beharrte Granny. Silberstaub, der dauernd hin und her wogt, wie das Schneetreiben in kleinen Schaugläsern eigentlich recht hübsch. Ja, aber hinter den Flocken, Granny kniff die Augen zusammen und beobachtete folgendes. Aus großer Höhe blickte sie auf eine weite Landschaft hinab, die sich in dunstiger Tiefe erstreckte. Ein breiter Fluss kroch wie eine betrunkene Schlange durch Täler und Schluchten, silbrige Lichter tanzten im Vordergrund, aber es handelte sich nur um wenige Funken, die auf eigene Faust dahinstoben. Die überwiegende Mehrheit des flackernden Gleißens bildete eine lange Spirale, die wie ein schneehustender Greiser Tornado aussah und bis zum Strom hinabreichte. Oma Wetterwach sah noch genauer hin und erkannte einige dunkle Flecken auf dem glitzernden Wasser. Gelegentlich zuckten seltsame Blitze durch das trichterförmige Wabern und Wallen. Granny zwinkerte und hob den Kopf. Plötzlich schien es im Zimmer stockfinster zu sein. Komisches Wetter, sagte sie, weil ihr nichts Besseres einfiel. Sie schloss die Lieder, aber das brodelnde Irrlichtern setzte sich vor ihrem inneren Auge fort. Ich glaube, es ist gar kein Wetter, entgegnete Hilda. Ich vermute sogar, normale Menschen können überhaupt nicht sehen, was uns der Kristall zeigt. Magie, die aus der Luft kondensiert. In den Zauberstab? Ja, es gibt keine andere Erklärung. Irgendwie destilliert er magische Energie. Granny riskierte einen neuerlichen Blick in die Kugel. Und Esk nimmt sie auf, sagte sie leise. Ja, eine ziemliche Menge, wenn du mich fragst. In der Tat. Nicht zum ersten Mal wünschte sich Oma Wetterwachs genauere Kenntnisse darüber, wie Zauberer ihre Magie beschworen. Sie stellte sich vor, wie sich Eskarinas Körper immer mehr mit taumaturgischer Kraft füllte, alle Sehnen, Muskeln und Knochen damit auflud. Was geschieht mit Regenfässern während eines Gewitters? Genau, sie laufen irgendwann über, wenn sie nicht vorher vom Blitz getroffen werden, und dieses Schicksal drohte auch Esk. Eher früher als später würde die Magie aus ihr heraustropfen und hier und dort zu peripheren Veränderungen in der Wirklichkeit führen. Doch Irgendwann musste eine verheerende Entladung folgen, die das okkulte Gefüge des ganzen Universums durcheinander bringen konnte. Granny schauderte unwillkürlich, als sie an die Konsequenzen dachte. Verflixt, sagte sie, der Stab war mir von Anfang an unsympathisch. Wenigstens ist Esk auf dem Weg zur unsichtbaren Universität, warf Hilterein. Dort weiß man sicher, wie man solche Probleme löst. Mag sein, nun der Kahn fährt flussabwärts. Wie viele Meilen hat er wohl schon zurückgelegt? Etwa zwanzig. Solche Boote sind kaum schneller als ein Fußgänger. Die Soons haben es nicht eilig. Ah, schön. Granny stand auf und schob das spitze Kinn vor. Entschlossen griff sie nach dem Hut und ihrem großen Sack. Eins steht fest, ich bin recht flink auf den Beinen, sagte sie, außerdem brauche ich nicht den vielen Flussbiegungen zu folgen, ich nehme die Abkürzung, Luftlinie. Hastig fügte sie hinzu, auf dem Boden. Du willst Esk zu Fuß folgen? Entfuhr es Hilda entsetzt. Aber die dunklen Wälder und die wilden Tiere sind mir nur recht, kann mir bestimmt nicht schaden, in die Zivilisation zurückzukehren, wie dem auch sei. Esk braucht mich, der Zauberstab übernimmt allmählich die Kontrolle, ich habe davor gewarnt, aber wer hat auf mich gehört? Wer? fragte Hilda und rätselte immer noch darüber, was Granny mit Rückkehr in die Zivilisation meinte. Niemand, sagte Oma Wetterwachs fest. Der bärtige Mann hieß Amjad Balzun. Er wohnte auf dem Kran zusammen mit seinen drei Frauen und drei Kindern und er war ein Lügner. Die Gegner der Zigeuner äußerten sich nicht nur über die absolute Ehrlichkeit des Zun Clans, die normale Menschen häufig zur Raserei brachte, sondern auch sein offenes und direktes Gebaren. Die Zuns wussten nicht, was Euphemismen waren, und wenn sie einen vernahmen, was nur sehr selten geschah, antworteten sie schlicht und wahrheitsgemäß, sie hätten noch nie eine freundlicher klingende Beleidigung gehört. Sie hielten nicht etwa deshalb so unerschütterlich stur an der Wahrheit fest, weil sie darin ein göttliches Gebot sahen, vielmehr schien es einen genetischen Grund dafür zu geben. Der durchschnittliche Soon konnte ebenso gut lügen wie unter Wasser atmen. Allein die entsprechende Vorstellung genügte, um sein ganzes Weltbild zu gefährden. Ihrer Meinung nach krempelte eine Lüge den ganzen Kosmos um. Für ein Volk von Händlern stellte dies einen gewissen Nachteil dar, und deshalb befassten sich die Ältesten der Soon im Laufe von Jahrtausenden mit eingehenden Analysen jener seltsamen Fähigkeit, mit der alle anderen Menschen geradezu im Übermaß ausgestattet waren, sie beschlossen, nicht länger auf diese nützliche Gabe zu verzichten. Junge Männer, die zumindest ansatzweise entsprechende Talente aufwiesen, wurden bei speziellen Zeremonien ermutigt, den philosophischen Komplex der Wahrheit recht großzügig zu interpretieren und auf dieser Basis miteinander zu wetteifern. Die erste überlieferte Proto-Lüge der Soons lautete folgendermaßen »Eigentlich ist mein Opa ziemlich groß. Nun, nach einigen Dutzend Generationen bekamen sie den Bogen raus und man gründete das ehrenwerte Amt des Stammes Lügners. Dem Autor sei hier ein weiterer Hinweis gestattet. Die meisten Zigeuner sehen sich nach wie vor außerstande zu lügen, aber sie respektieren jeden Sohn, der behaupten kann, das Universum sei anders, als es in Wirklichkeit ist. Mit anderen Worten, der Lügner genießt hohes Ansehen. Er repräsentiert den Stamm bei allen Verhandlungen mit der Außenwelt, die der durchschnittliche Sohn längst nicht mehr versteht. Alle Familiengruppen sind auf ihre Lügner sehr stolz. Andere Völker begegnen dieser Entwicklung eher mit Unbehagen und Missbilligung. Sie vertreten den Standpunkt, der betreffende Sohn sollte sich angemessenere Titel zulegen, zum Beispiel Diplomat oder Pressesprecher oder Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit. Häufig fühlen sie sich von Lügnern auf den Arm genommen und belogen. Stimmt das alles? fragte Esk misstrauisch und sah sich in der kleinen Kabine des Kahns um. Nein, erwiderte Amschad fest. Seine jüngere Frau, die in einem verzierten Ofen stand und in einem Topf mit Haferbrei rührte, lachte fröhlich. Die drei Kinder saßen ruhig am Tisch und beobachteten Esk mit großem Interesse. Sagst du denn nie die Wahrheit? Du etwa? Amschad lächelte sein Goldminenlächeln, doch die Augen blieben ernst. Warum habe ich dich unter der Plane gefunden? Amschad ist kein Entführer. Bestimmt gibt es bei dir zu Hause jemanden, der sich Sorgen um dich macht, oder was? Ich schätze, Granny sucht bereits nach mir, antwortete Esk, aber vermutlich ist sie nicht sehr besorgt, nur wütend, wie dem auch sei. Ich möchte nach Ankh-Morpog. Du kannst mich ruhig von deinem Schiff Boot werfen, wenn du unbedingt willst. Ich habe keine Angst vor Hechten. Das kann ich nicht, sagte Amschad. War das eine Lüge? Nein, denk nur an die Wildnis, dort treiben sich Räuber und, naja, Dinge herum. Esk nickte mehrmals. Dann wäre dieser Punkt also geklärt, sagte sie. Es macht mir nichts aus, in der Wolle zu schlafen, und ich bin bereit, für die Reise zu bezahlen. Ich kann mich, sie zögerte. Das Ende des Satzes hing wie eine Dunstwolke aus Worten in der Luft und Diskretion rang mit Erfolg um die Kontrolle ihrer Zunge. Ich mich nützlich machen, fügte sie unsicher hinzu. Sie bemerkte, wie Amschad einen kurzen Blick mit seiner ältesten Frau wechselte, die am Herd nähte. Nach der Zoom-Tradition trug sie schwarze Kleidung, was sicher Grannys Zustimmung gefunden hätte. Wie willst du dich nützlich machen? fragte der Lügner. Mit Waschen und Fegen? Zum Beispiel, erwiderte Esk. Außerdem kann ich mit dem zwei- und dreifachen Destillierkolben umgehen, lackieren, glasieren, Firnissen, schmirgeln, hobeln und schnitzen, verschiedenes Wachs und Kerzen herstellen. Ich kenne mich mit Pflanzenwurzeln und Früchten aus, weiß, wo die acht wundervollen Kräuter wachsen, wie man sie schneidet und zubereitet. Ich kann spinnen, karten, kämmen, krempeln und weben, entweder per Hand am Rahmen oder mit dem Webstuhl. Ich kann stricken, wenn jemand die Wolle für mich vorbereitet. Ich deute Boden und Felsen. Ich beherrsche das Zimmerhandwerk und kann mit Stech- und Lochbeitel ebenso gut umgehen, wie mit Stemmeisen und Zapfenstreichmaß. Ich sage das Wetter voraus, indem ich das Verhalten der Tiere und die Wolken beobachte. Ich weiß, wie man mit Bienen umgeht und die Honigproduktion steigert. Ich braue fünf Sorten Meht und Bier, behandle Kücher mit Beize, Etzwasser und Grund, mische mehrere Farbstoffe, wodurch sich neue Tönungen ergeben. Ich kann die meisten Arbeiten von Klempnern und Schumerern erledigen, schneide und pflege Leder und wenn ihr Ziegen habt, ich kann sie füttern und melken, mich um sie kümmern. Ich mag Ziegen. Amschat musterte sie nachdenklich. Vielleicht erwartete er, dass sie die Liste fortsetzte. Oma Wetterwachs hält nichts von Leuten, die untätig herumsitzen, erklärte Esk. Sie sagt immer, eine Frau, die sich zu helfen weiß, hat keine Schwierigkeiten, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Amschat hob die Brauen. Wahrscheinlich braucht eine solche Frau nicht mal einen Ehemann. Nun, auch in dieser Hinsicht hat Oma viele Ratschläge anzubieten. Daran zweifle ich nicht, sagte Amschat. Erneut sah er seine ältere Frau an, die kaum merklich nickte. Nun gut, brummte er. Wenn du dich nützlich machen kannst, darfst du bleiben. Spielst du auch irgendein Musikinstrument? Esk erwiderte den prüfenden Blick des Mannes, ohne mit der Wimper zu zucken. Selbstverständlich, sagte sie stolz. Und so entfernte sich Eskarina immer mehr von den Spitzhornbergen und ihrem milden Reizklima, das manchmal ganz schön reizte. Sie empfand nur vages Bedauern, wenn sie die undeutlicher werdenden Konturen des Gebirges beobachtete, und wenn sich ein Hauch von Melancholie in ihr regte, konzentrierte sie sich rasch auf die Soons und ihre gemütliche Reise stromabwärts. Der Konvoi bestand aus mehr als dreißig Kähnen und auf jedem lebte mindestens eine große Soon-Familie. Alle Boote beförderten unterschiedliche Fracht, die meisten waren aneinander gebunden und wenn jemandem der Sinn nach einem Gespräch stand, kletterte er einfach über die Rehling aufs nächste Deck. Esk machte es sich inmitten der Wolle bequem. Unter der Plane hatte sie es angenehm warm und außerdem erinnerte sie der Geruch an Grannys Hütte. Hinzu kam, dass sie dort niemand störte. Mit zunehmender Besorgnis dachte sie an die Magie, die sie auf Schritt und Tritt begleitete. Sie entwickelte ein beunruhigendes Eigenleben. Eskarina beschwor sie nicht und doch kam es in ihrer Nähe immer wieder zu taumaturgischen Phänomenen. Sie ahnte, dass die Sohns nicht sonderlich begeistert gewesen wären, wenn sie davon erfahren hätten. Aus diesem Grund ergriff Esk einige Vorsichtsmaßnahmen. Wenn sie spülte, klapperte sie laut mit Tellern und Tassen, um darüber hinweg zu täuschen, dass sich das Geschirr von ganz allein wusch. Wenn sie Socken stopfte, zog sie sich in einen entlegenen Winkel des Kans zurück, damit jemand sah, dass sich die Löcher völlig selbstständig schlossen, wie durch Zauberei. Als sie am zweiten Tag ihres Aufenthaltes an Bord erwachte, musste sie feststellen, dass sich ein Teil der Wolle gekämmt, gekardet und zu weichen Decken verknüpft hatte. Esk wagte es nicht mehr, an magisch entzündete Feuer zu denken. Natürlich verbrachte sie ihre Zeit nicht nur damit, der nächsten Fastkatastrophe vorzubeugen. Hinter jeder weiten Flussbiegung erwartete sie ein neuer, aufregender Anblick. Sie sah von dichten Wäldern dunkle, gesäumte Uferzonen. In solchen Bereichen steuerten die Suns ihre Boote in die Flussmitte und schickten Frauen und Kinder unter Deck. Bei derartigen Gelegenheiten zog sich Escarina vorsichtshalber in ihr wollenes Refugium zurück, später aber neugierig unter der Plan hervor und lauschte dem Knurren und Grollen im finster anmutenden Gebüsch. Ab und zu fiel ihr Blick auf weites Ackerland. Sie sah wesentlich größere Städte als Ohulan und entdeckte sogar einige Hügel, die allerdings alt und zusammengeschrumpft wirkten, nicht so jung und verspielt waren wie die Spitzhornberge. Nun, sie litt nicht etwa an Heimweh, aber manchmal kam sie sich ebenfalls wie ein Boot vor. Es schwamm am Ende eines unendlich langen Seils, das sich jedoch nie vom Molenpfahl löste. Ab und zu gingen die Schiffe in unmittelbarer Nähe einiger Ortschaften vor Anker. Die Tradition verlangte, dass ausschließlich Männer an Land gingen und nur Amshad, der seinen zeremoniellen Lügenhut trug, sprach mit Nichtsuhens. Es begleitete ihn meistens. Er wies mehrmals darauf hin, sie solle sich an die ungeschriebenen Gesetze des Sohn-Lebens halten und an Bord bleiben, doch solche Mahnungen hatten auf Escarina eine ähnliche Wirkung wie Mückenstiche auf ein Nashorn. Außerdem lernte sie bereits, dass Regeln und Vorschriften innerhalb kurzer Zeit abgeschafft wurden, wenn man sie einfach nicht beachtete. Darüber hinaus gewann Amshad den Eindruck, dass er für seine Waren erstaunlich gute Preise erzielte, wenn Escarina bei ihm weilte. Selbst die erfahrensten und hartnäckigsten Feilscher hatten es sehr eilig, ein Geschäft abzuschließen, wenn der durchdringende Blick des Mädchens länger als einige Sekunden auf ihren ruhte. Schon bald rührte sich Unbehagen in Amshad, als ihm ein Edelsteinhändler in Zempfis einen Beutel mit Ultramarinen für hundert Wolfiese anbot, sagte eine in Hüftor erklingende Stimme, das sind keine Ultramarine. Hör dir das Kind an, erwiderte der Händler und lächelte. Amshad nahm einen Kristall zur Hand und betrachtete ihn von allen Seiten. Ich höre es, sagte er. Nun, ich glaube, es handelt sich tatsächlich um Ultramarine. Sie haben einen richtigen Glanz. Esk schüttelte den Kopf. Es sind bloß Spirkel, behauptete sie. Die beiden Männer starrten das Mädchen verblüfft an und sofort bedauerte es seine unüberlegte Bemerkung. Amshad drehte den Kristall langsam hin und her. Wenn man einen chameleonartigen Spirkel in ein Kästchen mit echten Edelsteinen legte, nahm er ihre Struktur an, ein Trick, mit dem sich listige Juweliere zu bereichern hofften. In diesem Fall aber schien das blaue Gleißen echt zu sein. Nun, Amshad war in der Kunst des Lügens ausgebildet und als er den Händler musterte, fielen ihm die feinen Anzeichen der Unwahrheit auf. Offenbar herrscht Zweifel, sagte er, aber wir können ganz einfach Gewissheit erlangen. Ich schlage vor, wir bringen diesen Kristall zum Prüfer in der Kummergasse. Es ist allgemein bekannt, dass sich Spirkel in hypaktischer Flüssigkeit auflösen, oder was? Der Händler zögerte. Amshad trat ein wenig zur Seite, spannte die Muskeln an und nahm eine Haltung an, die einer stummen Drohung gleichkam. Erneut spürte der Kaufmann den Blick des Mädchens. Es starrte ihn so an, als könne es bis in die untersten Gewölbe seines Gewissens sehen. Er schluckte und entschied, einen taktischen Rückzug anzutreten. Ich bedauere diese peinliche Kontroverse, erwiderte er. Ich habe diese Kristalle in gutem Glauben als Ultramarine entgegengenommen, doch um keinen Zweifel zwischen uns entstehen zu lassen, möchte ich sie euch schenken. Darf ich euch für die Fließe unter Tenis diesen erlesenen Rubinen anbieten? Der Händler holte einen kleinen Samtbeutel hervor und entnahm ihm einen roten Stein. Amschad reichte ihn Esk und gehielt den Kaufmann im Auge. Das Mädchen nickte. Als der Kaufmann kurze Zeit später davon eilte, griff Amschad nach Eskarinas Hand und führte sie zum Prüfer. Das Büro des alten Mannes bestand nur aus einem Tisch und einer winzigen Mauernische. Er betrachtete den kleinsten der blauen Steine, hörte sich die hastige Erklärung des Suhn an, goss zypaktische Flüssigkeit in eine Schale und tauchte den angeblichen Ultramarinen hinein. Der Kristall löste sich sofort auf. Höchst interessant, murmelte der Prüfer. Mit einer Pinzette griff er nach einem weiteren Stein, starrte durch eine dicke Lupe und untersuchte ihn. Kein Zweifel, es sind Spirkel, meinte er nach einer Weile, aber es handelt sich um wirklich prachtvolle Exemplare, die durchaus ihren Wert haben. Ich wäre an einem Kauf interessiert und bereit dir dafür. Ist mit den Augen des Mädchens irgendetwas nicht in Ordnung? Escarina probierte gerade einen neuen Blick aus und am Schatt gab ihr einen behutsamen Stoß. Räusperte sich der Prüfer erleichtert. Nun, ich bin bereit dafür, zwei Batzen Silber zu bezahlen. Ich verlange fünf, sagte der Sohn freundlich. Und ich möchte einen der Kristalle für mich, warf Escarina. Der alte Mann breitete die Arme aus. Aber sie sind doch bloß eigenartig, sagte er, haben nur für Sammler einen Wert. Ein Sammler könnte auf den Gedanken kommen, sie einem nichts ahnenden Interessenten als kostbare Ultramarine oder gar Diamanten zu verkaufen. Er widerte am Schatt und fügte im Plauderton hinzu, insbesondere dann, wenn er der einzige Prüfer in der Stadt ist. Der alte Mann brummte etwas Unverständliches. Man einigte sich schließlich auf drei Batzen und einen Spirkel für Esk. Der Prüfer befestigte ihn an einer dünnen Silberkette. Als sie außer Hörweite waren, blieb am Schatt stehen, reichte Eskarina die Münzen und sagte, hier, nimm, du hast sie dir redlich verdient, aber, er ging in die Hocke und sah ihr in die Augen, bitte, erklär mir, wie du die Spirkel als solche erkannt hast. Er schien besorgt zu sein und Esk befürchtete, dass ihm die Wahrheit nicht gefallen hätte. Die meisten Menschen fühlten sich nicht wohl in ihrer Haut, wenn sie Magie begegneten. Amshad war ein kluger und gescheiter Mann und deshalb konnte sie nicht einfach antworten, Spirkel sind Spirkel und Ultramarine sind Ultramarine. Es mag zwar den Anschein haben, als sehen sie gleich aus, aber, wenn man richtig hinsieht, erkennt man die Unterschiede. Nichts kann sich perfekt tarnen. Stattdessen erwiderte Eskarina, dort, wo ich geboren wurde, graben Zwerge nach Spirkeln. In meiner Heimat wissen alle, dass solche Kristalle das Licht auf eine ganz besondere Weise brechen. Amshad musterte sie eine Zeit lang und hob die Schultern. Na gut, sagte er, in Ordnung. Ich habe hier noch einiges zu erledigen. Warum kaufst du dir nicht einige neue Sachen oder so? Ich sollte dich eigentlich vor betrügerischen Händlern warnen, aber ich glaube, du lässt dich nicht so einfach übers Ohr hauen, oder was? Esk nickte und Amshad wanderte über den Marktplatz. In der ersten Ecke verharrte er, sah nachdenklich zu dem Mädchen zurück und verschwand in der Menge. Damit wäre aber von jetzt an wird er mich ständig beobachten. Irgendwann fordert er vielleicht den Zauberstab von mir und dann gibt's Ärger, so wie in der Schenke. Warum werden die Leute immer nervös, wenn sie es mit Magie zu tun bekommen? Sie seufzte philosophisch und begann damit die Möglichkeiten der Stadt zu erforschen. Der Zauberstab stellte ein gewisses Problem dar. Sie hatte ihn in der Wolle auf dem Kahn zurückgelassen und vermutlich dauerte es noch eine Weile, bis man sie entlud und an Land brachte. Wenn Esk zurückkehrte, um ihn zu holen, würde man ihr gewiss einige Fragen stellen und bedauerlicherweise wusste sie keine Antworten darauf. Kurze Zeit später fand sie eine schmale Gasse und schritt an den dunklen Häuserwinden entlang, bis sie eine geeignete Nische entdeckte. Wenn eine Rückkehr aufs Boot nicht in Frage kam, blieb nur eine Alternative übrig. Eskarina streckte den Arm aus und schloss die Augen. Ihr Wunsch verwandelte sich in ein kontrastreiches, klares Bild vor dem inneren Auge. Der Zauberstab durfte kein Loch in die Plane reißen, durch die Luft fliegen und die Aufmerksamkeit der ganzen Stadt erwecken. Esk wollte nur eine kleine Veränderung in der allgemeinen Organisationsstruktur der Welt herbeiführen. Sie stellte sich einen Kosmos vor, in dem der Stab nicht mehr inmitten von Wolle ruhte, sondern sich in ihrer Hand befand. Eine winzige Modifikation der realen Wirklichkeit des Jetzt, hier und dort weiter nichts. Esk mangelte es an einer angemessenen Ausbildung und daher wusste sie nicht, dass so etwas unmöglich war. Jeder halbwegs begabte Zauberer lernte, wie man Dinge bewegte. Die Skala begann mit Protonen und zwar nach oben hin offen. Aber wenn man irgendetwas von A nach Z befördern wollte, so geboten die elementaren Gesetze der Physik, dass der betreffende Gegenstand den Rest des Alphabets nicht einfach überspringen durfte. Wenn etwas bei A verschwinden und bei Z wieder fester Gestalt annehmen wollte, musste zunächst die ganze Realität dazwischen beiseite geräumt werden. Die fatalen Folgen, die sich daraus ergeben, sollen hier nur mit den Stichworten Massenkontraktion, Temporalschrumpfung, globale Deformationen, und organisch- und organisch-biologische Regression angedeutet werden. Nun, Esk wusste von all dem nichts, was jedoch weiter keine Rolle spielte. Wenn man keine Ahnung hat, dass man ein angestrebtes Ziel nicht erreichen kann, ist der Erfolg praktisch garantiert. Wer die Möglichkeit eines Misserfolgs als absurd von sich weist, bringt alle notwendigen Voraussetzungen mit sich, um zu einem Ölfleck unter der Dampfwalze der Geschichte zu werden. Als Eskarina versuchte, den Zauberstab zu bewegen, breiteten sich kleine Wellen im magischen Äther aus und verursachten viele kleine Veränderungen auf der Scheibenwelt. Die meisten davon blieben unbemerkt. Einige Sandkörner, die an einem breiten Strand einen anderen Platz einnahmen, Bäume, die das eine oder andere zusätzliche Blatt bekamen oder welche verloren, Doch als die Wellenfront der Wahrscheinlichkeit den Rand der Realität erreichte, daran abprallte und zu den taumaturgischen Nachzüglern zurück gischtete, bildeten sich Strudel im Gefüge des Seins. Solche Strudel sind natürlich nur möglich, weil das Gefüge des Seins ausgesprochen seltsam ist. Esk bemerkte natürlich nichts davon und brummte zufrieden, als der Zauberstab vor ihr materialisierte und sich ihre Finger um magisches Holz schlossen. Es fühlte sich warm an. Eine Zeit lang betrachtete sie den Stab und kam zu dem Schluss, dass er zu groß und auffällig war. Er zog neugierige Blicke auf sich. Wenn ich dich nach Ankh-Morpork mitnehmen soll, dachte es Carina laut, muss ich dich irgendwie verkleiden. Einige letzte Oktarine Funken stoben über die Schnitzmuster und verblassten, sonst geschah nichts. Esk seufzte und löste das Problem, indem sie auf den Marktplatz von Zempfis zurückkehrte und dort einen besonders großen Besen kaufte. Anschließend kehrte sie in die Gasse zurück, löste den Stiel und rammte den Zauberstab ins Geflecht aus dünnen Birkenzweigen. Da es ihr nicht richtig erschien, ein so ehrenwertes und würdevolles Objekt auf diese Weise zu behandeln, murmelte sie eine leise Entschuldigung. Der Stab gab keine Antwort. Sie stellte rasch fest, dass sie genau die gewünschte Wirkung erzielte. Niemand schenkte einem Mädchen, das ein Besen trug, mehr als beiläufige Beachtung. Gegen das flaue Gefühl in Esks Magengrube half keine Magie, sondern eine pikante Pastete. Der Mann hinter dem Tresen der Marktbude war so dumm, ihr zu wenig Wechselgeld zurückzugeben und erst später merkte er, dass er sich in verblüffender Großzügigkeit von zwei Silbermünzen getrennt hatte. Hinzu kam, des Nachts schlichen sich Ratten in seinen Laden und fraßen alle Vorräte auf und am nächsten Tag wurde seine Großmutter von einem Blitz getroffen. Die Stadt war größer und auch völlig anders als Uhulan. Abgesehen von Angstrom, der in dieser Region einen Hauptverbindungsweg darstellte, führten drei wichtige Handelsstraßen nach Zempfis. Im Zentrum befand sich ein weiter Platz, der wie eine Mischung aus exotischem Verkehrsstau und einem Zeltlager wirkte. Kamele traten Maulesel, Maulesel traten Pferde, Pferde traten Kamele und alle traten Menschen. Es herrschte ein wirres Durcheinander aus bunten Farben, ohrenbetäubendem Lärm und mehr oder minder würzigen Düften. Und auf dieser Bühne agierten Hunderte von Menschen, die sich leidenschaftlich bemühten, innerhalb kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. Als einer der Gründe für das rege Treiben mag Folgendes angeführt werden. Viele Bewohner des Kontinents zogen es vor, ohne große Mühen reich zu werden. Und da die Scheibenwelt noch kein richtiges Kreditwesen entwickelt hatte, sah man einmal von den noblen Wurrern ab, die es jedoch mit keiner anständigen Bank aufnehmen konnten, blieb ehrgeizigen Kriminellen nichts anderes übrig, als sich auf ältere und traditionellere Formen des Banditentums zu besinnen. Seltsamerweise erforderten solche Dinge nicht selten erhebliche Anstrengungen. Man denke nur daran, welcher Aufwand an geistiger und körperlicher Kraft notwendig ist, um einen Hinterhalt vorzubereiten, schwere Felsen an den Randhoher Klippen zu rollen, Straßensperren aus gefällten Bäumen zu errichten, Fallgruben auszuheben und zugespitzte Pfähle darin unterzubringen. Wer einem allgemein geachteteren Beruf nachgeht, hat es in der Regel wesentlich leichter. Nun, trotzdem gab es genügend fehlgeleitete Menschen, die aus krimineller Hingabe alle diese Mühen auf sich nahmen, unter anderem auch deswegen, weil sie es hassten, Steuern zu zahlen und Sozialabgaben zu leisten. Sie nahmen sogar lange Nächte im eher unbequemen Freien in Kauf, um ganz gewöhnliche bis zum Rand gefüllte Schmuckkästchen zu erbeuten. Zempfes war also ein Ort, in der sich Karawanen teilten, ihre Waren gegen andere eintauschten oder in bare Münze verwandelten. Wenn die Händler und Reisenden die Stadt nach dem Markt verlassen wollten, bildeten sie wieder große Gruppen um sich vor den Unterprivilegierten zu schützen, die am Straßenrand lauerten und ihre Messer wetzten. Esk bahnte sich unbeachtet einen Weg durchs Gedränge und brachte alles das in Erfahrung, indem sie an den Ärmeln von Leuten zupfte, die ihr wichtig erschienen. Diesmal fiel ihre Wahl auf einen Mann, der gerade einen großen Stapel Tabaksballen zählte und sicher auch die richtige Summe erhalten hätte, wenn er nicht gestört worden wäre. Bitte! Ich habe gefragt, was hier los ist. Der Mann wollte erwidern, hau ab und fall jemand anders auf die Nerven. Er erwog auch die Möglichkeit, das Mädchen mit einem Klaps zu verscheuchen, deshalb war er ziemlich überrascht, als er sich bückte und bereitwillig Antwort gab. Er sah ein schmuddelig wirkendes Kind, das einen großen Besen hielt, der, wie ihm später auffiel, ebenfalls interessiert zuzuhören schien. Er erklärte die Sache mit den Karawanen. Esk nickte. Die Leute reisen gemeinsam? Ja. Wohin? Oh, nach verschiedenen Orten. Stolat, Pseudopolis, natürlich auch nach Ankh-Morpork. Aber der Strom fließt doch dorthin, wandte Esk verwundert ein. Die Sohn brauchen ihre Kähne nur treiben zu lassen, um jene Stadt zu erreichen. Ähm, naja, das stimmt schon, sagte der Kaufmann. Aber sie verlangen hohe Gebühren für eine Passage und können nicht alles befördern. Außerdem traut ihnen kaum jemand. Aber sie sind sehr ehrlich. Nun, äh, Magsai, doch du kennst sicher das Sprichwort, Vertraue nie einem ehrlichen Mann, höh, er lächelte wissend. Wer behauptet das? Äh, tja, die Leute. Der Kaufmann fühlte sich aus dem Konzept gebracht und runzelte unsicher die Stirn. Oh, entgegnete Eskarina. Sie dachte darüber nach. Müssen sehr dumme Leute sein, meinte sie schließlich. Wie dem auch sei, besten Dank. Der Mann sah ihr nach, als sie fortging, wandte sich dann wieder den Tabaksballen zu. Kurz darauf spürte er, wie ihn jemand an der Jacke zog. Siebenundfünfzig, 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 fragte er und versuchte, die Zahl im Kopf zu behalten. Entschuldige bitte, dass ich dich noch einmal belästige, sagte Esk, aber die Ballen, was ist damit, siebenundfünfzig, 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 was? Der Kaufmann ließ seine Schiefertafel sinken. Was für Würmer? Kleine und Weiße, wiederholte das Mädchen hilfsbereit, fressen sich mit ziemlichem Appetit durch die Blätter. Meinst du etwa Fadenwürmer, die eine Vorliebe für Tabak haben? Aus weit aufgerissenen Augen starrte er auf die Ballen, die gerade ausgeladen wurden. Erst jetzt bemerkte er, dass der Verkäufer wie ein nervöser Kobold aussah, der gerade jemandem Feengold angedreht hatte. Und Feengold, das ist allgemein bekannt, löst sich am Morgen in Luft auf oder verwandelt sich in etwas, ja, Grässliches. Er hat mir versichert, der Tabak sei sorgfältig geladen gewesen und, oh, woher willst du das überhaupt wissen? Aber das Mädchen war in der Menge verschwunden. Der Kaufmann starrte auf die Stelle, wo es eben noch gestanden hatte. Er starrte den Verkäufer an, der sich ein ebenso mühevolles wie beunruhigtes Lächeln abrang. Er starrte zum Himmel hinauf. Dann holte er ein Messer vor, starrte eine Zeit lang ins Leere und schien einen Beschluss zu fassen. Zögernd trat er auf den nächsten Ballen zu. Unterdessen wanderte Esk über den Marktplatz, sperrte beide Ohren auf und hörte bald, welche Reisegruppe sich auf den Weg nach Ankh-Morpok machen wollte. Der Karawanenführer saß an einem improvisierten Tisch, der aus einem breiten Brett bestand, das auf zwei Tonnen lag. Er war beschäftigt. Er sprach mit einem Zauberer. Erfahrene Reisende wissen selbstverständlich, dass eine Karawane nur dann Aussicht hat, ihr Ziel ohne unliebsame Zwischenfälle, zum Beispiel durchgeschnittene Kehlen, verbrannte Wagen und natürlich geraubte Kostbarkeiten zu erreichen, wenn sie von einigen Schwertkämpfern begleitet wird. Aber für noch unverzichtbarer halten sie die Gegenwart eines Zauberers, der mögliche Angreifer mit Magie in die Flucht schlagen und wärmende Lagerfeuer entzünden kann. Ein Zauberer im dritten oder gar noch höheren Rang lehnte es strikt ab, etwas für das Privileg zu bezahlen, sich der Reisegruppe anschließen zu dürfen. Er erwartet vielmehr ein Entgelt dafür. In diesem besonderen Fall steuerten die Verhandlungen gerade auf einen Kompromiss zu. Ein faires Angebot, Herr Tridl, sagte der Karawanenführer namens Adab Gander, ein beeindruckender Mann, der eine Jacke aus echtem Felsspringerpelz trug, einem geradezu verwegenen Schlapphut und einen ledernen Killt. Aber was ist mit deinem jungen Begleiter? Er scheint kein Zauberer zu sein. Er lernt noch die magischen Künste, sagte Tridl, ein hochgewachsener Dürrer Zauberer, dessen bunter Mantel ihn als einen Magus der uralten und wahrhaftig echten Brüder des silbernen Sterns auswies, einem der acht taumaturgischen Orden. Also ein Lehrling, ein ganz gewöhnlicher Novize, um nicht zu sagen, ein Schüler, stellte Gander klugfest. Ich kenne die Regeln. Ohne Stab ist man kein wirklicher Zauberer und er hat keinen. Nun, er möchte die unsichtbare Universität aufsuchen, um sich dort jenes eher unwichtige Instrument zu holen, sagte Tridl wie beiläufig. Zauberer trennten sich ebenso gern von ihrem Geld wie ein Hamster von seinem Wintervorrat. Gander musterte den jungen Mann. Er hatte schon viele Magier kennengelernt und glaubte daher, sich in dieser Hinsicht ein fachmännisches Urteil erlauben zu können. Der Bursche erweckte tatsächlich den Anschein, als bringe er alle notwendigen Voraussetzungen für einen ordentlichen Zauberer mit. Mit anderen Worten, er war dünn, schlagsig und blass, weil er frische Luft mied, sich viel lieber in irgendwelchen dunklen Zimmern verkroch und geheimnisvolle Bücher las. Die Augen tränten ihm wie zwei leicht poschierte Eier. Wer wagt, gewinnt, erinnerte sich Gander und beschloss, mit einer ideellen Investition für die Zukunft zu spekulieren. Für seine Vollkommenheit fehlt nur noch irgendein Handicap, fügte er in Gedanken hinzu, Zauberer scheinen ganz wild auf Asthma und Plattfüße zu sein, so etwas gibt ihnen den richtigen Schwung. Wie heiß du, Junge, fragte er so freundlich wie möglich. antwortete der Bursche. Der Adamsapfel hüpfte ihm wie ein eingefangener Ballon auf und ab, errichtete einen flehentlichen Blick auf den älteren Mann. Simon, sagte Tretel, Simon, bestätigte der Novize dankbar. Kannst du Feuerbälle oder harmlose Dämonen beschwören, um irgendwelche Halunken zu verjagen? Simon wandte sich kurz an seinen Mentor. »Hu, hu...« brachte er schließlich hervor. »Mein junger Freund studiert höhere Magie und nicht so banale Dinge wie normale Zauberei,« erklärte Tretel. »Ein«, sagte Simon. Gandar nickte. »Nun«,« brummte er, »vielleicht wirst du tatsächlich mal ein guter Zauberer, mein Junge, und wenn du deinen Zauberstab bekommen hast, wärst du dann bereit, mich bei einer meiner Reisen als offizieller Karawanenmagier zu begleiten? Was hältst du von diesem Vorschlag? Bist du einverstanden?« »Du brauchst nur zu nicken«, sagte Gander hastig, der eigentlich nicht zu taktlosen Gemeinheiten neigte. Simon nickte erleichtert, und Tretel verabschiedete sich von Gander. Als der Zauberer davonstakte, folgte ihm der ächzende Schüler mit mehreren Koffern und Taschen. Gander blickte auf seine Liste und hakte den Punkt »Zauberer« ab. Ein schmaler Schatten fiel auf das Blatt. Der Karawanenführer blickte auf und zuckte unwillkürlich zusammen. »Nun«, fragte er kühl, »ich möchte nach Ankmorpog«, sagte Escarina, »bitte, ich hab ein bisschen Geld.« »Geh nach Hause zu deiner Mami, Mädchen.« »Nein, im Ernst, ich möchte mein Glück versuchen.« Gander seufzte. »Was hast du mit dem Besen vor?« erkundigte er sich. Esk betrachtete den Stock so interessiert, als sehe sie ihn zum ersten Mal. »Reinlichkeit kann nicht schaden«, antwortete sie. »Kehr Heimkind«, brummte Gander. »Ich bringe keine Ausreißer nach Ankmorpog. In großen Städten können Mädchen viele unangenehme Dinge zustoßen.« Esk strahlte. »Welche denn zum Beispiel?« »Du solltest nach Hause gehen, hörst du, und zwar sofort!« Gander griff nach seinem Federkiel, wandte sich wieder der Liste zu und versuchte, den starren Blick nicht zu beachten, der sich irgendwie in seinem Kopf zu bohren schien. »Ich kann mich nützlich machen«, sagte Esk leise. Gander schob das Blatt beiseite und kratzte sich verärgert am Kinn. »Wie alt bist du?« fragte er. »Nein.« »Nun, Fräulein neun Jahre alt, meine Aufgabe besteht darin, zweihundert Tiere und hundert Menschen, von denen die eine Hälfte die andere hasst, sicher nach Ankmorpog zu geleiten. In der Karawane fehlt es an guten Schwertkämpfern, und es heißt, die Straßen seien ziemlich schlecht. Hinzu kommen die Räuber und Wegelagere, die im Bereich der Pickel ihr Unwesen treiben und jede günstige Gelegenheit nutzen, um Unheil zu stiften. Dann sind da noch die Trolle, die in diesem Jahr einen höheren Brückenzoll verlangen. Von den Rüsselkäfern und Katarlaken in unseren Vorräten ganz zu schweigen, außerdem habe ich dauernd Kopfschmerzen, was alles nur noch schlimmer macht. Du wirst also einsehen, dass ich auf dich verzichten kann.« »Oh«, erwiderte Esk, sie sah sich auf dem überfüllten Platz um. »Na gut. Welche Straße führt nach Ankmorpog?« »Die mit dem Tor, dort drüben.« »Vielen Dank«, sagte Eskarina ernst. »Auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass deine Kopfschmerzen nachlassen und du nicht noch mehr Probleme bekommst.« »Nett von dir«, knurrte Gander überrascht. Seine Fingerkuppen trommelten auf den Tisch, als er dem Mädchen nachsah, das in Richtung Angststraße davonging. Es war eine lange und kurvenreiche Straße, eine Straße, an der Diebe und Gnolle lauerten, eine Straße, die durch hohe Bergpässe schnaufte und keuchend durch weite Wüsten kroch. »Verdammter Mist«, fluchte er halblaut, stand auf und rief, »Hey, du!« Oma Wetterwachs war in Schwierigkeiten. Zunächst einmal, sie hätte Hilter Ziegenfinder keineswegs erlauben dürfen, ihr den Hexenbesen aufzudrängen. Es handelte sich um ein unberechenbares altes Exemplar, das nur des Nachts flog und kaum schneller war als ein munterer Wanderer. Der Levitationszauber wies bereits solche Abnutzungserscheinungen auf, dass er erst dann zu funktionieren begann, wenn man ihm vorher ein ausreichendes Bewegungsmoment verlieh, genauer gesagt, Oma Wetterwachs hatte den einzigen Hexenbesen auf der ganzen Scheibenwelt, der nur dann aufstieg, wenn man vorher genügend Anlauf nahm. Während Granny nun schon zum zehnten Mal über den Waldpfad stürmte, den Besen hoffnungsvoll in Schulterhöhe hielt und hingebungsvoll fluchte, fand sie eine Bärenfalle. Das zweite Problem bestand darin, dass der Bär sie zuerst gefunden hatte. Nun, eigentlich war es eher ein Problem für den Bären. Granny kochte bereits aus anderen Gründen, holte mit dem verflixten Besen aus und traf Meister Petz direkt zwischen den Augen. Er hockte nun so weit von ihr entfernt, wie es die Grube zuließ und versuchte, fröhliche Gedanken zu denken. Die alte Hexe verbrachte eine sehr unbequeme Nacht und legte bis zum nächsten Morgen einen nicht unerheblichen Vorrat an Ärger und Wut an. Als mit dem ersten Licht des Tages einige Jäger kamen und über den Rand der Grube späten, sagte Granny, »Wurde auch Zeit, holt mich hier raus!« Die verwirrten Gesichter wichen zurück, und Oma Wetterwachs vernahm einige nervös flüsternde Stimmen. Sie nickte zufrieden. Man hatte Besen und Hexenhut nicht übersehen. Schließlich geriet ein bärtiger Kopf in ihr Blickfeld eher widerstrebend, so als schiebe jemand den darin befestigten Körper vor. »Äh«, begann er, »hör mal, mein Mütterchen!« »Ich bin kein Mütterchen«, sagte Granny scharf. »Erst recht nicht deine. Wahrscheinlich weißt du nicht einmal, was eine Mutter ist. Du siehst mir ganz aus wie jemand, der ohne Mutter zur Welt kam. Vermutlich ist deine Mutter vor der Niederkunft weggelaufen.« Sie achtete nicht darauf, dass sie allzu häufigen Gebrauch von dem »Suppe«, von dem »Substand«, von dem Wort »Mutter« machte. Ihrer Meinung nach kam es derzeit nicht auf verbalen Stil, sondern auf das richtige Maß Respekt an. »Ist doch nur so eine Redensart«, erwiderte der Kopf kleinlaut. »Von wegen Redensart und dergleichen, du wolltest mich beleidigen!« Es folgte eine weitere Beratung flüsternder Stimmen. »Wenn ihr mich nicht bald rausholt«, sagte Oma Wetterwachs in einem Tonfall, der Erdbebenflutwellenmassaker und diverse Katastrophen ankündigte, »verliere ich die Geduld. Seht ihr meinen Hut? Hey, seht ihr ihn?« Der Kopf kehrte zurück. »Darum geht es gerade, jawohl«, erwiderte er. »Ich meine, was wird geschehen, wenn wir dich hochziehen? Uns erscheint es weniger riskant, die Grube einfach zuzuschütten. Es ist natürlich nicht persönlich gemeint. Ich hoffe, du verstehst das.« Plötzlich begriff Granny, was ihr an dem Kopf so seltsam erschien. »Kniest du auf dem Boden?«, fragte sie argwöhnisch. »Nein, du stehst aufrecht, nicht wahr? Hey, ihr seid Zwerge!« Raunen und wispern. »Na und?« antwortete der Kopf trotzig. »Passt ihr das nicht? Hast du vielleicht was gegen Zwerge?« »Könnt ihr Hexenbesen reparieren?« »Magische Besen?« »Ja.« Flüster, 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 Flüster.« »Und wenn?« »Nun, in dem Fall würde ich euch eine Übereinkunft vorschlagen.« Das Dröhnen von Hammerschlägen hallte durch die Zwergengewölbe, aber es diente nur dazu, eine gewisse Geräuschkulisse zu schaffen. Die meisten Zwerge konnten nicht richtig nachdenken, wenn es still war, und Büroarbeit erfordert nun einmal ein gewisses Maß an Konzentration. Wer über die notwendigen finanziellen Mittel verfügte, stellte Kobolde ein und beauftragte sie, kleine Zeremonienambosse mit Ritualhämmern zu bearbeiten, sodass ständig ein angenehm entspannter Lärm herrschte. Der Besen lag zwischen zwei Gerüsten. Oma Wetterwachs saß auf einem Felsvorsprung, während ein Zwerg, der ihr kaum bis zu den Hüften reichte, und eine mit vielen Taschen ausgestattete Schürze trug, um den Holzstock herum hing. Ab und zu betastete er ihn vorsichtig. Schließlich gab er ihm einen Tritt und holte tief und bedeutungsvoll Luft. Es handelte sich um eine Art umgekehrtes Pfeifen, das geheime Erkennungszeichen aller Handwerker im Universum, und es wies darauf hin, dass sich etwas Teures anbahnte. »Nun«, sagte er, »vielleicht sollte ich die Lehrlinge holen, damit sie sich dieses Ding ansehen. Ja, es wäre wirklich angebracht, sie könnten eine Menge lernen. Und der Besen ist tatsächlich geflogen?« »Wie ein Vogel«, bestätigte Granny. Der Zwerg zündete sich eine Pfeife an. »Muss ein sehr interessanter Vogel sein«, brummte er nachdenklich. »Sicher exotisch und selten, geradezu einzigartig.« »Ja, ja«, seufzte die alte Hexe, »kannst du den Besen reparieren? Ich hab's sehr eilig«, der Zwerg nahm betont langsam Platz. »Was eine Reparatur betrifft«, sagte er. »Nun, ich weiß nicht, ob eine Reparatur in Frage kommt, wohl eher eine Neukonstruktion. Natürlich ist es heutzutage schwer, solche Borsten zu finden, und es gibt kaum mehr jemanden, der sie richtig binden kann. Dann der Levitationszauber.« »Ich will keinen neuen Besen«, warf Granny ein. »Ich möchte nur, dass dieser hier zufriedenstellend funktioniert.« »Weißt du, es ist ein sehr altes Modell«, sagte der Zwerg ruhig. »Die frühen Versionen haben so ihre Tücken. Man muss das richtige Holz finden.« Zwei knorrige, dürre Hände zerrten ihn hoch, bis sich sein Kopf auf einer Höhe, mit dem der alten Frau befand. Nun, Zwerge sind magische Geschöpfe und daher weitgehend gegen Hexerei und ähnliche Dinge immun. Allerdings fehlt es ihnen an taumaturgischen Antikörpern, die vor einem durchdringenden Starren schützen. Oma Wetterwachs sah den kleinen Mann so fest an, als wolle sie ihm mit ihrem Blick die Augen verbrennen. »Reparier die Besen«, zischte sie. »Bitte!« »Ich soll pfuschen«, erwiderte der Zwerg. Seine Pfeife fiel mit einem hölzernen Klappern zu Boden. »Ja!« »Ihn zusammenflicken, meinst du? Meinen guten Ruf riskieren, indem ich keine gründliche Arbeit leiste?« »Genau«, bestätigte Granny. Ihre Pupillen sahen aus wie zwei kleine schwarze Löcher. »Oh«, knurrte der Zwerg. »Na gut!« »Nä gut!« »Nä gut!« »Nä gut!« »Nä gut!« »Nä gut!« »Nä gut!«